Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich grüße Sie alle herzlich. Wir können beginnen mit unserer Arbeit. Ich freue mich außerordentlich, ebenso wie meine Kollegin Frau Bass, dass wir uns hier heute treffen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Präsidentin des Bundestages, liebe Bärbel, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Botschafter, Frau Präfektin. Es ist für mich eine Ehre, heute den Vorsitz führen zu dürfen an der Seite der Frau Präsidentin des Bundestages bei der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung. Nach der Plenarsitzung, die so gut gelungen ist in Berlin am 7. November mit Bärbel und allen unseren Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten, wollten wir den gemeinsamen Willen bekräftigen, der jungen Versammlung jedwede Stärke und Legitimität zu verleihen, die sie auch verdient. Und diese Versammlung soll das lebendige Herzstück unserer parlamentarischen Kooperation werden. An dem Jahrestag des Todes von Victor Hugo möchte ich zuallererst das Andenken an diesen großen Europäer würdigen, ebenso wie den visionären Abgeordneten, der bereits am 21. August 1849 vor dem Friedenskongress in Paris Folgendes erklärt hat. Der Tag wird kommen, an dem Kanonenkugeln und Bomben durch Abstimmungen, durch das allgemeine Wahlrecht, durch die ehrwürdige Schiedsgerichtsbarkeit eines großen souveränen Senats ersetzt werden, der für Europa das sein wird, was das Parlament für England, was der Bundestag für Deutschland und das Legislative Parlament für Frankreich ist. Dieser große souveräne Senat Europas, den Victor Hugo als Wunschdenken formulierte, ist Wirklichkeit geworden. Es ist unser Europaparlament, der zentrale Pfeiler unseres europäischen demokratischen Lebens. Heute haben wir die Ehre, in diesem Plenarsaal tagen zu dürfen, in dem Plenarsaal der grenzüberschreitenden Versammlung, die einzigartig in der Welt ist, hier in Straßburg, der Stadt des Humanismus, wo Gutenberg mit dem Buchdruck experimentierte, was Victor Hugo, der entlang des Rheins gereist ist, begeistert hat. Ich bin auf den einzigen Turm des Münsters gestiegen, so schrieb er, und ich habe Folgendes bemerkt. Ich bin von einem Türmchen zum anderen gereist und habe so nacheinander Frankreich, die Schweiz und Deutschland in einem Sonnenstrahl betrachtet. Jedes Türmchen steht einer unterschiedlichen Nation gegenüber. In dieser Stadt, die einen Knotenpunkt darstellt und die in der Vergangenheit Streitobjekt vieler Kriege und Belagerungen war, obliegt es uns heute, eine Zukunft der Eintracht und des Friedens aufzubauen. Die Auswahl von Straßburg ist natürlich höchst symbolisch. Straßburg ist das Ergebnis einer zweitausendjährigen Geschichte entlang des Rheinofers, hervorgegangen aus den Grenzen unserer beiden Länder. Er ist hier der Knotenpunkt der Versöhnung zwischen Deutschland und Frankreich und unserer gemeinsamen Partnerschaft im Dienste eines starken, resilienten und solidarischen Europas. Es ist auch eine Entscheidung für eine Verankerung, die dazu führt, dass unsere Versammlung besser bekannt wird, ebenso wie seine konkreten Umsetzungen und das außerhalb der Hauptstädte. Ich ergreife demnach die Gelegenheit, dass wir hier anwesend sind und bringe unsere zutiefste Verbundenheit mit dem Straßburger Sitz des Europäischen Parlaments zum Ausdruck. Es ist auch bereits das zweite Mal, dass unsere Versammlung hier zusammentritt, nach einer ersten Sitzung am 5. und 6. Februar 2020. Und ich bedanke mich erneut ganz herzlich bei Frau Roberta Mezzola, der Präsidentin des Europäischen Parlaments, die hier uns diesen prachtvollen Plenarsaal zur Verfügung gestellt hat. Ich bedanke mich ebenfalls bei Brigitte Klingker, Mitvorsitzende des Vorstands der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlungen, der wir diese Initiative einer dezentralen Sitzung verdanken. Ich würdige ihr Engagement bei der Entwicklung dieser Versammlung ebenso wie bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Und ich grüße auch Herrn Nils Schmitt, Mitvorsitzender des Vorstands der DFPV, für sein konstantes Engagement sowie bei allen Mitgliedern des Vorstandes für ihre Engagement und die Vorbereitung der heutigen Sitzung. Die deutsch-französischen Beziehungen haben eine neue Dynamik erfahren. Das zeigt auch die zahlreichen bilateralen Treffen zwischen unseren beiden Regierungen. Der Staatsbesuch des französischen Präsidenten in Deutschland vom 2. bis 4. Juli auf Einladung seines Amtskollegen Frank-Walter Steinmeier wird der erste Staatsbesuch seit dem Jahr 2000 sein. Und das bestätigt auch den starken Willen, dem deutsch-französischen Partnerschaftsgedanken einen neuen Schwung einzuhauchen. Und dies im Jahr des 60-jährigen Bestehens des Élysée-Vertrages. Zum Gedenken daran hat die Nationalversammlung und der Bundestag sich versammelt in einer gemeinsamen Versammlung, und zwar am 22. Januar in der Sorbonne in Paris. Dieser wunderbare Tag endete durch die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung, wo sämtliche gemeinsamen Themen unserer beiden Versammlungen aufgelistet sind. Energie, Klima, Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik, das Erlernen der Partnersprache, Gleichstellung von Männern und Frauen oder auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. So viele Themen, die sich auch direkt niederschlagen in ihrer Arbeit. Auf parlamentarischer Ebene kann ich erkennen, welch großer Weg zurückgelegt wurde in einigen Monaten und insbesondere seit der letzten Plenarsitzung der DFPV. Die Arbeitsgruppen, die wir eingerichtet haben, versuchen, unsere gemeinsamen Standpunkte anzunähern, unsere Methoden und gemeinsame Positionen zu erarbeiten. Es gab auch eine Reihe von Anhörungen und einen sehr fruchtbaren Austausch. Die Arbeitsgruppe über die Zukunft Europas hat ihre Arbeit aufgenommen unter der Koordination von Frau Constance Legrip und Frau Chantal Kopf. Am letzten Mittwoch gab es eine Anhörung von Frau Dubravka Suica, der Vizepräsidentin der Europäischen Kommission für Demokratie und Demografie. Überlegungen zur Art und Weise, wie man den Erweiterungsprozess dynamisieren kann in der Europäischen Union, ein Überdenken der Kriterien, insbesondere im Bereich Rechtsstaatlichkeit, Schaffung von mehr Transparenz von Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger wie für die Anwärterstaaten. Das sind einige Fragen, die im Rahmen der Roadmap, die sehr ehrgeizig ist, erörtert wurden in dieser Arbeitsgruppe. Zur Energiesouveränität unter der Koordination unserer Kollegen Frederic Petit und Andreas Jung wird eine unerlässliche Überlegung angestellt zu unserer Zusammenarbeit im Bereich erneuerbarer Energien und über die europäische Wasserstoffstrategie. In einer Zeit, in der der Krieg auf unseren Kontinent zurückgekehrt ist, müssen wir uns gemeinsam bemühen, die Energiesouveränität in Europa zu konsolidieren. Nach einer ersten Anhörung von Herrn Sven Rösner, dem Leiter des deutsch-französischen Büros für die Energiewende und einem Rundtischgespräch mit Forschern und Experten aus beiden Ländern, findet diese statt am kommenden Montag. Mitglieder aus unseren beiden Regierungen werden ebenfalls in Kürze angehört. Zu diesen komplexen und heiklen Fragen zeigte die Funktionsweise der Arbeitsgruppe sehr anschaulich, das Vermögen der DFPV, die Standpunkte anzunähern, dank einer gemeinsamen Arbeit. Die dritte Arbeitsgruppe, die eng verknüpft ist mit den europäischen Angelegenheiten, wird sehr bald eingesetzt werden. Sie ist zwar etwas technischer ausgelegt, wird sich aber mit dem wesentlichen Thema der konvergierenden Umsetzung von europäischen Richtlinien in nationales, französisches und deutsches Recht befassen. Die deutsch-französische Zusammenarbeit hat ebenfalls ihren Platz gefunden in der Arbeit der Gremien der Nationalversammlungen des Bundestages. Diesbezüglich begrüße ich das exemplarische Engagement der Ausschüsse für Verteidigung unserer beider Versammlungen und die Initiative unserer Präsidenten Thomas Gassiou und Frau Marie-Agris Strack-Zimmermann, die sich auf ein gemeinsames Arbeitsprogramm geeinigt haben und Treffen anberaumt haben zwischen Mitgliedern des Ausschusses. Das nächste Treffen findet statt am 1. Juni auf dem Luftwaffenstützpunkt Evreux, wo auch die deutsch-französische Lufttransportstaffel angesiedelt ist. Am 5. April bereits gab es eine Anhörung des Verteidigungsausschusses des Generals Carsten Breuer, Stabschef, Generalinspekteur der Bundeswehr, weniger als drei Wochen nach seiner Ernennung. Ebenso in der Verlängerung der Feierlichkeiten des 22. Januars hatte der Ausschuss für Auswärtiges und der Ausschuss für Europäische Angelegenheiten unserer beiden Versammlungen ebenfalls gemeinsame Sitzungen anberaumt. Heute zeigt die Tagesordnung unserer Plenarsitzung ein sehr dichtes Programm. Es geht um die Dynamik, die geschaffen wurde durch unsere gemeinsame Erklärung vom 22. Januar. Zu den Fragen Audiovisuelles und Spracherwerb, zwei klar identifizierte Bereiche im Aachener Vertrag. Hier hat unsere Versammlung sich ins Programm geschrieben und zeigt auch, dass hier starke Vorschläge und Vorlagen gemacht werden. Hier werden unsere Verpflichtungen umgesetzt. Wir werden auch diese Sitzung nutzen, hier in Straßburg, um Schülerinnen und Schüler einer deutsch-französischen Schule zu besuchen und den Sitz von Arte zu besuchen. Das sind zwei ganz konkrete Umsetzungen im Bereich Kultur und Bildung. Es handelt sich um zwei Schulen der Toleranz und der Öffnung, um hier auch weiter zu verfahren und uns aufeinander zu bewegen zu einem gemeinsamen Verständnis. Eine Entschließung sieht auch vor, dass es eine Arbeitsgruppe zur Außen- und Sicherheitspolitik gibt. Die DFPV kann hier beitragen zur Analyse der Bedrohungen, zu den Fragen der nuklearen Abschreckung, zum Programm zur Stärkung unserer industriellen Grundlagen und der Verteidigungstechniken. Ich möchte Ihre Abstimmung hier nicht vorgreifen, aber ich freue mich über die Debatte zu diesem Thema. Am Nachmittag haben Sie weitere Themen von gemeinsamen Interesse. Hier gibt es auch die Anhörung des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire und des deutschen Wirtschaftsministers Robert Habeck, gefolgt von einer Aussprache, die sicherlich spannend wird über die Lage der Westbalkanstaaten und deren europäischen Perspektiven. Daraus ergibt sich sicher ein besseres gemeinsames Verständnis und vielleicht auch zusätzliche Übereinstimmungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bärbel, Sie sehen, dass wir ganz besonders stolz sein können auf unsere gemeinsame Versammlung, wenn wir sehen, welche Arbeit Sie leistet, wie dynamisch das alles verläuft und welchen unschätzbaren Beitrag Sie hier leisten. Dieses Ergebnis ist aber nicht von selbst gekommen. Es ist entstanden durch Ihr Engagement und ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen einen fruchtbaren Arbeitstag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Jael, liebe Kolleginnen und Kollegen, Am 22. Januar haben wir in Paris die deutsch-französische Freundschaft gefeiert und an die historische Bedeutung des Élysée-Vertrages erinnert, für unsere Länder, aber auch für die europäische Einigung. Wir haben über die großen Aufgaben nachgedacht, die vor uns stehen, über unsere gemeinsame Verantwortung für Europa und die Welt. Ich denke gerne an diesen Tag zurück und ich möchte unseren französischen Freundinnen und Freunden, besonders dir, liebe Jael, nochmals ganz herzlich danken für die Ausrichtung dieses würdigen Festes. Die Atmosphäre an der Sorbonne und in der Ensemblee Nationale, die Gespräche und auch die Begegnungen haben uns, so denke ich, auch neue Impulse gegeben und vor allen Dingen auch einen neuen Schwung. Und den brauchen wir auch in diesen Zeiten. Heute treffen wir uns zu einer Arbeitssitzung. Und es ist kein Zufall, dass wir im Europäischen Parlament diskutieren. Danke an alle, die dafür gesorgt haben, dass wir hier im Plenarsaal zu Gast sein dürfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist auch ein Angriff auf unsere europäische Sicherheitsordnung. Es ist eine Zäsur für unseren Kontinent. Und darauf müssen wir neue Antworten entwickeln. Und deshalb setzen wir auch die Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik ein. Für mich bedeutet das, wir als Parlamentarier nutzen unsere Möglichkeiten, um den Frieden und die Sicherheit in Europa zu stärken. Die enge deutsch-französische Zusammenarbeit ist von zentraler Bedeutung, gerade weil wir unterschiedliche sicherheitspolitische Traditionen haben, andere geografische Bindungen und auch andere historische Prägungen haben. Und es ist mir wichtig zu betonen, Deutschland übernimmt Verantwortung für die Sicherheit in Europa. Wir gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine. Unsere Bundeswehr war in den vergangenen 30 Jahren vor allem eine Truppe für internationale Einsätze. Wir vollziehen jetzt einen fundamentalen Wandel in unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Deutschland steht zu seinen Bündnisverpflichtungen. Wir haben unser Engagement an der NATO-Ostflanke noch einmal verstärkt. Und wir leisten unseren Beitrag, um zur kollektiven Verteidigung durch Abschreckung beizutragen. Und die Abschreckung durch die NATO wirkt. Im März war ich in Finnland. Mit dem Beitritt Finnlands hat sich die Grenze zwischen der NATO und Russland verdoppelt. Putin hat sich auch hier verkalkuliert. Der Zusammenhalt innerhalb der NATO und der EU ist seit dem russischen Überfall auf die Ukraine noch enger geworden. Die Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Sie ist die beste Antwort auf Russlands gewaltsame Expansionsstreben. Wir erhöhen auch unsere eigene Sicherheit, wenn wir Kandidatenländern des westlichen Balkans klare Beitrittsperspektiven geben. Wir wissen, enttäuschte Erwartungen machen anfällig für Populismus. Sie destabilisieren Gesellschaften. Und die Menschen in den Balkanländern sind zunehmend enttäuscht von Europa. Es ist, wie ich finde, in unserem europäischen Interesse, den Westbalkanstaaten eine klare Perspektive zu geben, vor allem den jungen Menschen. Das ist keine Frage von Großzügigkeit. Nein, im Kern geht es auch um die Sicherheit, die Stabilität in unserem Europa. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer Zeit der Umbrüche. Daher bin ich froh, dass wir heute auch die Wirtschaftsminister befragen können, Bruno Le Maire und auch Robert Habeck. Und ich freue mich, dass sie später zugeschaltet werden. Sie sind beide für viele Kernthemen zuständig, die entscheidend sind für die Transformation unserer Zeit. Das ist die Energiesicherheit, der Klimaschutz, Wohlstandswahrung oder auch die globale Wettbewerbsfähigkeit. Und wir müssen uns in all diesen Fragen möglichst eng abstimmen. In diesen Umbruchszeiten mehr denn je. Bei allen strittigen Fragen wissen wir, unsere Stärke liegt darin, Unterschiede in Fortschritte für Europa zu entwickeln. Unsere Freundschaft und Zusammenarbeit hat sich in vielen Krisen bewährt, weil unsere Gespräche offen und unsere Verhandlungen immer fair sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die deutsch-französische Freundschaft ist über Jahrzehnte von vielen Menschen aufgebaut und gestärkt worden. Wir müssen und wir wollen sie weiter pflegen. Dazu gehört an wichtiger Stelle die Sprache. Dieser Punkt liegt mir besonders am Herzen. Sprachkenntnisse sind der Schlüssel zur Verständigung. Leider lernen immer weniger deutsche Schülerinnen und Schüler französisch und immer weniger junge Französinnen und Franzosen deutsch. Die Entwicklung ist dramatisch und keine Übertreibung, wenn ich an einem der Anträge heute die Rede von Wiederbelebung der jeweiligen Partnersprache im Schulunterricht lese. Für unsere nächste Sitzung im Dezember in Bonn ist bereits eine Regierungsbefragung zur Sprachförderung geplant. Wenn wir jetzt nicht gegensteuern, geht ein wichtiger Baustein der Verständigung verloren. Wir als Parlamente müssen da am Ball bleiben. Der Austausch unserer Jugend hat in den vergangenen Jahrzehnten eine besondere Rolle für den Aufbau unserer Freundschaft gespielt. Und er war auch so erfolgreich, weil die Austauschschülerinnen und Schüler in der Schule die Partnersprache auch erlernt haben. Englisch kann dafür kein Ersatz sein. Präsidentin Braun-Pew und ich werden uns heute, das hat sie gerade schon erwähnt, mit Schülerinnen und Schülern einer zweisprachigen Klasse treffen. Und auch darauf freue ich mich sehr. Genauso wie auf den gemeinsamen Besuch bei dem Kultursender Arte. Denn Sprache und Kultur sind tragende Säulen der Verständigung und die müssen wir gemeinsam auch stärken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe heute schon bei unserem Auftakttreffen in der Präfektur Luise Weiß zitiert. Europa ist eine Frage der Seele. Davon war Luise Weiß überzeugt. Wo spürt man diese Seele deutlicher als hier in Straßburg? Und in diesem Gebäude, das den Namen von Luise Weiß trägt. Ich wünsche uns allen eine konstruktive und fruchtbare Sitzung. Danke, dass Sie alle nach Straßburg gekommen sind. Vielen Dank, liebe Bärbel. Frau Präsidentin, wir werden nun unser traditionelles Gruppenfoto machen. Und daher würde ich Sie bitten, sich alle aufzustellen. Und danach werden die Co-Präsidenten des Vorstands den Vorsitz übernehmen, Frau Bars und ich selbst werden die Freude haben, Sie zum Mittagessen wieder begrüßen zu können. Und wir gehen dann zur Arte, werden ein Gespräch führen dort. Und danach werden wir dann gemeinsam den Nachmittag bestreiten, zusammen mit der Anhörung bei der Minister, Anfang des Nachmittags. Dankeschön. Vielen Dank. 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 Meine Damen und meine Damen und meine Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank. Vielen Dank. . . Vielen Dank. und . Er sagte damals schon, der Rhein eint alles. Und heute Morgen sind wir der beste Beleg dafür. Denn wir kamen ja heute hier in Straßburg und erneuern und bekräftigen damit unser Engagement für die deutsch-französische Freundschaft als Schlussstein des Europäischen Einigungswerks. Liebe Nils, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, dass unsere Arbeit hier in der Parlamentarischen Versammlung unsere Bande noch verstärken wird und uns ermöglichen wird, noch weiter zu gehen im gegenseitigen Verständnis zu Diensten eines stärkeren und geeinteren Europas. Wir haben hier die einzigartige Möglichkeit, gemeinsam unser Schicksal in die Hand zu nehmen und zu gestalten und der deutsch-französischen Zusammenarbeit eine neue Dynamik zu verleihen. Ich möchte auch im Namen aller ganz herzlich Armin Laschet beglückwünschen. Er ist ernannt worden vor einigen Wochen zum Kommandanten der Ehrenlogion und hiermit in Anerkennung seines starken Engagements für die deutsch-französische Freundschaft. Herzlichsten Glückwunsch, lieber Armin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche uns eine reichhaltige Sitzung, einen lebhaften Austausch im Sinne der Zusammenarbeit. Und möge dies die Gelegenheit sein, noch entschlossener voranzuschreiten mit noch mehr Überzeugung in Richtung einer vielversprechenden Zukunft für unsere beiden Länder und für ganz Europa. Wie bereits gesagt, werden wir nun schreiten zur Prüfung aller Anträge, die heute Morgen vorliegen und von uns abzustimmen und zu genehmigen sind. Sie haben ja elektronisch diese Anträge erhalten und sie liegen auch aus im Saaleingang in Papierform. Zunächst prüfen wir die ersten beiden Vorschläge zum Beschluss. Zum einen, also Ergänzung zu den Arbeitsgruppenbeschlüssen vom 7. November und dann Einsetzung einer Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik. Danach prüfen wir die beiden gemeinsamen Entschließungsentwürfe für den Erwerb und den Unterricht der Partnersprache. Und schlussendlich prüfen wir den gemeinsamen Entschließungsvorschlag zur Umsetzung einer Strategie zur Wiederbedingung des Deutschunterrichts. Nein, Entschuldigung. Förderung der deutsch-französischen Freundschaft durch Begleitmaßnahmen im Bereich Rundfunk und der gemeinsamen Filmindustrie. Ich darf noch einmal erinnern, wie unsere Regeln sind. Der Vorstand hat Folgendes festgelegt. Jeder Antrag wird präsentiert von einem Initiatoren oder beiden Initiatoren insgesamt mit einer Redezeit von zwei Minuten. Und wenn gewünscht, können die Fraktionen dann eine Stellungnahme abgeben mit einer maximalen Redezeit von jeweils zwei Minuten. Diejenigen, die sich im Namen ihrer Fraktion äußern wollen, sollten sich zur Wortmeldung nach dieser Präsentation und aus technischen Gründen, also aus zwingenden technischen Gründen, müssen alle Redner zu Beginn ihres Vortrags einen an ihrem Platz befindlichen Knopf drücken und aufstehen. Also auch für die Kamera, es geht also darum, das Platzmikrofon freizuschalten und die Kameras auf den Sprecher ausrichten zu können. Wenn Änderungsanträge vorliegen, wird jeder von Ihnen präsentiert von einem Unterzeichnenden und mit einer maximalen Redezeit von einer Minute. Die anderen, die übrigen Fraktionen können dann ebenfalls das Wort begehren und dazu eine Minute lang Stellung nehmen. So, dann wird sofort über den Änderungsantrag abgestimmt. Wenn alle geprüft wurden, wird die Vorlage gegebenenfalls geändert zur Abstimmung vorgelegt. Ich denke, das ist für alle jetzt klar und ich schlage sofort vor, dass wir beginnen mit der Textprüfung. Und ich rufe auf die Vorlage für einen Beschluss, und zwar einen Vorschlag, vorgelegt von Nils Schmidt und mir selbst, nämlich Ergänzung der Arbeitsgruppenbeschlüsse vom 7. November 2022. Ich schlage vor, dass Nils Schmidt diesen Vorschlag einführt. Liebe Brigitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite aus ein herzliches Grüß Gott hier in Straßburg. Wir freuen uns sehr, wieder einmal im Europaparlament Gast sein zu dürfen. Wir hatten schon einmal eine erfolgreiche Sitzung in diesen heiligen Hallen und hoffen, dass wir das heute fortsetzen können. Und wie immer beginnt es auch ein bisschen mit Alltagsarbeit. Deshalb diese Vorlage, die zum Ziel hat, die eingesetzten Arbeitsgruppen dieser Wahlperiode zu Richtlinien Energiesouveränität und Zukunft Europas zu ergänzen, um die Möglichkeit, beratende Mitglieder in diese Arbeitsgruppen zu entsenden. Jede Fraktion soll das Recht haben, ein beratendes Mitglied in die schon konstituierten Arbeitsgruppen zu entsenden. Der Hintergrund ist, dass wir in unserer bisherigen Verfahren, in unserer bisherigen Verfahrensordnung, eine zeitliche Frist, eine Begrenzung der Nachbenennung von beratenden Mitgliedern haben. Im Unterschied zu regulären Mitgliedern, die jederzeit nachbenannt werden können, ist diese Frist sehr kurz bemessen. Es ist uns in der Praxis aufgefallen, dass es nicht besonders sinnvoll ist, zumal es sich ja in Anführungszeichen nur um beratende Mitglieder handelt. Aber es hat sich eben herausgestellt, dass gerade in diesen Arbeitsgruppen, Energiesouveränität und Zukunft Europas, der Wunsch besteht, weitere Abgeordnete als beratendes Mitglied zu entsenden. Diese Möglichkeit wollen wir mit diesem Beschluss eröffnen. Das bedarf der Zustimmung dieser Versammlung. Das können wir nicht auf der Ebene des Vorstands machen. Deshalb haben wir diesen etwas technischen Antrag heute vorbereitet. Und ich bitte um breite Zustimmung. Ich glaube, es ist im Interesse aller, dass wir diese Flexibilität bei der Nachbenennung von beratenden Mitgliedern auch für die bereits bestehenden Arbeitsgruppen eröffnen. Für zukünftige Arbeitsgruppen haben wir das im Vorstand festgelegt. Das bedarf keines Beschlusses hier. Aber für die bereits bestehenden brauchen wir einen solchen Beschluss. Deshalb bitte ich um Zustimmung. Merci, Monsieur le Président. Danke, Herr Präsident. Lieber Nils, bevor wir zur Abstimmung schreiten, erteile ich das Wort den Mitgliedern der Versammlung, die hier Zustellung nehmen wollen für eine maximale Redezeit von zwei Minuten. Gibt es Wortmeldungen dazu? Dies ist nicht der Fall. Dann stelle ich diese Vorlage zur Abstimmung. Keine Wortmeldung? Nein? Gut. Wer ist für die Verabschiedung dieses Antrags? Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Also verabschiedet einstimmig, lieber Nils. Und damit ist diese Vorlage billigt. Wir kommen nun zum nächsten Vorschlag, zur nächsten Vorlage, nämlich PV 2023 Einsetzung einer Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Diese Vorlage stammt ebenfalls von Nils Schmid und mir. und wir werden Ihnen jetzt kurz diese Vorlage vorstellen. Ebenfalls mit einer Redezeit von zwei Minuten. Ich selbst werde dies übernehmen. Also diese Vorlage bringen wir ein. Also es geht hier um die Einsetzung einer Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik. Und zwar deshalb, weil es uns natürlich wichtig erschien, dass im Rahmen der deutsch-französischen Zusammenarbeit im Bereich Außenpolitik, dass wir also als Deutsche und Franzosen im Rahmen dieser Arbeitsgruppe die Umsetzung des strategischen Kompasses der Europäischen Union, also die Umsetzung mit begleiten können und auch die Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Insbesondere mit bestimmten Aspekten. Also darauf wollen wir abheben. Diese Aspekte sind aufgeführt im Dokument, das Ihnen vorliegt. Und ich möchte darauf nochmal nachdrücklich verweisen. Zum einen geht es um den deutsch-französischen Beitrag und Blickwinkel hinsichtlich des Fortschritts und Erfolgs des strategischen Kompasses. Wir halten, wir hinken es ebenfalls für wichtig, dass die geopolitische Lage, dass wir uns hier abstimmen können diesbezüglich. Nils Schmitz, wenn du ergänzen möchtest. Brigitte, wir wollen die gute Tradition des intensiven Austauschs zur Außen- und Sicherheitspolitik mit der Gründung dieser Arbeitsgruppe fortsetzen. Denn wir wissen ganz genau, dass das ein Herzstück der deutsch-französischen Zusammenarbeit ist. Und gerade weil durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine noch mal sehr stark der Blick auf die europäische Sicherheit gerichtet wurde, ist es uns wichtig, die europäische Dimension deutlich zu machen, indem wir uns der Umsetzung des strategischen Kompasses der EU zuwenden. Und da verschiedene Facetten, auch Facetten der Cybersicherheit, der Abwehr von hybriden Bedrohungen, aber auch der Komplementarität von NATO und EU-Engagement zu stellen, auch die Fragen der technologischen und industriellen Zusammenarbeit, die im Kompass genannt ist, nicht vernachlässigen. Ich glaube, ein breites Feld, wo viele mitmachen können. Deshalb würden wir uns über eine breite Unterstützung freuen. Danke, Nils. Bevor wir den Änderungsantrag prüfen, der eingereicht wurde, gebe ich den anderen Mitgliedern die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Redezeit zwei Minuten. Frau Rabot, bitte schön. Danke, Frau Präsidentin und Herr Präsident. Diese Arbeitsgruppe halte ich für äußerst wichtig. Unsere Parlamente haben ja unterschiedliche Traditionen in Bezug auf die Verteidigungs- und die Außenpolitik. Ich denke, wir verabschieden nicht über die gleichen Dinge ab, zum Beispiel schon den W-E-Tal, 50 Millionen Euro ist auf deutscher Seite, bei uns sieht es anders aus. Also es ist wichtig, dass wir hier unsere Informationen abgleichen und austauschen, also was die strategischen Punkte betrifft. Das betrifft ja die Funktionsweise unserer beiden Institutionen, nämlich Bundestag und Nationalversammlung. Geht man über diesen Umfang hinaus, über den Zuständigkeitsbereich, stellt man fest, dass vor etwa zehn Tagen, also das, dass wir dazu Ankündigungen erhalten haben, dass nämlich zum Beispiel Privatkonzern nachdenken und öffentlichen Nachdenken über Politik in Bezug auf den Weltraum. Und es ist wichtig, dass unsere beiden Gremien gemeinsame Standpunkte erarbeiten, die ja wirklich auch die Sicherheit unserer beiden Länder gestalten, aber weit darüber hinaus des europäischen Kontinentes. Dankeschön. Also wir, dann mache ich jetzt die deutschen, Sandra Weser, die deutschen Wortmeldung. Sandra Weser, bitte. Vielen Dank. Jetzt hören Sie mich. Okay, wunderbar. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, heute auch hier sein zu können. Und ich glaube, mehr denn je sind wir in Europa und in der Welt auf ein geeintes, uneffektives Zusammenarbeiten angewiesen, besonders in den Fragen der Außen- und der Sicherheitspolitik. Und der Verständigung und dem Austausch darüber dient unsere geplante Arbeitsgruppe. Denn es besteht trotz vieler bereits erzielter Fortschritte immer noch dringend Handlungsbedarf. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wir die Strategien unserer beiden Länder in diversen Feldern noch näher zusammenbringen und im Rahmen der existierenden Strukturen der EU und NATO zur größtmöglichen Wirkmacht im Sinne unserer geteilten Werte verhelfen wollen. Und hierfür wollen wir im Rahmen der AG unseren Blick auf den strategischen Kompass werfen und unsere möglichen Beiträge leisten, dass diese auch erfolgreich sind. Denn gerade der strategische Kompass spielt hier eine ganz wesentliche Rolle. Dieser soll insbesondere das Krisenmanagement der EU schneller und effizienter gestalten, zivile und militärische Fähigkeiten koordinieren und ausbilden, Resilienz gegen hybride Bedrohungen aufbauen und existierende Partnerschaften, die wir mit der NATO weiter stärken. Für all diese Prioritäten ist das Zusammenwirken von Deutschland und Frankreich unabdingbar. Ziehen wir unsere beiden Länder also an einem gemeinsamen Strang und bieten dann eine gemeinsame Stoßrichtung für alle EU-Mitgliedstaaten und die komplexen Mechanismen der Außen- und der Sicherheitspolitik. Die vergieren dagegen unsere Strategien zu stark. So kann die EU kein einheitlicher, durchsetzungsfähiger Akteur in der Außen- und Sicherheitspolitik werden. Und spätestens seit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine kann uns das nicht mehr genügen, dass die Sicherheit der EU und der Werte, für die sie steht, nicht mehr garantiert werden. Deshalb werbe ich auch für diese Einsetzung der Arbeitsgruppe und die Umsetzung, insbesondere des strategischen Kompasses, für ein gemeinsames Verständnis und Zielbewusstsein für unseren Sicherheitsansatz. Dankeschön. Klaus Ernst, bitte. Das geht ja sehr rasch, dachte ich gar nicht. Herzlichen Dank für das Wort. Ich möchte Folgendes sagen. Das Erste ist, ich denke, wir sollten ernst nehmen, was Henry Kissinger gesagt hat. Und zwar, wenn ich es richtig sehe, heute in einer Boulevardzeitung, hat gesagt, wir befinden uns in einer klassischen Vorkriegssituation. Und er sagte, mit Blick auf eine Konfrontation der Großmächte USA und China, in der keine Seite viel Spielraum für politische Zugeständnisse hat und in der jede Störung des Gleichgewichts katastrophale Folgen haben kann. Heute Henry Kissinger. Warum wir gegen diese Arbeitsgruppe sind, hat einen ganz einfachen Grund. Wir beschäftigen uns ausschließlich, obwohl hier Außen- und Sicherheitspolitik steht, mit Sicherheitspolitik. Wir haben keine Initiativen festgelegt, dass sich diese Arbeitsgruppe vielleicht auch mit Friedensinitiativen beschäftigen sollte. Also Vorschläge arbeiten sollte, wie wir vielleicht in diesem dramatischen Konflikt, in dem wir uns weltweit befinden, nicht nur mit der Ukraine, sondern offensichtlich auch, wie Kissinger schreibt, mit China, wie wir dort auf eine Entspannung hinwirken können. Und ich glaube, ohne diesen Punkt werden wir der Verantwortung nicht gerecht, sondern dann müsste das da rein. Einseitige Fokussierung auf Rüstungspolitik oder auf Verteidigungspolitik, wie ich Sie in diesem Antrag lese, findet nicht unsere Zustimmung. Vielen Dank, werte Kolleginnen und Kollegen. Auf französischer Seite habe ich Wortmeldungen von Frau Amle, Herrn Kluwe und Herr Witzendstuhl. Herr Hetzel. Danke schön. Frau Amene. Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, was die Stellung des Rassemblements national angeht, ist es klar, dass die Vorlage und die Ausfassung häufig über das Thema hinausgeht. Es geht um die Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO. Die deutsch-französische Zusammenarbeit, gegründet auf die Erfahrungen aus zahlreichen Konflikten, muss hier keine Einmischung beinhalten. Ebenso wie unsere deutsch-französische Versammlung danach strebt, dass der Spracherwerb gestärkt wird in Deutschland und in Frankreich von der jeweiligen Partnersprache, müssen wir in der Außenpolitik unsere bilateralen Beziehungen stützen und ausbauen. Wir brauchen hier keinen angelsächsischen Mittler. Im Rahmen der Arbeit unserer Versammlung hat die EU und die NATO die Stellung von Werkzeugen. Diese multilateralen Organisationen, wo wir eine große Rolle spielen, sind anders zu betrachten. Bei diesen Vorlagen geht es um die Stärkung der Komplementarität der Europäischen Union und der NATO und das geht eindeutig über den Rahmen unserer Arbeit hinaus. Demzufolge erfordern wir, dass der Punkt 5 eine Überlegung zur Konvergenz der Kulturen im Bereich der nuklearen Abschreckungen gestrichen wird und präziser verfasst wird. Bei der jetzigen Ausarbeitung bedeutet das überhaupt nichts, weil Deutschland im Gegensatz zu Frankreich keine nukleare Abschreckungswaffe hat. Das französische Verteidigungsmodell mit entsprechender Abschreckungsmaßnahme ist hier sozusagen der Schlussstein. Die jetzige Abfassung ist relativ nichtssagend und unklar, was die Arbeit angeht. Wir können hier nicht dazu beitragen, dass es ein Nichtverständnis zwischen unseren Völkern gibt. Wir müssen eine Synergie schaffen zwischen den Völkern. Dankeschön. Vielen Dank. Adrian Clouet. Vielen Dank. Diese Entschließung hat für uns einen widersprüchlichen Aspekt aufgewiesen. Wenn Parlamentarier befugt sind, ihre Maßgaben in der Außenpolitik auszudrücken, ist das eine Sache. Aber in diesem Text geht es ja nicht nur um die Überlegungen, sondern es geht um Schlussfolgerungen und es geht um eine Aussprache, die uns nicht geeignet erscheint, weil sie nicht neutral ist. Die Tatsache, dass wir die Verbindung zur NATO hier betonen, ist widersprüchlich zu sehen, denn diese europäische Verteidigung ist entweder in einem bestimmten Rahmen verankert oder ansonsten wäre das widersprüchlich. Ein zweiter Widerspruch, den ich sehe, ist wirtschaftlicher Natur, die autonomen Verteidigungsindustrien werden hier genannt, aber die NATO erwirbt ja hier Material und aus diesen Gründen werden wir nicht für diese Vorlage stimmen, so wie sie verfasst ist. Vielen Dank. Herr Sitzenstuhl. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Vorsitzender, vielen Dank. Der Zufall will es, dass wir dieses Thema diskutieren an dem Tag, wo die französische Nationalversammlung heute Abend ebenfalls darüber befindet. Über das neue Militärbudgetgesetz wird hier diskutiert in der Nationalversammlung ab heute Abend in Paris oder ab morgen. Es ist also eine symbolische Dimension, die wir hier vielleicht noch gar nicht bemerkt haben. Das ist vielleicht ein zeitlicher Ablauf. Aber in der Fraktion Renaissance glauben wir, dass es wichtig ist, darüber zu diskutieren, denn das ist ja das Ergebnis unserer Geschichte. Und die unterschiedliche Stärke von Frankreich und Deutschland auf militärischem Gebiet war eindeutig zugunsten Frankreichs ausgefallen. Und in Deutschland, aus den Gründen, die wir alle kennen, ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein sehr eingeschränktes Heer nur möglich gewesen. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine war vielleicht der letzte Stein, der dazu beigetragen hat, dass uns allen die Augen geöffnet wurde. Und auch vielen politischen Verantwortlichen in beiden Ländern die Augen geöffnet wurden. Wir müssen hier eine Stärkung der Verteidigungspolitik auf europäischer Ebene betreiben und selbstverständlich damit auch Frankreich und Deutschland zu wichtigen politischen Themen einen wichtigen Platz einräumen. Deswegen müssen wir auf beiden Seiten des Rheins eine Kultur der Verteidigung, eine gemeinsame Verteidigungskultur aufbauen, eine Konvergenz herbeiführen in der Außenpolitik und Verteidigungspolitik und die Parlamentarierinnen und Parlamentarier müssen hier einen wichtigen Stellenwert einnehmen bei dieser Arbeit und unsere Fraktion unterstützt diese Vorlage daher. Vielen Dank. Das Wort zu nehmen. Vielen Dank, Herr Präsident. Unsere Fraktion unterstützt auch die Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe und das, was der Kollege Ernst hier vorgetragen hat, auch mit seiner Einleitung eines Kissinger-Zitats, müsste eher dazu führen, dass man an der Arbeitsgruppe mitwirkt und dass man sie richtig findet und dass man eine europäische Position findet und dass man eine gemeinsame deutsch-französische Position findet. Also das war etwas widersprüchlich. Diese Arbeitsgruppe sollte nicht Tagespolitik machen, sondern die sollte einfach das machen, was im Aachner Vertrag steht. Und da steht drin, Deutschland und Frankreich stimmen sich in allen außenpolitischen Fragen ab. Findet das heute statt zwischen den Regierungen? Mäßig. Nicht besonders viel. Nicht auf alle Konflikte in der Welt. Es gibt gegensätzliche Stellungnahmen in Afrika, im Mittleren Osten und auch in der Europäischen Union. Und deshalb muss man da Stück für Stück arbeiten. Sehen, wo gibt es Gemeinsamkeiten, wo gibt es mehr Gemeinsamkeiten? Stimmen eigentlich die Mechanismen zwischen den beiden Außenministerien, sodass man auch jeweils informiert ist, was der andere macht? Alles das ist Aufgabe dieser Arbeitsgruppe. In der Formulierung des Antrags ist es mir etwas zu sehr direkt auf die gesamte Europäische Union beschrieben. Denn wenn wir da die Entwicklung, die auseinander geht, sehen, wird unsere Arbeitsgruppe das nicht lösen können. Also allein die Unterschiede zwischen Polen und Ungarn in der Frage zum Konflikt in der Ukraine und in Russland und zum Krieg, würde 20 Arbeitsgruppen benötigen, um das aufzulösen. Und wenn wir mit unserer kleinen Arbeitsgruppe jetzt 27 Mitgliedstaaten koordinieren wollen, wird das zu viel. Ich finde, wir sollten uns auf Deutschland und Frankreich, auf das, was gemeinsam geht, konzentrieren, substanzielle Fragen auch an die Regierungen stellen, auch die Außenminister dann mal hierher holen, in der Erwartung, dass sie dann nicht nur digital erscheinen, sondern dass sie real an unseren Beratungen teilnehmen, wie sich das bei Parlamenten gehört. Und dann kann diese Arbeitsgruppe eine gute Leistung bringen. Vielen Dank, Herr Patrick Etzel. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen Kollegen. In der Tat würde sie nicht erstaunen, dass ich, wie Armin Laschet auch der Meinung bin, dass wir es ja mehrfach betont haben, dass unsere Parlamentariergruppe dies für förderlich hält. Und wir sollten hier auch Themen erörtern, die vielleicht zu Spannungen führen zwischen uns, aber die Tabus, die es eventuell gibt, wenn wir diese nicht ansprechen, dann ist das ein Risiko. Die Sicherheitsfragen und außenpolitischen Fragen sind Themen, wo wir uns abstimmen sollten, wo wir diskutieren sollten und das können wir mit dieser Arbeitsgruppe machen, die durchaus einen berechtigten Stellenwert hat und damit können wir dann auch, wie es gesagt wurde, tatsächlich die Außenminister unserer beiden Länder einladen, damit sie hier beitragen können, vor unserer Versammlung und vielleicht auch zu unserem Austausch in Präsenzform beitragen können und nicht nur, wie es heute der Fall ist, per Videokonferenz. Dankeschön, vielen Dank, da Sie nicht die ganze Zeit ausgeschöpft haben für Ihre Fraktion, glaube ich, kann Herr Gosselin noch zu Wort kommen. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielleicht ganz kurz, um meiner Freude Ausdruck zu verleihen, über die Schaffung dieser Arbeitsgruppe, es ist ja viel gesagt worden, über den strategischen Kompass, über die NATO und ich glaube, das muss hier in unserem Rahmen, in unserer parlamentarischen Versammlung Gegenstand einer Diskussion sein, wir müssen eine gemeinsame Strategie erarbeiten über die verschiedenen militärischen Aspekte hinaus, die uns vielleicht eigen sind und die in der Nationalversammlung diskutiert werden, wie eben unser neues Militärbudget, aber es gibt Themen, die uns über die Außenpolitik hinaus, ganz allgemein, einen und ich habe großes Interesse, zum Beispiel auch an der Cybersicherheit zu arbeiten, an der künstlichen Intelligenz zu arbeiten, das sind Themen, wo unsere beiden Länder gemeinsam eine Strategie entwickeln können, die über unsere Eigenheiten hinausgeht und vielleicht auch ein bisschen den Zeitplan beschleunigen können, es ist ja vorgesehen, bis Ende 2024 Ergebnisse vorzulegen, aber vielleicht könnten wir das auch im Juni tun, das wäre zu bevorzugen. Dankeschön. Frau Nanni bitten. Sarah Nanni. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich würde mich auch noch mal melden zu der Einrichtung der AG. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese AG einzurichten. Unsere Fraktion wird dem auch zustimmen. Die Einrichtung der AG unterstreicht das Interesse und die Rolle der Parlamente bei den großen sicherheitspolitischen Herausforderungen, die hier in Europa vor uns liegen. Und ich glaube, dass es genau richtig ist, dass wir eben nicht nur in unseren nationalen Parlamenten darüber sprechen, welchen Beitrag die nationale Perspektive auf den strategischen Kompass bringen kann, sondern eben auch als deutsch-französisches Tandem, als deutsch-französischer Motor, als die beiden Nationen in Europa, die sowohl Mitglied sind in der NATO als auch in der EU, die starke Rüstungsindustrien haben, die große Armeen haben, die aber auch im zivilen Bereich sehr große Kapazitäten vorhalten, die eine starke Diplomatie haben, dass hier die Parlamente auch genau gucken, was passiert in der Exekutive, wie können wir das konstruktiv begleiten. Ich würde noch eine Anmerkung machen zu den Ausführungen des Kollegen von der Linksfraktion. Es stimmt eben nicht, dass es diese Verengung gibt. Der strategische Kompass ist absichtlich groß angelegt, breit angelegt, hat ein weites Sicherheitsverständnis und es ist sehr schlau, dass wir diese AG auf den strategischen Kompass ein Stück weit fokussieren, weil da eben schon alles angelegt ist und wir auch so eine Kohärenz der politischen Betrachtung sicherstellen können. Deswegen werbe ich hier an dieser Stelle nochmal für die Unterstützung der Einsetzung der AG. Dankeschön. Merci. J'ai eine letzte Wortmeldung von Frau Lingermann. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Im Namen der Fraktion Demokraten möchte ich sagen, dass diese Einrichtung der Arbeitsgruppe begrüßenswert ist zur Außen- und Sicherheitspolitik. Einerseits im Lichte des internationalen Kontextes aber auch, und das hat mein Kollege Sitz und Stuhl ja bereits erwähnt, ist es in Frankreich so, dass wir jetzt beginnen, auch das neue Militärbudgetgesetz zu erörtern. Wie in Deutschland steigen die Verteidigungshaushalte in beiden Ländern? In Frankreich haben wir ein Budget von 413 Milliarden Euro beschlossen, das ist noch nie da gewesen, und ich glaube, heute ist es so, dass das deutsch-französische Tandem der Motor sein muss, wenn es um die Stärkung unserer Zusammenarbeit geht. Natürlich sind wir noch weit entfernt von einem Verteidigungseuropa, aber wir müssen den Grundstein legen, und ich möchte vielleicht einige Artikel aus dieser Vorlage herausgreifen. Wir brauchen in der Tat einen gemeinsamen strategischen Kompass, eine gemeinsame Bedrohungsanalyse, eine gemeinsame Verteidigungskultur, und ich möchte vielleicht noch etwas hinzufügen, was mir auch wichtig erscheint, was auch mein Kollege Philippus Lern bereits erwähnt hat, über die Analyserolle hinaus und die Koordinierungsrolle hinaus dieser Arbeitsgruppe ist es wichtig, dass wir auch die Grundsteine legen für ein neues deutsch-französisches Recht, was es noch nicht gibt im Bereich der künstlichen Intelligenz, der Robotik und der Cyberverteidigung. Die Fraktion der Demokraten wird sich für die Schaffung dieser Arbeitsgruppe aussprechen. Vielen Dank, liebe Kollegin. Jetzt haben wir einen Änderungsantrag, der von Herrn Schal-Sitzenstuhl vorgestellt werden wird. Nein, Herr Corbier, Entschuldigung, ich habe Sie nicht gesehen. Haben Sie noch ein bisschen Zeit? 30 Sekunden. Ja, 30 Sekunden. Anschließend an den Kollegen Adrien Clouet sind wir natürlich für die deutsch-französische Freundschaft, aber in dieser Entschließung wird ja keine Debatte ermöglicht, sie wird geschlossen und zwar geht es ja nur um die Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO, es geht um die Interoperabilität des Verteidigungsmaterials, das heißt, alles was kompatibel ist mit amerikanischem Material, das muss doch diskutiert werden. Wenn diese Entschließung angenommen wird, gibt es keine Diskussion mehr, da sehe ich einen Widerspruch. Diese Entschließung beendet die Diskussion, das ist bedauerlich. Vielen Dank, jetzt habe ich Vincent Thibault, den hatte ich auch noch nicht gesehen und dann gibt es glaube ich keine Redner mehr, bitteschön. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, im Namen der Fraktion Horizon werden wir diese Entschließung unterstützen, die erscheint uns sehr wichtig. Ich möchte nur auf zwei Punkte zurückkommen, es ist ja hier die Rede von Strategie in der Außenpolitik und Sicherheitspolitik und da müssen wir natürlich auch diesen Begriff erörtern, also die Cyberattacken, was ist europäische Souveränität im Bereich der Cybersicherheit? Es ist ja etwas, was noch nicht so ganz klar definiert ist und das andere Thema, die Stärkung des europäischen Pfeilers, da haben wir ja heute noch Schwierigkeiten, denn es gibt eine Divergenz zwischen Frankreich und Deutschland, was die Waffensysteme angeht, was die Militärdoktrin angeht und ich glaube, es ist auch die Gelegenheit, dass man im Rahmen dieser Arbeitsgruppe diese Punkte diskutiert, denn die Problematik, die wir heute antreffen, ist, dass wir hier im Hinblick auf Blöcke, auf uniforme Blöcke blicken in der Welt und das führt zu einer Zersplitterung im Hinblick auf die Strategie in Europa und die Verteidigungsfragen in Europa und wir wollen ja eine Stärkung, das wollte ich noch einmal betonen. Dankeschön. Vielen Dank, werter Kollege. Die Diskussion ist jetzt beendet und ich gebe jetzt Herrn Sitzenstuhl das Wort zur Vorstellung seines Änderungsantrages. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein kurzer Änderungsantrag, der darauf abzielt, explizit in dieser Vorlage für das Arbeitsprogramm festzuschreiben, dass wir auch die deutsch-französische Brigade und das Eurokorps berücksichtigen müssen. Ich gehe davon aus, dass Deutschland und Frankreich hier entsprechende einschlägige Verpflichtungen hat gegenüber diesen beiden Gremien, die ja deutsch-französische Gremien sind und Helmut Kohl und François Minterrand haben damals dies auf den Weg gebracht und haben auch unterstützt, dass es diese deutsch-französische Brigade gibt und das Eurokorps, was unsere Länder eint, aber im Eurokorps eben auch noch weitere Länder dabei hat. Das sind Strukturen, die eine sehr hohe Kompetenz aufweisen und die natürlich auch ganz eindeutig einen europäischen Horizont, eine europäische Ausrichtung aufweisen, den wir ja befürworten. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass wir auch hier weiterhin mit der deutsch-französischen Brigade und dem Eurokorps zusammenarbeiten sollten. Vielen Dank, lieber Kollege. Ich glaube, es gibt noch Wortmeldungen zum Änderungsantrag. Eine deutsche Wortmeldung. Ich fange an mit Herrn Hoffmann, bitte. Ja, die deutsch-französische Brigade ist vor über 30 Jahren gegründet worden und aus der damaligen Kaserne in Mülheim von französischen Truppen wurde eine deutsch-französische Brigade. Das war ein sehr guter Zug, aber seit 30 Jahren kämpfen wir auch mit Bürokratie, nämlich aus dem deutschen Verteidigungsministerium, aus dem französischen Verteidigungsministerium, dass die Truppen nicht wirklich zusammenarbeiten und zusammenleben können oder auch gemeinsam im Einsatz sein können. Hier gibt es viel zu tun und deshalb begrüße ich, dass dieser Antrag jetzt heute da ist und wir werden als Freie Demokraten dem natürlich zustimmen. Leute, hier können wir wirklich was ändern als Parlamentarier, wenn wir unsere beiden Bürokratien etwas zähmen, sodass die Leute vor Ort mehr was zu sagen haben, dass sie ihre Lösungen vor Ort finden in dieser Kooperation der beiden Teile dieser franco-deutsch-französischen Brigade. Deshalb bitte ich Sie alle um Zustimmung. Danke, Frau Vorsitzende und Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die deutsch-französische Brigade und Eurocorps, die europäische Verteidigung, das ist für das Rassemblement National irgendwas Exotisches. Der General de Gaulle sagte, 1959, die französische Verteidigung muss französisch sein. Ein Land wie Frankreich, wenn es in Krieg eingezogen wird, dann muss es sein Krieg sein. Und jetzt frage ich, also wo haben denn beide, also Eurocorps und die deutsch-französische Brigade, wo sind die zum Einsatz gekommen? Haben die gegen den IS, gegen ACMI gekämpft oder wo überhaupt? Also ich glaube nicht, dass wir da so ein Parade-Regiment brauchen. Das soll jetzt kein Schimpfwort sein. Das heißt, die bestehen ja aus hervorragenden Militärs, aber es hat keinen, braucht man nicht. Und ich schlage vor, dass demnächst die beiden Verteidigungsminister eingeladen werden, um zu erklären, wozu die eigentlich dienen, diese beiden Einheiten. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Also das werden feierliche Abstimmungen heute nachmittags sein. Die Präsidentinnen werden die Texte zur Abstimmung vorlegen. Da wir nun mit den Beratungen am Schluss sind, schlage ich vor, dass wir jetzt zum folgenden entschließungsvollen Schlag kommen. Nils, möchtest du anfangen? Es geht jetzt also um PV2024-Vorlage, also für ein lebendiges und erfolgreiches Lern der Partnersprache. Ich bin sehr reconnaissante von allen und den Beratungen, also für die ganzen Gruppen politische, die in Interess für die Nachmittags-Langre und die Nachmittags-Langre und die Nachmittags-Langre und der Nachmittags-Langre und der Nachmittags-Langre und das ist warum wir jetzt noch ein der nächsten Assemblée, die haben wir ein Bonn, und wir werden die Minister, nicht nur der Ministerpräsidenten, aber auch der Ministerpräsidenten, Anker Heidinger, sagen wir, dass sie alle in unserer Assemblée sind. Als cadeau für den Begriff, wir wollen diese Aussprache, und wir wollen sagen, dass es Es geht um das Erlernen der Partneresprache. Aber in der ganzen Welt der Gesellschaft. Brigitte und ich sind stolz, dass wir diese Präsentation präsentieren. Und ich denke das auch, wenn man die Sprache des Anderen spricht, dann wendet man sich an sein Herz. Und die Beziehungen sind ganz anders. Also das halte ich für sehr wichtig. Und die Minister, die haben ja eine Strategie erarbeitet für das erfolgreiche Lernen der Partnersprache. Und wir müssen im Hinblick darauf zum einen Vorschläge machen können und auch darauf achten, dass unsere Regierungen, also in Deutschland sind ja die Länder dafür zuständig, also dass unsere Regierungen nun auch wirklich konkret werden. Damit das Lernen der Sprache des Anderen nun vorankommt. Wir wissen, dass die Lehrkräfteanzahl, die Deutsch unterrichten in Frankreich, rückläufig ist. Und auch derjenigen, die Frankreich und in Deutschland unterrichten, ebenfalls. Und auch die Schüleranzahl ist zurückgegangen. Das ist ja der Hintergrund für den Vorschlag. Also vor der Beratung über den Änderungsantrag, der eingereicht wurde dazu, möchte ich den Kolleginnen und Kollegen unserer Versammlung das Wort erteilen. Und zwar jeweils zwei Minuten für diejenigen, die es wünschen. Zunächst mein Kollege Pütti. Danke Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte auf eine besondere Seite hinweisen, die nicht nur funktional und utilitaristisch ist. Wir haben diesen Antrag unterstützt, also den Vorschlag. Ich vertrete also auch Franzosen, die in Deutschland gelebt haben. Und wir haben das gespürt, wie die Kenntnis der West-Anderen-Sprache zurückgegangen ist in den letzten zehn Jahren. Ich möchte aber, es geht hier also nicht nur um das reine Funktional, sondern hier geht es um einen humanistischen Aspekt. Und die Sprachvielfalt ist für den Humanisten genauso wichtig wie die Biodiversität, die Artenvielfalt für die Erde. Die EU, das sind 24 Amtssprachen. Das sagt man ja nie häufig genug. Das sind fünf Alphabete. Das ist noch untertrieben. Das sind Regionalsprachen, die verteidigt werden. Das ist also eine Sprachenvielfalt, die einfach zu dem gehört, was wir als Demokratie bezeichnen. Und wir werden angegriffen von jemandem, der auf der anderen Seite sagt, also deine Großeltern haben Russen gesprochen, du wirst auch Russisch sprechen und auch deine Kinder, weil ich mich dafür sorgen werde. Ich bin der Chef hier. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur ein rein fachlicher, sprachlicher, technischer Kampf. Da gibt es solche Dinge zu lösen. Sondern hierzu kommt eine fundamentale Dimension. Also es geht hier nicht um den Kampf zwischen Englisch, Franzisch und Deutschland. Deutsch, Englisch auf deutscher Seite und Französisch und Englisch auf der anderen Seite. Sonst geht es um Meinungsvielfalt, um die Demokratie schlechthin. Danke. Danke, Herr Silvan Maillard, bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Herr Vorsitzender, das ist eine Debatte. Frédéric Pettit hat das gerade formuliert und das kann ich voll unterschreiben. Also es ist wirklich grundlegend wichtig, die Franzosen lernen immer weniger Deutsch und die Deutschen immer weniger Französisch. Und das beobachten wir seit Jahren und haben uns auch daran gewöhnt. Und dem muss Einhalt geboten werden. Frau Vorsitzende, Sie sagten es schon, in wenigen Wochen werden wir die Kultus- und Bildungsminister anhören. Und da gibt es schon strategische Leitlinien und die werden wir mit begleiten. Also damit man das jeweils andere Land besser kennt, müssen die Sprachen sich stärker entfalten können. Denn über die Sprache, über das Sprechen können wir erst miteinander ins Verständnis kommen. Das ist nichts, was am Rand nur zu finden ist, eine technische kleine Sache, wie Frédéric Pettit es gesagt hat, sondern es geht hier um das Wesentliche. Wir sollten wachsam bleiben, auch im Hinblick auf die Umsetzung der verschiedenen angekündigten Pläne. Und es muss uns gelingen, dass am Ende dieses Mandates, dass wir Fortschritte machen im Erlernen, dass wir also jungen Menschen die jeweils andere Sprache wirklich erfolgreich lernen. Danke. Die Kollegin Frau Mohamed Adi bitten. Vielen Dank. Wir als Linksfraktion begrüßen diesen Antrag ausdrücklich. Es ist sehr wünschenswert, dass der Spracherwerb gefördert wird, besonders an Schulen, aber eben auch in der beruflichen Bildung. Und da freuen wir uns darüber, dass in diesem ausführlichen Antrag zumindest an einer Stelle auch die berufliche Bildung erwähnt ist, in der entsprechend die Mobilität gefördert werden soll. Wir wünschen uns, dass in der praktischen Umsetzung dieses Antrages, wenn er denn verabschiedet wird, dass hier ein Schwerpunkt auch gelegt wird. Denn in der Tat ist es wichtig, nicht nur in der Schule, sondern gerade auch für die jungen Menschen in Ausbildung, dass man da konkrete Austauschprogramme organisiert, damit der Spracherwerb gelingen kann. Und Herr Kollege, wie Sie es eingangs bei der Einbringung des Antrags sagten, in der Tat, das sollte nicht in der Schule oder in der Ausbildung enden, sondern ein Leben lang fortgesetzt werden. Das heißt, an der Stelle ist dieser Antrag und die Umsetzung unserer Ansicht nach ein erster Schritt. Und es müssen weitere folgen, dass man einen intensiveren Austausch miteinander zwischen unseren Ländern erreichen kann. Aber eben, und das ist uns wichtig, nicht nur in der Schule, sondern gerade auch in der nicht akademischen Ausbildung. Danke. Merci. La parole est à M. Fernandes et ensuite à M. Chudu. Danke. Das Wort hat Herr Fernandes und dann Herr Chudu. Liebe Kollegen, der Spracherwerb und die Sprachpraxis führt zur Öffnung, zur Aufgeschlossenerheit und strukturiert auch das Denken besser. Sonst bleibt auch der Fremde immer ein Fremder. Und diese Brücken, die geschlagen werden, müssen gefördert werden und der Text muss dies bekräftigen. Also es geht hier um die Förderung, um die Anregung, um die Entwicklung des Sprachenunterrichts in beide Richtungen. Meine Fraktion ist dafür. Denn die Lage ist beunruhigend. Also 1994 haben mehr als 600.000 deutsche Schüler sich für das Französische entschieden. Und die sind im letzten Jahr nur zurückgegangen auf 150.000. Also in beiden Ländern haben wir wirklich eine beunruhigende Entwicklung. Das zeigt aber auch, dass neben dem Rückgang der Schülerzahl auch die Lehrkräfte zurückgehen. Und zwar sprunghaft. In zehn Jahren sind mehr als 1.000 Deutschlehrstellen nicht besetzt worden. Das sind also mehr als 70 Prozent der Stellen. Und damit verschlechtert sich die Unterrichtsbedingungen. Auch die Arbeitsbedingungen für die Lehrkräfte, die müssen öfter in mehreren Schulen arbeiten. Und viele Deutschlektionen werden geschlossen, sodass es nicht mehr möglich ist, flächendeckend Deutsch zu lernen. Das Schulamt hier im Elsass hat zum Beispiel keine besseren Lösungen gefunden bisher. Und da werden also nur Jobdatings durchgeführt. Sprechen Sie Deutsch heißen die. Da gibt es ein 15-minütiges Gespräch. Das wird getimt. Und danach wird man zum Deutschlehrer geschlagen und kann dann in zweisprachigen Zweigen unterrichten. Also es ist eine Prekariatsarbeit. Und auch ein Verfall dieses Berufs. Und solche Menschen verdienen nur halb so viel wie Französischlehrer in Deutschland. Ich danke Ihnen. Danke. Herr Schüdo. Dann Herr Etzel. Danke, Frau Vorsitzende und Herr Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also die Wiederbelebung des deutsch- und französischen Unterrichts ist eine absolute Notwendigkeit. Wenn man die Idee der deutsch-französischen Freundschaft und Kooperation überhaupt Gestalt und Leben verleihen will. Das ist also begrüßenswert, auch in unseren Augen. Die Lage des Deutschunterrichts in Frankreich ist katastrophal. Der Kollege hat darauf hingewiesen. 2001 waren 18 Prozent der französischen Schüler. Die haben also Deutsch in der Grundschule gemacht. Das ist geschrumpft auf drei Prozent. 2006 gab es mehr als 10.000 Deutschlehrer. Die sind heute nur noch 5.000. Ein regelrechter Zusammensturz. Und ich bin also keineswegs stolz auf diese wirklich miserablen Zahlen. Es gibt Ministerialunterlagen, deutsch-französische Ministerialunterricht, die nennen sich Strategien zum Erlernen der Partnersprache. Wenn man das sich aber genau anschaut, stellt man fest, dass das eine Art Privékatalog ist. Also, das heißt, das sind nur so Schlagwörter ohne konkretes Engagement zur Korrektur. Und wir werden ja, glaube ich, in Bonn, und darüber freuen wir uns, den französischen Bildungsminister treffen und den deutschen Amtskollegen. Da wird es um den Unterricht gehen, um den wahrhaften, konkreten Inhalt, das nicht nur bei Absichtserklärung bleibt. Wir wollen hier auch wirklich das Image des jeweiligen, der anderen Sprache aufpolieren. Danke, Herr Schwitzel. Danke, Frau Vorsitzende. Also, ich möchte mich auch aussprechen für diese Arbeitsgruppe. Jetzt ist ja doch der Moment gekommen, wo wir uns bewusst machen müssen, dass das Problem nun großer Ausmaß angenommen hat. Und damit meine ich, es gibt einen Kollaps des Deutschunterrichts in Frankreich und umgekehrt des französischen Unterrichts in Deutschland. Wenn man sich in Deutschland umschaut, stellt man fest, es gibt nur noch 15 Prozent der jungen Deutschen, die Französisch lernen. Und jetzt haben wir auch für Frankreich schon die Zahlen gerade genannt. Also, es gibt viermal weniger junge Franzosen, die Deutsch lernen inzwischen. Die Arbeitsgruppe muss konkrete Vorschläge zeitigen und auch sagen, dass auch bei den sinnvollen Vorschlägen es ja auch immer darum geht, nicht nur die Schüler, sondern auch ihre Eltern zu überzeugen, Deutsch in Frankreich als Unterrichtsfach zu nehmen. Und das gilt eben auch, das ist möglich über vernünftige Innovationen. Zum Beispiel in der sechsten Klasse, da muss man eben neben dem Deutschen auch Englisch anbieten, damit man nicht auf das eine verzichten muss. Und wir müssen auch bis hin zum Hochschulunterricht gehen. Denn wenn man sich anschaut, wie viele Studenten Deutsch studieren und lernen, das ist katastrophal. Wir haben in Straßburg eine entsprechende Fakultät, die war früher eine strahlende Fakultät mit großem Ruf. Das hat sich alles verschlechtert. Und die Arbeitsgruppe, so hoffe ich, wird dafür sorgen können, dass wir diese Situation korrigieren können. Denn das ist jetzt oder nie die Gelegenheit. Hier müssen wir jetzt Alarm schlagen. Denn ansonsten wird das Unverständnis zunehmen. Denn wir wissen, über den Spracherwerb lernt man auch die Kultur des Nachbarn kennen. Und auch das ist eine Voraussetzung, um unsere deutsch-französischen Beziehung zu stärken. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht hier nicht um die Einsetzung einer Arbeitsgruppe, sondern wir haben zwei Arbeitsgruppen, die schon eingesetzt sind über die Energiesouveränität und über die Zukunft Europas. Und die dritte setzt an bei der kohärenten Umsetzung der Richtlinien. Und heute Nachmittag geht es dann um die Abstimmung über Außen- und Sicherheitspolitik. Also das alles ist schon sehr zeitaufwendig und sehr energieaufwendig. Also das sind jetzt eher Vorschläge, konkrete Vorschläge, die wir machen im Hinblick auf eine Entschließung. Aber ich möchte, dass nicht nur in der Nationalversammlung, sondern auch in anderer Versammlungssicht dieses Thema zu eigen machen. Und dass wir als deutsch-französische Parlamentarische Versammlung darauf achten, dass die Regierungen verschiedene Schritte einleiten. Gibt es noch Wortmeldungen? Herr Thibaut, bitte. Ja, ich sehe Sie leider nie, lieber Thibaut, Entschuldigung. Danke, Frau Vorsitzende. Wir unterstützen diesen Vorschlag, diese Vorlage für einen Beschluss. Ich möchte mich nochmal an die Deutsch-Bulligen wenden. Also da ging es um das, was Herr Fernandeski ist. Also wir machen nicht dieses 15-minütige Speed-Dating nur, wir machen auch echte Auswahlverfahren. Also nicht, dass die Herrn Fernandes das missverstehen. Noch eine Einschränkung, eine kleine Einschränkung zum Beschluss. Ich glaube, da fehlt vielleicht was, nämlich wie wir die Wirtschaftswelt mit einbeziehen können. Wir haben kürzlich einen Vorschlag zu Erasmus für Lehrlinge, Lernende erörtert. Und ich denke, die deutsch-französische Wirtschaft, die muss ja auch eine Rolle spielen. Denen geht es also auch darum, den Austausch zu fördern. Es geht nicht nur um akademischen Austausch. Und zum Abschluss noch vielleicht die Aufforderung, einen anderen Punkt mit zu bedenken. In Deutschland haben wir die Länder, die diese Zuständigkeit haben beim Lernen der Sprache. In Frankreich haben wir uns eingesetzt, also hier in der össischen Gebietskörperschaft, dass die Sprache hier zumindest stark gefördert wird. Und auch da sollte der Staat sich stützen auf die jeweiligen Gebietskörperschaften, wenn sie dies wünschen. Dankeschön, das als Ergänzung. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben das alles zur Kenntnis genommen. Ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Und daher schlage ich vor, zur Prüfung des Änderungsantrags zu schreiten. Und schlage vor, Frau Glöckner hat diesen einzuführen. Bitte. Usavina Barola. Sie haben das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, zu diesem Antrag etwas zu sagen. Und es wurde ja mehrfach betont, wie wichtig es ist, dass wir unsere Nachbarschaftssprache erlernen. Es wurde vieles darüber gesagt. Ich will noch einen weiteren Punkt einfließen lassen. Es stärkt auch den Respekt füreinander, für unsere Bevölkerung miteinander und auch den Zusammenhalt. Und es ist gerade in diesen Zeiten ein enorm wichtiges Potenzial, das wir heben müssen. Es steht im Aachener Vertrag, dass wir auch die Sprache fördern. Und es ist ein wichtiges und richtiges Zeichen, dass wir an dieser Stelle als Parlamentarier uns daran machen, Zeichen zu setzen, dass wir stark sind in der Umsetzung und auch unsere Regierungen auf den Weg bringen. Wir haben in dem Änderungsantrag nochmal deutlich gemacht, wir wollen Weiterbildung einbeziehen. Wir wollen die sprachliche Bildung von den Kindern, den Kleinsten, der Kita bis zur Schule, bis zum Studium. Auch die Lehrberufe haben wir eingeschlossen. Und darüber hinaus auch die Menschen, die im Erwachsenenalter sind. Denn viele haben die Sprache einmal erlernt und wollen oder suchen nach Möglichkeiten, diese Sprachkenntnisse wieder aufzufrischen. Es braucht auch die richtige Finanzierung. All das ist sehr wichtig. Und ich würde mich freuen, wenn wir diese Impulse setzen könnten. Ich will allen nochmal danken, die unterzeichnet haben. Allen voran Valerie Rabot, die hier entscheidende Impulse gesetzt hat. Vielen Dank. Danke, liebe Kolleginnen und Kollegen. Gibt es weitere Wortmeldungen? Ja, Friederik Putti, bitte. Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe vorhin, bin wir nicht eingegangen auf die Technoprobleme. Aber dieses Dokument gibt uns noch eine wichtige Angabe, nämlich die Verfassungsmäßigkeit in Deutschland und in Frankreich. Also in Frankreich geht es ja auch um die Regionen, die hier einbezogen werden müssen. Und wir müssen auch unsere Regierungen in Frankreich und auch den Ländern die Frage stellen, nach der Spezifik einer Sprache gegenüber einer anderen. Ich denke, das wird gefragt werden. Also wenn man zum Beispiel zwei Sprachen anspricht, Deutsch in der sechsten Klasse, das könnte ja auch das Franische sein oder was anderes. Also wir sollten, also ich denke, unsere Versammlung soll hier wirklich ansetzen, und das geht auch hervor aus diesem Änderungsantrag, ansetzen bei der rechtlichen Anerkennung, nämlich dass also die Partnersprache vielleicht doch einen höheren Wichtigkeitsgrad hat gegenüber anderen Sprachen, damit das nicht zu Blockaden kommt. Bei Deutsch zum Beispiel, da sind die Spanischlehrer immer dagegen, wenn Deutsch eingeführt werden soll. Also da gibt es bei uns sehrartige Probleme. Und diesen Änderungsantrag, den halte ich für sehr wichtig. Danke. Vielen Dank. Frau Rabot. Ja, vielen Dank. Wie es bereits von meiner Kollegin Angelika dargelegt wurde, haben wir eine Entschließung einerseits vorliegen, die wir dann aber später wahrscheinlich zurückziehen, um diese in geänderten Form zu verabschieden. Wir möchten hier eine ganz eindeutige Botschaft an unsere Regierungen aussenden. Wir haben andere Organisationsformen. In Deutschland sind es die Länder. Wir haben eher eine zentralistisch organisierte Regierung. Aber wir stellen fest, dass wir als Parlamentarierinnen und Parlamentariern, da spreche ich für die französischen Kollegen, wenn wir hier die Rektoren oder die Inspektoren der Akademien haben, dann geht es häufig um stündlich bezahlte Verträge. Wir müssen hier vielleicht auch von uns ausgehend auf das ganze Gebiet eine Botschaft aussenden und sagen, es gibt eine Entschließung, die hoffentlich dann auch verabschiedet wird, damit wir dann den Inspektoren, den Rektoren, den Schulleitern hier entsprechend Unterstützung bieten können für die stündliche Ausstattung, was die Stundenzahl für den Deutschunterricht angeht. Für Deutschland wird es sicherlich ein bisschen anders aussehen als für Frankreich, aber es ist von größter Bedeutung. Und deswegen haben wir ja auch oft diese Strategie zur Wiederbelebung unter Berücksichtigung der Eigenheiten beharrt. Und es geht natürlich auch um die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer. In Frankreich zum Beispiel organisieren wir in der Region Occitanie eine Veranstaltung. Und auch hier müssen wir die Wertschätzung der Schulbehörden entsprechend zum Ausdruck bringen. Das erscheint mir sehr wichtig. Ja, vielen Dank, Herr Fernandes. Entschuldigung, vielleicht ganz kurz dazu an den Kollegen Thibaut gerichtet. Ich habe hier das Stellenangebot, das Jobdating der Akademie Straßburg, wo es um die Rekrutierung von Deutschlehrern geht in der Primarstufe. Also das möchte ich meinem Kollegen Thibaut nur geben. Also 15 Minuten beim Jobdating und dann werden Sie zum Deutschlehrer auserkoren. Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann wird dieser Text heute Nachmittag mit Ihrem Änderungsantrag Frau Glöckner und Frau Rabot zur Abstimmung gestellt, wird feierlich abgestimmt in der Versammlung. Und dann lasse ich jetzt Frau Rabot und Frau Glöckner die Entschließung bzw. die Vorlage für die gemeinsame Entschließung vorstellen. in dem Wissen, dass Sie die Unterstützung der beiden Vorsitzenden des Vorstands haben zu dem Änderungsantrag, den Sie vorgelegt haben. Frau Rabot, Frau Glöckner. Merci. Wir werden den Antrag zurückziehen. Merci, cher Kollege. Ja, vielen Dank, liebe Kolleginnen. Damit kommen wir dann zu der Vorlage für einen Vorschlag einer gemeinsamen Entschließung. Hier geht es um die Vorlage zur Förderung der deutsch-französischen Freundschaft durch Begleitmaßnahmen im Bereich des Rundfunks und der gemeinsamen Filmindustrie von Herrn Kleinwächter. Herr Schülow, bitte. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sinn dieses gemeinsamen Vorschlags für eine Entschließung ist, dass es ja den Völkern obliegt, die gemeinsames Verständnis zu entwickeln und das durch eine kulturelle Nähe. Wir glauben, dass die deutsch-französische Freundschaft und ihre Ausprägungen ein Modell ist, was an Schwung verloren hat. Es gibt starke Signale, die wir festgestellt haben, zum Beispiel eine eklatante Verringerung des Lernens der Partnersprache. Es gibt auch Zeichen, die zeigen, dass wir uns voneinander entfernen im Hinblick auf das gemeinsame Verständnis und kennenlernen. Arte zum Beispiel bei den Medien, da gibt es den Anteil der deutschen Produktionen, der minimal ist. Die französischen Zuschauer sehen wenig deutsche Filme, hören wenig deutsche Musik und sehen wenig deutsche Serien. Es wird sehr wenig auch von deutschen Produktionen gesprochen in der Presse. Der Entschließungsvorschlag möchte also sich hier dieser Routine und diesem einschläfernden Rhythmus entgegensetzen, denn hierdurch wird die deutsch-französische Beziehung geschwächt. Wir möchten, dass die Regierungen hier in den großen Medien die Kenntnis der Kultur fördern, der Lebensweise und des Lebens in dem Partnerland. Das ist Punkt 8 und 9 dieses Entschließungsentwurfs. Und wir möchten auch, das ist in Paragraph 10 nachzulesen, dass hier ein entsprechendes Institut geschaffen wird und ein deutsch-französischer Filmpreis. Dankeschön. Ich möchte Herrn Birkwald bitten. Ja, verehrte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag hat ja das ein oder andere Charmante an Forderungen. Und ich bin auch, wie meine Fraktion, für deutlich mehr kulturelle Zusammenarbeit, auch auf dem Gebiet von Film, Fernsehen und auch Serien. Mein Kollege Schüdo hatte eben angesprochen, bei Arte seien wenige deutsche Filme und nur wenige deutsche Serien zu sehen. Ja, das liegt vielleicht daran, dass die französischen so viel besser sind, dass wir deutlich mehr französische sehen. Ich freue mich darum sehr, dass wir nachher Gelegenheit haben werden, Arte zu besuchen und uns ein eigenes Bild zu machen. Und Arte dieser Form der Zusammenarbeit ist ein Sender. Das gibt es nur zwischen Frankreich und Deutschland und ansonsten nicht. Und ich bin sehr froh, dass wir Arte haben. Meine Fraktion wird diesen Antrag ablehnen und zwar aus mehreren Gründen. Zwei will ich benennen. In Punkt 4 steht drin, es geht um das Projekt The European Collection, aber es muss erweitert und von jeglicher Ideologie befreit werden. Meine Damen und Herren, das geht nicht. Jegliche Ideologiebefreiung, das geht nicht. Es gibt Liberale, es gibt Sozialistinnen, Sozialisten, Konservative und so weiter. Sie werden nie einen Text und nie eine politische Aussage von jeglicher Ideologie befreien. Wer sowas schreibt, hat keine Ahnung und deswegen werden wir das nicht unterschreiben können. Aber es gibt einen wichtigeren Punkt. Und der wichtigere Punkt ist der letzte, zwölf. Die Rundfunkgebühr in Deutschland soll abgeschafft werden, wie es Frankreich bereits getan hat. Nun kann Frankreich das gerne tun und wird seine eigenen Erfahrungen damit machen. Das geht uns in Deutschland auch nichts an. Aber die Rundfunkgebühr in Deutschland wollen wir gerne nicht abschaffen, sondern wir haben aus guten Gründen nach dem Zweiten Weltkrieg entschieden, dass wir keinen staatlichen Rundfunk haben wollen, sondern dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben wollen, der auch gebührenfinanziert ist. Über die Höhe der Gebühren kann man streiten und ich verhehle nicht, ich werde nicht der einzige Deutsche hier im Saal sein, der sich jeden Tag über die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender und Fernsehsender ärgert. Trotzdem wollen wir aber die Rundfunkgebühr erhalten und deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen. Ich danke Ihnen. Merci. La parole est à Monsieur Clouet. Vielen Dank. Herr Clouet hat das Wort. Vielen Dank. Ich glaube, dass bereits alles gesagt wurde. Wir werden natürlich dagegen stimmen. Der Text ist eine Art merkwürdige Verbindung zwischen dem Programm, was hier zitiert wird von Emmanuel Macron, also Abschaffung der Fernsehgebühr. Da zeigt sich einfach nur eine feindselige Haltung gegenüber dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen und der Pressefreiheit. Also erstes Opfer einer solchen Verabschiedung wäre Arte. Also Sie verkaufen uns jetzt eine deutsch-französische Kooperation und legen uns das vor. Außerdem, wenn ich das lese, fehlen vielleicht ein paar Stunden Arbeit, um zu wissen, was die deutsch-französische Kooperation ausmacht. Wir wollen eine Konkurrenz zu den chinesischen und amerikanischen Produktionen und das, indem Sie die Fernsehgebühr abschaffen. Ja, also das ist übrigens auf Kanal 5, falls Sie da mal reinschauen wollen. Dann geht es um den Filmpreis. Das ist eine wunderbare Idee. Das ist ja bereits schon im Jahr 2000 vorgeschlagen worden. Sie befürworten ebenfalls eine Produktion deutsch-französischer Natur, die erweitert werden soll. Das ist exzellent. Aber seit 2003 gibt es ja die Kinotage, die deutsch-französischen Kinotage. Also das besteht alles bereits. Und wir erwarten ungeduldig eine Entschließung. Das ist ja einfach nur ein Vorwand, um sich gegen die öffentlich-rechtlichen Sender auszusprechen. Also wir sagen Nein. Vielen Dank. Frau Büffet. François Büffet, bitte schön. Ah, Sie haben nicht ums Wort gebeten. Frau Rigoll. Vielen Dank. Vielen Dank, werte Kolleginnen und Kollegen. Mein Kollege Adrien Clouet hat schon sehr vieles dazu gesagt, was dieser Vorschlag beinhaltet. Fehlen von Kultur, Mangel an Kultur. Ich möchte zwei Punkte herausgreifen zur deutsch-französischen Kultur. Sie sprechen hier von Serien. Vielleicht schauen Sie mal sich wirklich Serien an auf Arte. und ich möchte nur eine zitieren. Oder vielleicht kommen Sie zum Filmfestival Augenblick. Das ist ein deutsch-französisches Filmfestival. Vielleicht zu stark gefärbt für manche Kolleginnen und Kollegen. Oder vielleicht haben viele vergessen, dass Europa auch aus dieser Vielfalt hervorgegangen ist. Aber ich möchte mich auf das Thema konzentrieren, was uns hier beschäftigt. Die Abschaffung der Rundfunkbeiträge ist in Frankreich erfolgt. Arte war das erste Opfer dessen und hat hier runtergelitten. Der französische Staat kompensiert natürlich das, was hierdurch vermindert wurde. Aber welche Stabilität können wir gewährleisten in der Zukunft, wenn wir dieses Förderungsinstrument für unsere Kultur und für die Verbindung unserer Kulturen über die Kultur hinweg weiter aufrechterhalten werden? Das wissen wir nicht. Lieber Kollegen von der extremen Rechten, vielleicht kommt dann auch noch die Abschaffung von jedwede Unterstützung der gemeinsamen Kultur und zeitgenössischer Werke. Und ich glaube, das ist alles, was man dazu sagen kann. Wir werden dagegen stimmen. Vielen Dank, liebe Kollegin. Herr Döller-Pocht. Vielen Dank. Positiv mit den Nationalisten und der extremen Rechten und den populistischen Bewegungen in Deutschland und in Frankreich, denn hier ist ja auch die AfD mit beinhaltet, ist, das hat ja der Herr Kollege Chloé gesagt, dass diese Entschließung das heiße Wasser sozusagen neu erfinden wird, aber mir läuft es da kalt den Rücken runter. Es geht um Liberalisierung, um Desideologisierung, Entideologisierung von Informationen. In autoritären Regimen haben wir gesehen, was das bedeutet, in Europa und anderswo. Die Information ist nicht frei, sie ist vereinnahmt. Und das, was wir in Europa feststellen, gilt auch für anderswo. Sie wollen also die Mittel abschaffen für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, für die Kultur, die sie ja eigentlich verteidigen wollen. Aber die Rundfunkgebühr, deren Abschaffung wird nur zu einer Schwächung des Pluralismus führen. Deswegen sind wir selbstverständlich gegen diese Entschließung. Und wenn man gegen Ideologien ist und trotzdem sich hinter einer Ideologie verbirgt, dann kann ich dem Herrn Chloé nur sagen, das ist übrigens auf Knopf 7, wenn Sie Arte einschalten wollen, und nicht auf Knopf 5 auf Ihrer Fernbedienung. Ja, vielen Dank. Ich sehe keine Wortmeldungen mehr. Ja, doch, da hinten ist noch eine. Emanuela Kress. Entschuldigung, ich hatte Sie nicht gesehen. Vielen Dank. Ja, in der Tat müssen wir uns gegen diesen Entschließungsentwurf aussprechen, denn es geht ja nicht darum, den Dialog zwischen den Völkern zu stärken. Es geht um eine ideologische Maßnahme. Und bereits beim Festival in Cannes gibt es eine Vereinbarung zwischen Deutschland und Frankreich, der sehr erfolgreich ist. Und es gibt deutsch-französische Filme, die beispielsweise finanziert worden sind im letzten Jahr. Also die Entschließung ist äußerst kritisch über die derzeitige Bilanz. Es ist die Sprache von Entideologisierung und Kontrolle der Informationen. Also es ist ein wirklicher Angriff auf das europäische Vorhaben. Wir haben Arte genannt, wir haben France Media Monde. Und das war ja darauf abgezielt, einen gemeinsamen medialen Raum zu schaffen, um unsere engen Verbindungen zu knüpfen und um Dinge zu teilen und nicht um sie zu kontrollieren. Es geht ja auch um Bildung. Auch hier müssen wir uns der Aufklärung verschreiben. Wir müssen unser gemeinsames Erbe würdigen. Und wir müssen Vertrauen haben in die Bildung und in das Bildungswesen, wodurch unsere jungen Menschen eine kritische Würdigung dessen vornehmen können. Nein zu Projekten, denn diese Projekte, die wir seit dem Aachener Vertrag angestoßen haben, müssen sich nicht der Licht unter den Scheffel stellen. Auf all diesen Gründen möchten wir diese Entschließung ablehnen. Vielen Dank, lieber Kollege. Ehe ich jetzt die Aussprache schließe, überprüfe ich noch einmal, ob es noch Wortmeldungen gibt. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist unsere Vormittagssitzung damit beendet. Wir werden die Aussprache aussetzen. Da sie ja bestimmte Vorgaben einhalten müssen durch ihre Züge und Flüge, schlage ich vor, dass wir um 14.15 Uhr pünktlich beginnen mit den beiden Vorsitzenden und unseren beiden Präsidentinnen. Und dann wird über sämtliche Texte abgestimmt. Dann folgt die Anhörung der Minister und dann die Aussprache über die Balkanstaaten. Also 14.15 Uhr geht es weiter hier im Plenarsaal. Und wir gehen jetzt zum Mittagessen. Sie werden dorthin geleitet in das Restaurant. Bis später. Und vielen Dank für diesen fruchtbaren Austausch heute Vormittag. Vielen Dank. Heute Morgen hatten wir verschiedene Textvorlagen und haben uns darüber beraten und Änderungsanträge. Wir kommen nun zur Abstimmung der geprüften Texte. Und ich werde auch die entsprechenden Änderungsanträge zur Abstimmung stellen vor der Abstimmung über den eigentlichen Text. Ich überlasse den Vorsitz jetzt der Vorsitzende des Vorstands, Frau Brigitte Klinkert. Merci, Madame la Présidente. C'est bon. Ja, ich habe das Mikro gut. Danke, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden jetzt abstimmen über die Vorlagen, über die wir heute Morgen beraten haben. Der erste Text betrifft die Vorlage für einen Beschluss PV 2023-3 bezüglich der Einsetzung einer Arbeitsgruppe Außen- und Sicherheitspolitik im Rahmen der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung. Also, wir werden jetzt den Änderungsantrag Nummer 1 diesbezüglich zur Abstimmung stellen. Er wurde eingereicht und präsentiert von Herrn Scharl-Sitzenstuhl und wurde ebenfalls unterzeichnet von Dr. Nils Schmidt und mir selbst. Diesen Änderungsantrag stelle ich nun zur Abstimmung. Wer ist dafür? Ich danke. Wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich der Stimme? Dankeschön. Damit ist dieser Änderungsantrag verabschiedet. Nun stelle ich die Vorlage für einen Beschluss zur Einsetzung dieser Arbeitsgruppe zur Abstimmung. Wer ist dafür? Ich danke Ihnen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich der Stimme? Damit ist diese Arbeitsgruppe nun imstande, eingesetzt zu werden, aufgrund oder dank dieser positiven Abstimmung. Danke. Dann PV 23.4, also Vorlage für eine gemeinsame Erschließung für ein lebendiges und erfolgreiches Lernen der Partnersprache. Ich möchte zunächst hier ebenfalls den Änderungsantrag Nummer 1 zur Abstimmung stellen. Eingebracht von Sandra Weser, unterzeichnet von Nils Schmidt, Angelika Klottner, Valerio Rabot, Chantal Kopf und Nils Schmidt. Wer ist dafür? Und mir selbst. Danke. Dagegen? Ich sehe keine Gegenstimme mehr. Enthaltung? Gut, einstimmig. Wunderbar. Ich danke Ihnen. Und jetzt stelle ich die eigentliche Vorlage für einen Vorschlag einer gemeinsamen Entschließung zur Abstimmung für ein lebendiges und erfolgreiches Lernen der Partnersprache. Wer ist dafür? Danke. Gegenstimmen? Das ist nicht der Fall. Keine Enthaltungen? Dann ebenfalls Einstimmigkeit zu diesem wirklich sehr guten Thema, das uns allen so wichtig ist. Und dann der letzte Vorschlag einer gemeinsamen Entschließung über, also betrifft also die Wiederbelebung der, die Förderung der deutsch-französischen Freundschaft durch Begleitmassen im Bereich des Rundfunks und der gemeinsamen Filmindustrie. Eingebracht von Robert Schumschuto und Norbert Kleinwächter. Ich stelle Ihnen zur Abstimmung. Wer ist dafür? Wer ist dafür? Wer ist dagegen? Stimmenthaltungen? Damit ist diese Vorlage abgelehnt. Und wir sind am Ende mit der Abstimmung, meine Damen Präsidenten. Ich danke Ihnen und ich leite wieder über an Sie. Wir setzen die Sitzung drei Minuten lang aus und machen Punkt 14.30 Uhr mit der Anhörung der beiden Minister weiter. Und wir setzen die Sitzung. Amen. voudst! Sitzung. Wir setzen die Sitzung. Pizzü. Vielen Dank. 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 Und das im Dienste aller Staaten, nicht nur im Dienste von Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien, sondern das soll allen zugutekommen, auch Polen, allen 27 Staaten Europas. Viele Staaten fragen sich, die Steuereinsparungen, Nachlässe und so weiter, das kommt doch nur den stärksten Staaten zugute und nicht uns. Diese Politik muss allen zugutekommen und nicht nur einer kleinen Anzahl von Ländern. Und dann noch ein drittes entscheidendes Instrument, das wiederhole ich hier, nämlich die Frage der Finanzierung. Nicht alles kann aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Da müssen wir stärker auch Fantasie walten lassen, auch über die Privatwirtschaft gehen zum Beispiel, über die Finanzmärkte, damit Europa nun wirklich gewappnet und stark ins 21. Jahrhundert tritt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Minister. Ich erteile nun dem Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Dr. Robert Habeck, für fünf Minuten das Wort für seine einleitenden Ausführungen. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Bärbel Baas, liebe Präsidentin der Nationalversammlung, liebe Frau Braun-Priwe, danke für die Gelegenheit, hier ebenfalls vorsprechen zu können. Es ist mir eine große Ehre und tatsächlich würde ich mich freuen, wir würden auch bald gemeinsam in einem Raum sein, um uns dann direkt austauschen zu können. Ich kann an Bruno Le Maire direkt ausschließen, würde allerdings gerne eine politische Vorbemerkung machen. Wir haben dieses Jahr den 60-jährigen Elysée-Vertrag im Januar in Paris begangen. Die Reden, die dort gehalten wurden, die sind mir sehr noch in Erinnerung. Denn es ist natürlich ein besonderes Jahr, noch immer mit Blick auf den fürchterlichen Krieg, den Putin in der Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Und das sage ich deshalb, weil so vertraut unsere politische Zusammenarbeit inzwischen geworden ist, es immer noch besonders ist, dass Deutschland und Frankreich im Zentrum von Europa diese Achse bilden. Wir haben eine andere Geschichte und unsere Väter und Großväter haben sich auf den verschiedenen Schlachtfeldern so totgeschossen, wie es jetzt die Russen auf die Ukrainer tun. Es ist also eine historische Leistung. Und vor diesen historischen Leistungen sind all die Debatten zu sehen, die wir jetzt führen. Diese historische Leistung, und Bruno Le Maire hat es auf seine vornehme Art in Nebenbedeutung, in Nebensätzen angesprochen, bedeutet natürlich auch, dass Deutschland und Frankreich, Frankreich und Deutschland nicht immer automatisch einer Meinung sind. Es wäre ein völliges Missverständnis, wenn man glauben würde, dass die besondere politische Bedeutung der Zusammenarbeit, der vertrauten, intensiven Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern auf einer unterstellten, immer Einstimmigkeit der Meinung beruht. Ich würde sogar sagen, mitunter ist es genau das Gegenteil, dass von der Historie bis zu den konkreten Blicken auf Energieversorgung Deutschland und Frankreich häufig sehr unterschiedlich starten. Aber wenn wir uns einig sind, wenn wir einen Kompromiss finden, wenn wir einen Bogen spannen können, dann ist er in der Regel so breit, dass auch die anderen europäischen Staaten sich darin wiederfinden können. Das ist die besondere Bedeutung unserer Zusammenarbeit. Nicht, dass alles einfach ist, sondern dass wir uns der Verantwortung stellen, auch schwierige Wege oder Brücken zu bauen, weil das Europa zusammenhält. Das sage ich jetzt in diesem Jahr mit Blick und großer Dankbarkeit auf das letzte Jahr, wo wir vor allem in der Energieversorgung uns sehr geholfen haben, Frankreich erstmalig mit Gaslieferungen nach Deutschland, Deutschland mit der Stabilisierung des französischen Strommarktes. Das kann gerne ausgebaut werden. Die Verbindung unserer jeweiligen Strom- oder Energiesysteme ist sicherlich eine der zukünftigen Aufgaben in Europa. Und Fortschritte sind dort erzielt worden. Nicht nur im Strombereich, sondern mit Blick auf Wasserstoff. Frankreich baut aus Spanien kommend die sogenannte Age-to-Med-Pipeline, eine Wasserstoff-Pipeline. Und sie soll bis nach Deutschland reichen. Das macht die Kapazitäten größer. Das macht die Volumen größer. Ich glaube, wir profitieren beide alle voneinander. Bruno Le Maire hat angesprochen, dass wir die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit in einer Zeit verstärken müssen, wo Wirtschaftspolitik wieder Geopolitik ist und sehr stark umkämpft ist. Wo China und die USA in eigenen Interessen, aber auch mit gegenseitigen Konflikten Interessenssphären abstecken. Und Europa vermeiden muss, sich zwischen China und den USA oder anderen Regionen zu entscheiden. Also eine eigene Wirtschaftssicherheitspolitik, ja Wirtschaftspolitik überhaupt als Wirtschaftssicherheitspolitik zu begreifen, scheint mir dringend erforderlich und eine Lektion auch aus dem letzten Jahr. Und da hat sich gezeigt, wie Deutschland und Frankreich, Frankreich und Deutschland zusammenarbeiten können. Bruno und ich, wir waren Anfang des letzten Jahres in den USA. Und natürlich hat am Ende die Kommission Schritte unternommen, mit den USA zusammenzukommen. Aber vielleicht darf man schon sagen, dass ein gemeinsamer Bürosuch von Frankreich und von Deutschland in den USA bemerkenswert wahrgenommen wurde und damit ein bisschen der Boden bereitet wurde für weitere Schritte. So ist es gelungen, den Temporary Crisis Framework hinzubekommen. So ist es gelungen, bestimmte Verfahren bei der Beihilfe einfacher zu machen. Ich stimme aber bei Bruno Le Maire zu ausdrücklich zu, dass die politische Aufgabe im Moment nicht mehr alleine ist, für faire Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt zu sorgen. Das muss natürlich auch so sein, selbstverständlich. Und wir brauchen da Solidarität. Aber wenn wir alle Regeln in Europa hundertprozentig richtig machen, aber drei Jahre, fünf Jahre für irgendwelche Entscheidungen brauchen, dann haben wir alles falsch gemacht. Das heißt, die eigentliche Wettbewerbssituation ist Europa und andere Regionen der Welt. Und ich weiß mich mit Bruno Le Maire einig, dass wir es genauso sehen und darauf hinarbeiten wollen, diese Konkurrenz zu bestehen. Das betrifft nicht nur Zukunftstechnologien, Halbleiter, erneuerbare Energien, Elektrolyseure, Batterien und so weiter, sondern auch Medizinprodukte beispielsweise. Sicherlich auch die Frage von energieintensiven Unternehmen, die wir versuchen sollten zu halten, jedenfalls Teile davon zu halten in Europa. Und wenn ich vielleicht noch einen Punkt ansprechen darf, der, Sie wissen, dass ich von der Grünen Partei bin, der trotzdem wie ein Elefant im Raum steht, wenn wir 27 verschiedene Rüstungsindustrien in Europa haben und kein Teil zueinander passt, dann ist das nicht richtig. Auch da sind wir nicht wegbewerbsfähig. Also glaube ich tatsächlich, wie Bruno Le Maire gesagt hat, Wirtschaftspolitik als Wirtschaftssicherheitspolitik zu begreifen und die Zusammenarbeit europäisch zu verstärken, ist das Gebot der Stunde. Und wo könnte man das interessanter diskutieren als hier in der parlamentarischen Versammlung von Frankreich und Deutschland? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Ich übergebe das Wort wieder an meine Kollegen. Merci beaucoup. Ja, vielen Dank an die Herren Minister. Wir werden jetzt unsere Frage- und Antwortrunde durchführen. Jeder Fraktion hat eine Redezeit für die Stellen einer oder zwei Fragen an die Minister. Die Fragezeit wird verteilt und zwar wie folgt. Mit mehr als zehn Mitgliedern kann eine Fraktion sieben Minuten Redezeit bekommen, mit von drei bis neun Mitgliedern fünf Minuten Redezeit und von ein bis drei Mitgliedern drei Minuten Redezeit pro Fraktion. Jede Fraktion kann bis zu zwei Fragesteller benennen. Und das ist wichtig zu wissen, wie es üblich ist in dieser Versammlung, wird die Redezeit sowohl für die Fragen als auch für die Antworten berechnet. Ich bedanke mich also dafür, dass Sie am Anfang Ihrer Frage klarstellen, ob es sich an Herrn Le Maire oder an Herrn Habeck wendet oder an beide Minister und dann ein bisschen Zeit übrig zu lassen, damit Antwort gegeben kann auf Ihre Fragen. Ich erinnere daran, dass die Fragesteller auf den Knopf drücken müssen an ihrem Pult und sich erheben, wenn sie das Wort ergreifen. Wir werden also gemeinsam diese Sitzung mit Bärbel Bass leiten und ich gebe den französischen Fragestellerinnen und Fragestellern das Wort und Bärbel den Deutschen. Das nächste Mal können wir es vielleicht umgekehrt machen. Der erste Fragesteller, Herr Eric Wörth für die Fraktion Renaissance. Vielen Dank, Frau Präsidentin, an die Herren Minister, die gerichtet. Die Welt ändert sich, auch Europa. Das ist natürlich sehr banal. Es ist origineller, das Ganze aufzubauen, aber die Kluften sind groß und die Konzentration der Macht und die Zersplitterung ist auch außerordentlich in der Welt. Wir brauchen immer mehr unser Europa. Wir brauchen mehr Europa. Wir brauchen auch die deutsch-französische Achse, die die Dynamik für Europa bietet. Es gibt zwei Faktoren, wo es keine Einigkeit gibt im Moment in diesem Wandel. Faktoren, die Sie auch bereits angesprochen haben. Und zwar denke ich zunächst an die Energiepolitik, die alle anderen Politikbereiche auch leitet und anführt. Und wir haben hier nicht dieselbe Meinung darüber, welche Energiequellen heranzuziehen sind und wie die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft hier gestaltet sein soll mit der Energie. Die Forschung, ich denke an Wasserstoff, ich denke an Nuklearenergie. Also da gibt es natürlich sehr viele Investitionen. Das hat Herr Le Maire auch gesagt. Es gibt Investitionsprobleme und die müssen gelöst werden. Der zweite Punkt, wo es keine Einigkeit gibt, ist unser Ansatz, was den Weltmarkt angeht. Auch wir haben natürlich nicht dieselben Industrien. Wir haben nicht dieselbe Kultur. Und all dies kann natürlich zu einer Politik führen, die unterschiedlich gestaltet wird. Die Triebkraft, die deutsch-französische Triebkraft muss sich auch weiterentwickeln. Der Motor muss sich weiterentwickeln. Und um thermische Motoren durch Elektromotoren zu ersetzen, braucht man natürlich auch viele Diskussionen und viele Voraussagen für die Zukunft. Wenn die Parlamentarierinnen und Parlamentarier viele Informationen haben, dann müssen sie natürlich auch dafür Sorge tragen, dass in der Regierung hier auch gehandelt wird, damit diese Unterschiede überwunden werden können oder reduziert werden können und damit es mehr Konvergenzpunkte gibt. Der französische Wirtschaftsminister und der deutsche Wirtschaftsminister, ich möchte wissen, ob sie diese an sich teilen und ob sie glauben, dass es uns hier gelingen kann, diese im Wandel begriffene Welt zu adressieren. Ja, bitte zunächst einmal für die Fraktion Renaissance ein weiterer Fragesteller. Ja, vielen Dank. Ich werde es mich kurz fassen. Zunächst einmal möchte ich die beiden Minister beglückwünschen zu ihrem Bestreben zur Zusammenarbeit über wirtschaftliche und industrielle Themen. Das ist ja etwas, was bereits zwischen Bruno Le Maire und Peter Altmaier ins Leben gerufen wurde vor einigen Jahren und wird jetzt fortgeführt von Robert Habeck, auch mit Reisen nach Washington gemeinsam durchgeführt. Und ich sehe das als sehr wichtig für die Europäer, aber auch für den Rest der Welt. Kann man zum Beispiel auch ins Auge fassen, dass es eine Reise nach Peking geben wird oder in andere Welthauptstädte mit diesem deutsch-französischen Tandem. Das ist das erste Thema. Zweitens, da komme ich wieder auf die Energiefragen zu sprechen, eine äußerst wichtige Frage natürlich für unsere Regierungen. Da gibt es natürlich auch sehr viel, was auf dem Spiel steht für unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir alle fragen uns sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, wie es hier weitergeht. Auf der anderen Reinseite hat man so ein bisschen das Gefühl, dass Deutschland hier wirklich etwas Vorsprung hat. Aber die Presse berichtet ja auch darüber, dass es in Brüssel Diskussionen gäbe, die äußerst schwierig verlaufen. Die französische Politik stützt sich ja in Energiefragen eher auf die Atomenergie. Und da gibt es gewisse Unstimmigkeiten auch mit den deutschen Partnern. Aber hier müssen wir eine gemeinsame Verständigung finden und dass wir uns gegenseitig respektieren. Vielen Dank. Ich möchte jetzt unsere beiden Minister antworten lassen in der Reihenfolge, die sie selbst wählen können. Herr Lemaire. Herr Lemaire. Ich werde beginnen und zitiere Robert Habeck. Frankreich und Deutschland sind nicht immer einer Meinung. Aber das ist kein Problem. Das ist die Realität. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass wir zu einem Kompromiss kommen. Und dass wir Kompromisse aufbauen zwischen Deutschland und Frankreich. Es sind also zwei Themen, die von Eric Wörth und Charles Hitzendstuhl durchaus gut herausgearbeitet wurden. Der Weltmarkt, der Welthandel, da haben wir unsere jeweilige Position. Bei der Globalisierung hat sich natürlich alles geöffnet und es hat einen Riesenwandel gegeben. Europa musste seine Interessen verteidigen, neue Instrumente schaffen. Die staatlichen Hilfen und alle anderen Instrumente, die Europa bereitgestellt hat zur Energie. Hier haben wir ja Diskussionen geführt. Wir haben eine echte, tiefgehende Freundschaft mit Robert und wir haben häufig gemeinsam diskutiert. Robert weiß, dass die Atomkraft eine absolute rote Linie für Frankreich ist. Denn das steht ja für unsere wirtschaftliche Souveränität und unsere Unabhängigkeit. Wir müssen also die Diskussionen weiterführen. Und in einer Welt, die nicht unbedingt freundschaftlich gesinnt ist, müssen wir unsere Unterschiede so ausdiskutieren, dass wir zu Kompromissen kommen und dabei die roten Linien eines jeden respektieren. In Europa haben wir nicht so viele rote Linien. Und ich denke, wir müssen sie respektieren. Und ich ende, dass ich sage, eine Reise nach Washington ist wichtig. Und auch das Unterstreichen der deutsch-französischen partnerschaftlichen Beziehungen. Da wäre es wichtig, eine solche gemeinsame Reise zu unternehmen. Das hätte symbolischen Charakter. Auch mit dem Wirtschaftsminister aus Deutschland, Robert Habeck, zusammen. Auch nach Peking in den kommenden Monaten. Das wäre ein starkes Signal. Vielen Dank, Herr Minister. Möchten Sie das ergänzen? Ich reise jedenfalls sehr gerne mit Bruno Le Maire, wo auch immer hin. Die Frage ist natürlich immer eine Frage der Koordinierung. Aber in der Tat, die Reise in die USA war ja ein politisches Statement, dass die beiden Länder im Zentrum Europas und auch die beiden wirtschaftlich stärksten Länder sich nicht auseinander dividieren lassen an der Stelle. Und das kann man natürlich wiederholen. Also ich freue mich sehr, wenn wir diesen Gedanken weiter verfolgen und vielleicht dann auch schnell umsetzen können. Zu der Energiefrage. Ja, es ist offensichtlich, dass Deutschland und Frankreich dort unterschiedliche Perspektiven haben. Ich würde auch sagen, das ist in Ordnung, so wie alle Länder Europas einen unterschiedlichen Energiemix haben. Europa beruht im Binnenmarkt auf Wettbewerb. Und so sehe ich es. Wir treffen uns 2030 und schauen, wie sich die Strom- und Energiepreise entwickelt haben. Umgekehrt glaube ich, dass sich insgesamt der Unterschied eher geringer darstellt, als er im Moment politisch diskutiert wird. Ich kenne auch die französischen Ausbauzahlen für die Energiequellen. Und sie sehen ungefähr so aus, dass Frankreich von heute knapp 400 Terawattstunden nuklearer Energie, Frankreich wohlgemerkt, im Jahr 2060 auf 130 runtergehen wird. So jedenfalls meine Zahlen. Das heißt, auch da wird ein großer Ausbau von erneuerbaren Energien dazukommen. Aber wie gesagt, der europäische Strommarkt ist wettbewerblich organisiert. Und wenn wir ihn öffnen, dafür werbe ich sehr, werden wir schauen, wie sich die Strompreise für Verbraucherinnen und Verbraucher und für die Industrie dann ausnehmen. Und in dem Sinne ist es auch kein Problem, wenn man da unterschiedliche, also akzeptiert, dass die Länder unterschiedliche Wege gehen. Was den aktuellen Konfliktpunkt angeht, so ist es aus meiner Sicht so. Da reden wir über die Renewable Energy Directive, die RED Directive. Die am 30. März, wenn ich es richtig im Kopf habe, geeint wurde. Und wir würden tatsächlich gerne diese Einigung auch so stehen lassen. Der politische Punkt, UNO, verzeih mir, wenn ich das so aus meiner Sicht sage, ich hoffe, ich gebe es fair wieder, und da ist die Frage, können erneuerbare Energien und low carbon, also nukleare Energien gleichgesetzt werden? Also können nukleare Energien auf die erneuerbaren Ziele angerechnet werden? Ich für mich und für Deutschland kann sagen, Dekarbonisierung über die verschiedenen Wege, das ist okay. Frankreich hat sehr viel erreicht bei der Anrechenbarkeit, bei der Möglichkeit der Nutzung von nuklearer Energie, bei Net Zero Industrial Act und bei den Aviations und so weiter und so fort. Aber sie sind eben nicht gleich. Und das ist sozusagen für Deutschland die Linie, die wir nicht übertreten möchten. Erneuerbare Energien und nukleare Energien, die sind nicht gleich. Und darauf hat man sich geeinigt, das nicht gleichzusetzen. Und dabei sollte es gerne bleiben aus unserer Sicht. Vielen Dank an beide Minister für die Beantwortung. Zunächst hat jetzt für die SPD-Fraktion das Wort Karamba Diaby. Monsieur le Ministre, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nach dem russischen Angriff auf Ukraine gewinnt die multipolare Weltordnung an Bedeutung sehr intensiv und inklusive eine wachsende Rolle der Staaten des globalen Südens. Im Energiebereich, insbesondere bei erneuerbarer Energien, entstehen neue Partnerschaften überall. In der Arbeitsgruppe Energiesouveränität, diese parlamentarische Versammlung, ist unser gemeinsames Ziel der Ausbau der erneuerbaren Energien für mehr Energiesouveränität. Vor dem Hintergrund, dass neue Energiepartnerschaften mit afrikanischen und asiatischen Staaten entstehen, ist meine Frage, inwieweit stimmen sich Deutschland und Frankreich im Aufbau neuer internationaler Klima- und Energiepartnerschaften ab, beziehungsweise wie können zukünftige Synergien in diesem Bereich genutzt werden. Und die letzte Frage, gibt es Bestrebungen für grenzüberschreitende Projekte im globalen Süden? Meine Frage geht an Monsieur le Maire. Vielen Dank. Eine weitere Frage über den Kollegen Amon-Sor. Frau Präsidentin, liebe Minister, meine Frage geht auf das, was Sie vorhin erwähnt haben. Sie haben, Herr Minister le Maire, noch einmal darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, finanzielle Mittel zur Verfügung zu haben, um diese Transformation auch zu finanzieren. Und ich stimme Ihnen da absolut zu, dass die Kapitalmarktunion, die Vollendung der Kapitalmarktunion, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, das erfolgreich hier in Europa zu gestalten. Ich befürchte allerdings, wenn man das vergleicht mit den Kapitalmärkten in den USA, dass uns hier in Europa Tiefe fehlt einfach, um auch diesen Finanzierungsaufwand hier zu gewährleisten. Deswegen wäre meine erste Frage, welchen zusätzlichen Finanzierungsalternativen Sie darüber hinaus sehen und ob das Thema Verbriefung etwas wäre, was Ihrer Meinung nach sich eignet, um die Transformation zu finanzieren. Und die zweite Frage, da würde ich gerne nochmal auf den Zusammenschluss zwischen Industriepolitik und Handelspolitik eingehen. Und wir merken schon, dass viele Staaten dieser Welt, Sie haben die USA angesprochen, Sie haben China angesprochen, tatsächlich viele protektionistische Maßnahmen auf den Weg gebracht haben. Aber am Ende des Tages profitieren wir alle, die gesamte globale Weltbevölkerung, davon, dass durchaus Handeln zwischen Demokratie stattfindet. Und deswegen meine Frage an Sie beide, was ist Ihre Vorstellung einer Handelspolitik im 21. Jahrhundert? Vielen Dank. Herr Minister Le Maire, möchten Sie zuerst antworten? Ja. Zur ersten Frage über die Energiesouveränität. Ich glaube, wenn man versucht, die Unterschiede bei der Sichtweise beiseite zu lassen, dann ist die strategische Frage für Europa die Energieunabhängigkeit, durch die man diesen Wandel in der Klimapolitik herbeiführen kann. Und wie Robert gesagt hat, brauchen wir jede Etappe, um unseren Energiemix aufzubauen. Aber für Europa brauchen wir Unabhängigkeit im Bereich Energie und Souveränität im Bereich Energie. Darüber müssen wir noch uns mit dem Konflikt in der Ukraine beschäftigen, mit der zu starken Abhängigkeit von Russland, die in den letzten Jahren gegeben war. Natürlich muss der Süden hier eingebunden werden. Da bin ich völlig der einer Meinung mit Karamba Diaby. Es ist unabdingbar, hier Kooperationsprojekte mit dem Süden, insbesondere mit afrikanischen Ländern aufzubauen, die am meisten gelitten haben unter der Corona-Pandemie und unter dem Klimawandel. Und wir müssen auch bei diesem Wandel, bei dieser Transition diese mit einbeziehen und auch diese Staaten mit davon profitieren lassen. Wir dürfen sie nicht nur nutzen, um für Europa davon zu profitieren, sondern wir müssen mit der EU und mit Afrika eine Partnerschaft aufbauen und entsprechende Verpflichtungen übernehmen. Ich komme zur Finanzierung. Das ist eine völlig entscheidende Frage. Die Zahlen, die angegeben werden, sind 60 bis 70 Milliarden Euro jährliche Investitionen, die notwendig sind, nur für Frankreich. Als Finanzminister kann ich 13 bis 14 Milliarden jedes Jahr aufbringen, nicht mehr. Also brauchen wir private Finanzierung auf den Kapitalmärkten. Wir müssen auch die Verbriefungen voranbringen. Wir müssen auch die Mobilisierung der Unternehmen, der Privatunternehmen vorantreiben. Das ist die erste Achse. Die zweite Achse besteht darin zu verlangen, dass die Banken und insbesondere die Europäische Investitionsbank noch stärker beiträgt, als es bislang der Fall ist, und zwar zur Finanzierung und zur Stärkung unserer Industriepolitik für eine grüne Industrie. Die Europäische Investitionsbank muss hier die Klimabank werden. Und als Bank kann sie uns dann unseren Umbau finanzieren, unsere Transition umfinanzieren. Und das so lange, wie wir unsere öffentlichen Finanzen finanzieren können und sie in eine ausgewogene Situation bringen können, so wie bei unseren deutschen Freunden. Vielen Dank, Herr Minister Habeck. Dann übernehme ich. Es liegt natürlich in einem anderen Ressort. Bei Bruno Le Maire ist es in einer Hand, aber ich stimme ausdrücklich zu, dass die Vollendung der Banken- und Kapitalmarktunion im Grunde überfällig ist. Was die Kapitalmarktunion angeht, so scheint mir das lösbar zu sein. Die Bankenunion ist sicherlich wegen der verschiedenen Versicherungsleistungen, die man erbringen muss, immer politisch umkämpft. Also um es auszusprechen, die jeweiligen Haftungssysteme werden dann immer sehr national gesehen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, und das war ja der Hintergrund der Frage, dass der europäische Finanzmarkt nicht groß genug ist, wenn wir nicht einen gemeinsamen Kapitalmarkt schaffen, die großen Volumen zu stemmen. Dann bleibt nur noch die öffentliche Hand, und darauf hat Bruno Le Maire hingewiesen. Das ist erstens meiner Ansicht nach nicht zwingend nötig, dass alles öffentlich finanziert wird. Und zweitens stößt das natürlich dann an andere Fragen. Also die politische Arbeit, Kapitalmarktunion zu vollenden und damit genug Finanzvolumen zu schaffen, um die großen Investitionen in Europa zu stemmen, die gehört ganz oben auf die Tagesordnung. Dazu gehört auch meiner Ansicht nach, dass wir uns über neue Finanzierungsmechanismen in Europa Gedanken machen. Hier in dem Kreis der deutsch-französischen Parlamentarier ist ja, denke ich, bekannt, dass die Sichtweise auf die Fiskalpolitik zwischen unseren beiden Ländern nicht immer gleich ist. Ich will ausdrücklich dafür werben, als Wirtschaftsminister, dass wir nicht folgenden Fehler machen. Alles darauf setzen, am Ende ausgeglichene Haushalte zu haben, aber keine wettbewerbsfähige Wirtschaft oder Industrie mehr für die Zukunft. Und in der Tat gibt es genug europäische Möglichkeiten, das zu überbrücken. Europäische Investitionsbank ist genannt worden. Die verschiedenen Programme der Europäischen Union, Repower EU beispielsweise, stehen zur Verfügung. Teilweise fließen die Gelder nicht ab. Das muss man sich mal vorstellen, dass wir Gelder oder Kreditmöglichkeiten geschaffen haben, die nicht genutzt werden bei diesem Transformationsbedarf. Da werbe ich für mehr Pragmatismus. Und in Deutschland gibt es eine Debatte über einen Industriestrompreis für die energieintensive im internationalen Wettbewerb befindliche Industrie, den ich begrüße und den ich auch angestoßen habe. Entsprechendes muss es ja auch dann für Europa geben, auch für Länder, die nicht so viele finanzielle Möglichkeiten haben, wie vielleicht Deutschland. Auch da kann ich mir vorstellen, dass europäisch Kredite vergeben werden können. Die müssen dann zurückgezahlt werden. Aber die Kreditkonditionen sind ja besser, als wenn die nationalen Staaten sie alleine aufnehmen. Was Energiepartnerschaften mit dem globalen Süden angeht, so befürchte ich, dass es keine deutsch-französische Gemeinsamkeit da gibt. Vielleicht täusche ich mich. Das ist ja dann in Deutschland im Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit geheimatet. Bei Bruno Le Maire in Frankreich weiß ich es nicht genau. Also ich mag mich täuschen. Aber mein Eindruck ist, dass die Länder jeweils alleine marschieren, ein Stück weit entlang ihrer politischen Tradition oder ihrer Geschichte. Mit Ausnahme der G7 und der G20-Vereinbarung. Da gibt es natürlich einen Rahmen, einen formalen Rahmen, wo man bestimmte Regeln schafft. Aber ich kann mir gut vorstellen, und ich würde das begrüßen, wenn Europa auch da stärker zusammenwächst, eine gemeinsame europäische Energieinitiative für den globalen Süden wäre doch eine super Sache. Und sie würde uns alle nicht viel kosten. Also es wäre ein nächster Schritt hin zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik, in diesem Fall einer Energieaußenpolitik. Was die Handelspolitik wiederum angeht, die ist ja europäisiert. Also es ist die Kommission und das Kommissar von Waldis-Dombrowskis, das die Handelspolitik macht. Da wiederum gilt, was ich am Anfang gesagt habe, dass Deutschland und Frankreich engagiert zusammenarbeiten müssen, damit das Ganze dann europäisch funktioniert. Auch da gibt es ja verschiedene Traditionen und Blickwinkel. Alle wollen ein bisschen ihren Bereich schützen und schauen auf ihre Export- und Importstrategien. Mein Blickwinkel ist, dass wir die Handelspolitik erstens brauchen, wegen der globalen Wettbewerbssituation. Wir müssen Partnerschaften mit anderen Regionen, Indien, Südamerika, Südafrika schließen. Und zweitens, dass wir diese schließen können, wenn wir soziale und klimapolitische Ziele nicht als etwas sehen, was nachträglich zur Handelspolitik kommt, sondern in das Zentrum der Handelspolitik gestellt wird. Und das genau ist im letzten Jahr ein Stück weit gelungen. Danke. Nochmal der Hinweis für alle, bevor es zur nächsten Frage kommt. Frage- und Antwortzeit insgesamt sieben Minuten und nicht fast zehn oder elf sogar, je nachdem. Wir kommen jetzt zur CDU-CSU-Fraktion. Und die nächste Frage stellt Dr. Volker Ullrich. Frau Präsidentin, meine Herren Minister, gestatten Sie mir zwei kurze Vorbemerkungen. Zum einen begrüße ich es sehr, dass Sie als Zeichen der Wertschätzung dieser Versammlung gegenüber dargelegt haben, dass die Angehörigen der Regierungen künftig in Person hier erscheinen und Rede und Antwort stehen. Ich finde, das ist wichtig, um unserer Versammlung auch entsprechendes Gewicht zu verleihen. Die zweite Vorbemerkung bezieht sich auf die Energiepolitik. Robert Habeck hat von der unterstellten Einstimmigkeit bei Meinungen gesprochen, die nicht notwendig sind, weil es auch, wie Bruno Le Maire sagt, des Kompromisses bedarf. Ich meine aber, dass bei der Frage der Energiepolitik Deutschland und Frankreich im Augenblick schon sehr weit auseinander sind. Und hier ein Kompromiss durch gegenseitiges Nachgeben auch gemünzt gegenüber unserer eigenen Regierung notwendig wäre. Man sollte sich bei der Frage nach der Nutzung der Kernenergie nicht auseinander dividieren lassen. Bruno Le Maire hat vom Trossium-Akteur gesprochen, vom dritten Handelnden zwischen China und den Vereinigten Staaten. Mir ist wichtig zu betonen, dass es keine Äquidistanz geben darf zwischen China und den Vereinigten Staaten. Gleichwohl es eine Wettbewerbssituation gibt, so stehen wir natürlich im Lager von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und sind den Vereinigten Staaten näher als China. Die Frage, die sich davon ableitet, ist aber, wie möchten Deutschland und Frankreich sich aufstellen bei der gemeinsamen Industriepolitik? Airbus war ein wesentlicher Akteur. Was ist das neue Airbus? Wie wollen wir auch gerade vor der Herausforderung Lieferketten in Sachen China und Inflation Reduction Act gegenüber den Vereinigten Staaten selbst groß werden? Und wie wollen wir es finanzieren? In welchen Bereichen können wir zwischen Deutschland und Frankreich ein neues Airbus schaffen? Das wäre, glaube ich, eine wesentliche Aufgabe für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Merci beaucoup. Vielen Dank. Die nächste Frage für die CDU-CSU-Fraktion stellt Dr. Thomas Gebhardt. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister, Monsieur le Ministre. Wir alle wissen, und es wurde ja auch angesprochen von Robert Habeck, dass es durchaus auch unterschiedliche Sichtweisen und Positionen in der Energiepolitik, insbesondere in der Frage der Kernenergie, gibt. Deswegen möchte ich den Blick hier in diesem Raum auf das richten, was uns verbindet und wo wir möglicherweise als Deutschland und Frankreich gemeinsam vorangehen können. Und da will ich einen ganz konkreten Punkt ansprechen. Experten sagen uns, wir könnten am Rhein, am Oberrhein insbesondere durchaus noch ein, zwei Flusskraftwerke bauen, um Strom zu erzeugen. Und meine Frage an die beiden Minister wäre, wie Sie dazu stehen und ob Sie sich vorstellen könnten, natürlich unter Berücksichtigung aller notwendigen ökologischen Aspekte dieses Thema voranzubringen und eine Initiative zu ergreifen. Vielen Dank. Diesmal die Antwort in umgekehrter Reihenfolge. Herr Habeck, möchten Sie beginnen? Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe jetzt meine Stoppuhr angemacht, da will ich nicht zu lange. Noch dreieinhalb Minuten, ich rede anderthalb und hoffe, dass ich damit durchkomme. Noch einmal zur Kernenergie. Meiner Ansicht nach ist die Toleranz die Antwort. Und ich glaube, die Bundesregierung auch. Toleranz heißt eben wiederum, dass man die Dinge auseinanderhalten sollte und die verschiedenen Energien auch so benennen beziehungsweise in den Ausbauzielen nicht vermischen sollte. Was China angeht, ist, denke ich, die übereinstimmende Meinung de-risking, not decoupling. Das heißt, keine Naivität, was chinesischen Interessen angeht, aber als Bewahrung der Handelsbeziehung natürlich auch keine Querschüsse oder übereilte Schüsse. Wenn ich darauf hinweisen darf, das wäre ein weiterer Bereich neben der gemeinsamen, möglichen gemeinsamen globalen Südenpolitik, wo Europa stärker zusammenarbeiten könnte. Sie kennen die Diskussion über chinesische Investoren im Hamburger Hafen. Ich halte das für nicht richtig. Aber natürlich haben diejenigen, die sagen, andere machen es doch auch einen Punkt. Also Rotterdam in diesem Fall, wenn ich die niederländischen Freunde erwähnen darf. Es macht natürlich Sinn, gleiche Standards für Investment Screenings in Europa zu haben. Und das sollte man vielleicht weiterentwickeln. Im Grunde ist die europäische Handelspolitik daraufhin ja schon ausgerichtet. Mögliche gemeinsame nächste Airbus-Projekte. Zwei Sachen fallen mir ein. Ich weiß nicht, ob Bruno noch mehr hat. Einmal wäre es gemeinsame Raumfahrt. Wir müssen attestieren, dass wir im Moment, was Mikrobolanchas und Ariane angeht, nicht wettbewerbsfähig sind. Da brauchen wir einen neuen Ansatz. Und dann, ich habe es auch schon erwähnt, eine gemeinsame europäische Rüstungsindustrie, dass also Flugzeuge werften, möglicherweise sich gemeinsam abstimmen, die gleichen Normen haben, dass die Systeme zusammenpassen. Das würde aus meiner Sicht Sinn machen. Zu einem Flusskraftwerk im Rhein habe ich keine Kenntnisse, wenn es erneuerbare Energie produziert, den Energiemarkt stabilisiert und ökologisch verträglich ist. Und es ist natürlich eine gute Sache. Ich habe davon allerdings noch nie was gehört und weiß noch nicht genau, worüber ich hier gerade rede. Vielen Dank. Die Restzeit 1 Minute 20. Herr Minister Le Maire. Ja, im Rest. Gut, 30 Sekunden, da werde ich mich kurz fassen. Also Wasserkraftwerke, ich sage das Gleiche wie Robert. Ich habe noch nichts davon gehört, das muss ich prüfen. Und also China und die USA tue ich nicht. Also das ist für mich nicht die gleiche Äquidistanz. Also da geht es nicht um dieselben demokratischen Verhältnisse. Da gibt es große Unterschiede. Was die gemeinsame Industriepolitik betrifft, da möchte ich wirklich nochmal ganz klar sagen, da wurde schon ein großer Weg zurückgelegt. Der Abgeordnete Sitzinstuhl hat das schon gesagt. Also wir hatten damals ein Manifest erstellt über die Industriepolitik. Und die Reise gemeinsam mit Robert Habeck in die USA hat das auch nochmal gezeigt. Die amerikanische Regierung hat mehr Transparenz zugesagt über ihre Beihilfen und Steuernachlässe. In drei Bereichen können wir eine gemeinsame Industriepolitik durchführen. Die E-Batterien, E-Cars, also wir werden in Zukunft zu einem der größten Strombatterienhersteller weltweit werden. Dann die Halbleiterherstellung, auch Roberta L'Espaz. Und dann die Raumfahrt, die Robert erwähnt hat. Also die Stadt, also die Stadttriebwerke und so weiter. Also da wollen wir gemeinsame Technologien entwickeln, die wirklich sehr wettbewerbsfähig sind weltweit. Vielen Dank, auch für die Zeitdisziplin. Die nächste Frage geht an Bündnis 90 Die Grünen, die Kollegin Chantal Kopf. Vielen Dank an die beiden Präsidentinnen. Es ist auch eine Ehre, in diesem Saal das Wort ergreifen zu dürfen. Vielen Dank an die beiden Minister. Sie halten ja in ihren Ressorts wirklich viele Schlüssel in der Hand für die deutsch-französische Zusammenarbeit, aber auch für europäische Souveränität mit der Wirtschaftspolitik in all ihren Facetten. Ich komme zu meinen beiden Fragen. Wir brauchen natürlich für die Transformation, aber auch für die europäische Souveränität schnellstmöglich die Energieversorgung der Zukunft auf dem ganzen europäischen Kontinent. Und dafür benötigen wir aus meiner Sicht neben der Kooperation innerhalb der EU auch ganz stark die Zusammenarbeit mit anderen europäischen Partnern wie Norwegen, UK, Schweiz, aber auch zum Beispiel Moldau. Welches Potenzial sehen Sie denn genau hierfür in der europäischen politischen Gemeinschaft, um die Energiepolitik, die Energieinfrastruktur in Europa zu koordinieren? Oder finden Sie, dass die bisherigen politischen Strukturen dafür ausreichend sind? Zweite Frage, Regulierung von künstlicher Intelligenz. Welche Prioritäten würden Sie hier sehen für eine Strategie der EU, um die dringend notwendige Regulierung von KI auf den Weg zu bringen, aber gleichzeitig auch die Chancen für unsere Wirtschaft aufrechtzuerhalten in dem Bereich angesichts des sehr strammen globalen Wettbewerbs? Danke. Vielen Dank. Diesmal wieder umgekehrt. Vielleicht beginnt Minister Le Maire. Drei Minuten 40 insgesamt. Also ich möchte jetzt nicht auf die Energiepolitik nochmal zu sprechen kommen. Ich denke, da ist schon viel gesagt worden. Aber antworten möchte ich auch an Ihre Frage über die künstliche Intelligenz. Für mich ist dies eine politische, wirtschaftliche, eine intellektuelle Frage, die zu den wichtigsten der kommenden Jahrzehnte werden. Das ist eine ganz wichtige Frage. Sie geht zurück auf die letzten Jahrzehnte. Wir haben eine Datenkommunikation. Es ist viel Forschung dazu getan worden. Und Gutenberg zum Beispiel hat ja jahrelang seine Drucktechnik verfeinert, ausgearbeitet, hat sie aufgebaut und brauchte dann Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis diese Technik dann übergesprungen ist auf alle europäischen Gesellschaften. Und wir befinden uns jetzt am Zeitpunkt, wo die KI, die regenerative KI in die Gesellschaften, in den Gesellschaften Fuß fasst. Und die EU muss sich diesem Thema schnellstmöglich widmen und zwar entschlossen unter Hinzuziehung aller, die Politik, die Abgeordneten, die Wissenschaftler, die Ingenieure, die Regierung. Das muss zu einer wesentlichen politischen Frage unseres Kontinents werden. Ich sehe hier zwei Orientierungen. Erstens, ich fange damit an, weil das origineller ist, von Seiten eines Europäers. Also wir müssen weiter innovativ in Tätigkeiten und investieren. Wir haben die besten Forscher mit. Und wir müssen weiter in die KI, in die generative KI investieren, um hier das Know-how, das Spitzen-Know-how zu behalten. Wenn Europa schon mal anfängt mit der Innovation und das wäre mal gut, anstatt mit der Regulierung anzufangen. Regulierung ist allerdings auch wichtig. Und zwar sehe ich hier drei Punkte. Erstens, über die personenbezogenen Daten. Wie können wir sicherstellen, dass diese nicht einfach abgegriffen werden, zum Beispiel medizinische Daten, sensible Daten, die eingesetzt werden können durch KI, um Entscheidungen, Investitionsentscheidungen oder Verhalten zu manipulieren. Und dann, zweiter Punkt, dieses geistige Eigentum. Wie können wir sicherstellen, dass zum Beispiel das geistige Eigentum eines Journalisten respektiert wird? Der Journalist hat die Nachrichtenmeldung gefunden, er hat sie aufgebaut, hat Geld ausgegeben, um sie zu verbreiten, also zu verfassen und zu verbreiten. Er muss Eigentümer sein, ein geistiger Eigentümer. Genauso wie ein Autor weiter Eigentümer seines geistigen Eigentums bleiben muss, anstatt sich ausheben, boten zu lassen von Chachibiti oder anderen. Und drittens, brauchen wir Kennzeichnungen und zwar systematisch. Wenn zum Beispiel ein Chachibiti oder anderes, weil sich KI generiertes Bild vorliegt, dann muss klar gekennzeichnet sein, dass dies so ist. Und wenn ein Text generiert wird, dann muss stehen, KI generiert. Das muss transparent gekennzeichnet werden. Das sind zwei Stoßrichtungen, die ich vorschlage, Innovation und Regulierung. Vielen Dank, Herr Minister Habeck. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden. Ich würde es vielleicht auf eine Minute ausdehnen, wenn das geht. Sehr großzügig, Frau Präsidentin. Die Energiefrage würde ich so beantworten. Je größer ein Markt ist, umso stabiler und günstiger ist er. Das heißt, wir sollten natürlich sehen, dass wir nicht nur die Europäische Kernunion anführen, sondern Norwegen als großer Energiepartner gehört dazu, aber sicherlich auch der Balkan mit seinen Möglichkeiten. Ich will nicht versäumen, die Schweiz zu erwähnen. Sie liegt ja in der Mitte von Europa, hat sich entschieden, nicht mehr wirklich mit Europa zu kooperieren. Aber sie würde natürlich gerade zwischen Frankreich und Deutschland das Energiesystem enorm stabilisieren, wenn sie wieder teilnehmen würde. Dieses Problem müsste auch mal gelöst werden. KI-Regulierung, ich knüpfe an das, was Bruno Le Maire gesagt hat. Die Kommission hat ja am 6.12. die allgemeine Ausrichtung der KI-Verordnung vorgelegt. Ich glaube, Hauptmaßgabe sollte sein, nicht die Algorithmen regulieren, aber die Anwendung. Wir müssen wettbewerbsfähig sein, sonst geht die gesamte Technik weg. Dann haben wir irgendeine Regulierung, aber nichts mehr, was wir regulieren können. Die Anwendung wiederum risikopasiert, transparent machen, mit einem Wasserzeichen versehen und dann über Risikostufen vorgehen. Das scheint mir der richtige Ansatz zu sein. Super wichtiges Thema, viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert. Das wäre ein wichtiges Thema mal für eine gesamte Sitzung. Vielen Dank. Vielen Dank. Er hat dann reagiert und hat seine nationalen Interessen wahrgenommen und zusammen mit Italien, Polen und Bulgarien hat Veto eingelegt. Wegen diesem ist klar, können die Deutschen nun weiter deutsche Automarken anbieten, die also Synthese, Brennstoff, Kraftstoff verwenden und Wärmemutter. Also das muss für die Mittelklasse weiter möglich sein, dass man sich das überhaupt kauft und dass das nicht eine Ausnahme ist. Aber die französische Regierung hat anders gehandelt. Sie hat die Türen geschlossen und hat ja kein Gleichgewicht zwischen beiden Fahrzeugarten nicht mehr zugelassen, also elektrisch und verbrennen. Also Lithium-Batterien brauchen seltene Erden, die in Ländern befindlich sind, unter anderem China oder Russland. Und Russland produziert zum Beispiel ein Zehntel weltweit. Roland Berger, ein Anwaltsbüro, hat gesagt, dass der Abbau dieser Rohstoffe sich ökologisch stark auswirkt. Denn da werden große Wassermengen benötigt und Produktionsmittel, wo auch sehr viel CO2 freigesetzt wird. Dort hinzukommen wenig verheißungsvolle Prognosen, dass CO2-frauer Strom nicht genügend produziert wird, um diese Autos auch fahren zu lassen. Und diese Batterien, letztlich wird das teurer, die ganze Technologie. Also meine Frage an Herrn Lemire, wenn diese Autos nicht gekauft werden können und schwer hergestellt werden und auch schwer exportiert werden können, Wie sieht es dann aus mit unserer Unabhängigkeit gegenüber Russland und wie soll man diese Opfer bringen? Mit welcher Begründung werden andere europäische Freunde, wie zum Beispiel die Deutschen, sich anders positionieren? Danke. Vielen Dank, Herr Minister, Herr Lemire. Sie haben zwei Minuten und vierzig, die Sie sich aufteilen können. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich werde mich kurz fassen. Wir haben die Entscheidung getroffen mit dem Präsidenten, dass wir die Transformation hin zum Elektromotor betreiben. Die Investitionen sind beträchtlich, die hier vonnöten sind. Und anstatt jetzt unsere Bestrebungen aufzuteilen, haben wir uns dafür entschieden, auf den Elektromotor zu setzen, um unabhängig zu werden von chinesischen Fahrzeugen, weil wir die Dinge vor Ort produzieren wollen, mit unseren Ingenieuren unsere eigenen Elektroautos produzieren. Da gibt es Herausforderungen, das ist unleugtbar. Die werden wir auch meistern. Und deswegen werden wir eine Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten, mit Kanada, mit Südamerika ins Leben rufen, auch mit Schweden, um unsere Unabhängigkeit von den Emiraten zu reduzieren. Das ist die erste Achse. Ja, wir brauchen natürlich CO2-freie Elektrizität. Und damit soll sichergestellt werden, dass wir das erreichen mit allen Hydrolyse-Stätten, die wir haben, Produktionsstätten für Elektrobatterien, die viel elektrische Energie brauchen. Wir werden also das Notwendige tun, um diese Herausforderungen meistern zu können und den Automobilpark nicht nur mit chinesischen Marken zu betreiben. Etwas weiteres, was wichtig ist. Wir haben mit dem Präsidenten der Republik beschlossen, den Elektrobonus bis zu 7.000 Euro zu gewähren für leistungsstarke Autos, die CO2-frei betrieben werden können. Und das für Fahrzeuge, die in Europa produziert werden. Das ist auch eine Möglichkeit, hier Elektrofahrzeuge auf unserem Gebiet weiter voranzutreiben. Vielen Dank. Herr Habeck, möchten Sie das noch ergänzen? Ja, nur zwei Bemerkungen, was E-Fuels angeht. Die Preise heute ungefähr bei 4 bis 5 Liter, also vielleicht 4 bis 5 Mal so hoch wie bei einem fossilen Verbrenner. Und der Wirkungsgrad von E-Mobilität gegenüber E-Fuels, Verwärmungsmotoren ist ungefähr 5 Mal höher. Ich glaube also persönlich nicht, dass das eine Antwort auf den allgemeinen Verkehr und die Dekarbonisierung ist. Es wird vielleicht Nischenprodukte, einzelne Fahrzeuge, Sonderfertigungen geben. Aber die Zukunft der europäischen Mobilität ist ohne Frage für den Pkw-Bereich elektrisch. Ich danke Ihnen, Herr Adrien Chouet, für den Gruppen La France Insoumise. Für eine ganze Zeit lang von 5 Minuten. Fünf Minuten bitte, Redezeit. Ja, Frau Präsidentin, Herr Minister, wie Sie wissen, ist die Jahresinflationsrate weiterhin im Anstieg in der Eurozone. Und die Löhne und Gehälter sind deswegen von einer reellen Reduktion betroffen. In Frankreich haben wir 40 Stunden für 38 und in Frankreich haben wir 35 Stunden. In diesem Zusammenhang glaubt niemand mehr, dass es hier wirklich eine Gleichstellung gibt. Und auch wenn vorgestern angekündigt wurde, dass die Unternehmen jetzt eine Gehaltssteigerung durchaus kompensieren könnten. Die Frage ist jetzt, wie die Minister sich hier koordinieren können, damit es zu einer Erhöhung nach oben kommt, damit die Gehälter wirklich merklich steigen und die Kaufkraft dadurch. Die Vereinigten Staaten haben ein Programm aufgelegt, Inflation Reduction Act, das anscheinend nicht ausreichend liberal ist für manche europäischen Eliten, weil man hier ja der Idee widerspricht, dass es hier im Namen des Klimas entsprechende Maßnahmen gibt. Aber meine zweite Frage ist, aus welchem Grunde ist es so, dass die europäischen Eliten gegen diese Politik vorgehen und sich nicht davon inspirieren lassen, umso mehr als ja der Inflation Reduction Act für 2023 auch in Europa angekündigt wurde. Und ich frage nun, ob Sie hier wirklich diese Programme aus den USA beibehalten wollen oder ob Sie hier weniger als 15 Prozent steuern wollen oder ob Sie nicht eher für eine Aktionärsdividendenbesteuerung wären, ob Sie weiterhin direkte Subventionen auszahlen wollen gegen die entsprechenden Regeln. Also welche Politik ist jetzt für Sie inspirierend? Vielen Dank. Die Herren Minister haben drei Minuten, die Sie sich aufteilen können. Herr Habeck vielleicht. Ja, danke. Es mag an meiner Unkenntnis der französischen Debatte oder an der Übersetzung liegen, aber ich muss einräumen, dass ich nicht alle Fragen verstanden habe, wohin sie zielen. Ich kann auf drei Punkte eingehen. Die Löhne und Gehälter in Deutschland jedenfalls werden schon die Tarifpartner verhandelt und nicht staatlich festgesetzt. Und die Abschlüsse, die wir gesehen haben, gleichen nicht jede Inflationssteigerung, aber doch sehr viele aus. Und die Inflation geht ja runter. Das heißt, Ende des Jahres werden wir zu 2024 auch am Euroraum eine Inflation mit noch über 2 Prozent sehen, aber nicht mehr bei 6 oder 7 Prozent, die wir haben. Der Inflation Reduction Act ist ein Text Credit Programm. Das heißt, die Amerikaner wissen selber nicht, wie teuer es sein wird. Würde man das, das macht es sehr schlank und sehr effektiv, die Unternehmen investieren und dann reichen sie ihre Gelder ein. Würde man das für Europa anwenden, würden die Fiskalregeln natürlich nicht mehr zu halten sein, weil wir nicht wüssten, welche Steuervorteile wir dort auskehren. Ich habe schon darauf hingewiesen, dass Europa trotzdem eine Antwort geben muss. Das heißt, schnellere Beihilfeverfahren, schnellere, zügigere Beihilfeverfahren. Das muss in Monaten gehen und nicht mehr in Jahren. Und die Fortschritte allerdings sind schon erzielt worden in den letzten Monaten. Wir können jetzt mit dem Programm einigermaßen okay arbeiten. Ich möchte vielleicht noch eines hinzufügen zum Thema Inflation. Die Inflation steigt nicht weiter in der Eurozone. Die Währungspolitik beginnt, ihre Wirksamkeit zu zeigen. Natürlich sind wir für eine Erhöhung der Löhne und Gehälter. Das habe ich mehrfach gesagt. Alle Unternehmen, die das können, müssen die Löhne und Gehälter erhöhen. Und das hat auch Auswirkungen gehabt. Denn die französischen Unternehmen haben im Schnitt um 5 Prozent in 2022 die Löhne und Gehälter erhöht. Und wir möchten natürlich, dass das 2023 ebenso geschieht. Wir haben auch entsprechende Maßnahmen ins Leben gerufen. Zum Beispiel eine steuerfreie Prämie, die gezahlt werden kann. Ein Beispiel, das sind über sieben Millionen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die 730 Euro zusätzlich bekommen haben als Einnahmen. Das ist natürlich ausschlaggebend. Und wir haben sehr konkrete Maßnahmen hier getroffen als Reaktion gemeinsam mit unseren europäischen Partnern. Vielen Dank an die Herren Minister. Vielen Dank. Die Frage geht jetzt an die FDP-Fraktion und wird gestellt von der Kollegin Sandra Weser. Ja, herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Herren Minister, ich freue mich, dass ich heute die Fragen an Sie stellen kann. Ich muss trotzdem noch mal, obwohl es jetzt mehrfach angesprochen ist, gerade auch auf die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen hinweisen. Wir haben natürlich speziell auch in Deutschland das Problem, dass wir aktuell sehr hohe Energiekosten haben, auch speziell sehr hohe Strompreise. Und es ist richtig, dass momentan viele Unternehmen eben auch nach USA schielen, aber auch in andere Länder, um die Produktion dort aufzubauen. Und wir sollten uns natürlich schon Gedanken machen, wie bekommen wir die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen hier in Europa weiterhin hoch gehalten und eben auch die Strompreise. Meiner Meinung nach ist ein Industriestrompreis nicht sinnvoll im Sinne von, dass andere eben die erhöhten Kosten tragen müssen, sondern wir eher darauf achten müssen, dass das Angebot entsprechend erhöht wird, weil mehr Angebot schafft immer niedrigere Preise. Das ist in einer Marktwirtschaft so. Und deswegen wäre jetzt die Frage an beide Minister, welche Rolle spielt Afrika zum Beispiel auch für eine Erhöhung des Angebotes? In Nordafrika, speziell Marokko, ist sehr stark in der Herstellung von Wasserstoff, aber eben auch von Solar. Inwieweit könnte da prozentuell perspektivisch 2030, aber auch 2040 Energiebedarf in Europa mit abgedeckt werden? Eine Frage habe ich noch speziell am Minister Habeck. Sie haben eben gesagt, Teile der energieintensiven Industrie versuchen wir zu halten. Vielleicht könnten Sie das mal etwas konkretisieren, was Sie damit meinen, was diese Teile sein sollen. Und eine zweite Frage bezieht sich auf die Handelspolitik. Wir haben momentan bei CETA sehr große Fortschritte erreicht. Die Ratifizierungen sind in beiden unserer Länder durch. Wie ist das momentan mit Mercosur? Wie ist da der aktuelle Stand? Wo sind dort Ihre roten Linien, was eventuell einer Ratifizierung im Wege steht? Dankeschön. Vielen Dank. Gemeinsame Antwortzeit circa drei Minuten. Herr Le Maire, möchten Sie beginnen? Herr Minister. Ich nehme vielleicht gleich diese grundsätzliche Frage über die Wettbewerbsfähigkeit heraus. Also Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Volkswirtschaft. Wir haben hier drei Hauptherausforderungen zu bewältigen. Erstens nämlich die Produktivität. Die Zuwächse der europäischen Produktivität stagnieren. Und es ist absolut notwendig, sich zu verbessern durch Investitionen und Innovationen, um die Wettbewerbsfähigkeit auf hohem Niveau beizubehalten. Wesentlich ist zweitens in Bezug auf die Wettbewerbsfähigkeit, auf die Energiekosten zu achten. Und ich sage das mal ganz konkret. Wenn ein Unternehmen heute beschließt, in die USA abzuwenden, dann sagen doch einige hinter vorgehaltener Hand, Ausschlaggebend ist nicht der Inflation Reduction Act, sondern die Energiekosten. Und wir müssen sicherstellen, dass die Unternehmen einen stabilen, einen voraussielbaren Energiepreis bekommen, der die Gestehungskosten nicht emporschnellen lässt. Da sind wir tätig seit einigen Monaten, ganz stark, weil es wirklich von vitaler Bedeutung ist für die europäischen Unternehmen. Und ich habe gesehen, dass deutsche Initiativen in ähnliche Richtungen gehen. Und der dritte Faktor ist die Ausgewogenheit zwischen der gerechten Vergütung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist ja eine Forderung überall in Europa, und andererseits der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens. Und auch hier ist es klug, einen Mindestlohn zu garantieren, der inflationsindexiert ist, aber gleichzeitig den Unternehmen selbst den Aktionsradius zu überlassen, den Ermessensspielraum, die Löhne festzusetzen. Vielen Dank. Herr Minister Habeck, möchten Sie ergänzen? Ja, gerne. Vielen Dank. Natürlich ist es richtig, das Angebot auszuweiten. Das wird ja auch mit Nachdruck vorangetrieben. Und ich habe es eben schon in Bezug zu Norwegen gesagt, selbstverständlich kann Europa, muss Europa Verbindungen zu anderen Ländern schaffen. Aber das dauert. Kabel durch das Mittelmeer zu legen, dauert. Wasserstoffleitungen zu bauen, dauert. Und deswegen, sehr geehrte Frau Abgeordnete, zu sagen, wir wollen keinen Industriestrompreis, aber wir wollen die energieintensiven Unternehmen in Deutschland halten, dass sie sich transformieren können, wird nicht funktionieren. Die einzige Möglichkeit, diese Brücke zu schlagen, ist, diesen Unternehmen jetzt eine Investitionssicherheit zu geben, die ihnen die Chance gibt, in den Markt reinzuwachsen. So ist das Konzept, das ich vorgelegt habe. Und weil Sie mich auf die Teile angesprochen haben, ich will die energieintensiven Unternehmen in Deutschland halten und neue energieintensiven Ansiedeln. Also auch Batteriefertigung, Halbleiterproduktion und so weiter. Dafür, so wie mein Kollege Bruno Le Maire es gesagt hat, braucht es stabile Investitionsbedingungen. Wenn die nicht geschaffen werden, wird es nicht passieren. Ich habe gerade eine Konferenz gehabt mit dem Bündnis Industrie, also den energieintensiven Unternehmen. Und es macht, wenn ich das so sagen darf, politisch keinen Sinn zu sagen, wir wollen die Deindustrialisierung Deutschlands oder Europas verhindern. Aber wir sind gegen einen Industriesturmpreis. Man kann sich logisch dafür entscheiden, keinen Industriesturmpreis machen zu wollen. Dann muss man aber auch in Kauf nehmen, dass der Markt die Unternehmen dann wegzieht in andere Regionen. Das soll natürlich nicht von Dauer sein. Aber die Brücke muss lange genug gebaut werden. Deswegen ist meine politische Aussage aus den Lektionen, die wir in den letzten Jahren gelernt haben. Wir müssen die energieintensiven Unternehmen in Deutschland halten und neue auch bereit sein, nach Europa zu holen. Dafür brauchen wir einen Industriesturmpreis. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt für die AfD-Fraktion Jörg Schneider. Herr Präsident, für das abteilte Wort. Meine erste Frage an Herrn Minister Habeck. Eine wichtige Rolle bei der Energiewende soll ja auch spielen, in Deutschland hergestellter grüner Wasserstoff. Es gibt da ja schon die ersten Pilotprojekte. Jetzt funktioniert eine grüne Wasserstofffabrik in Deutschland, aber eigentlich nur mit dem Überschussstrom, wie wir ihn beispielsweise im Sommer um die Mittagszeit haben. Das heißt, ich komme selbst mit Pufferum vielleicht auf eine Auslastung von ungefähr 60, 70 Prozent meiner Anlagen. Wenn ich jetzt die gleiche Wasserstofffabrik in Frankreich baue und sie mit Atomstrom betreibe, komme ich auf eine Auslastung von 100 Prozent. Bei solchen Anlagen ist der Produktpreis, der Endproduktpreis, in erster Linie auch abhängig von der Auslastung dieser großtechnischen Anlagen. Wie wollen Sie eigentlich sicherstellen, dass grüner Wasserstoff made in Germany konkurrenzfähig ist gegen grauen Wasserstoff made in Frankreich? Und meine Frage an Herrn Minister Le Maire. Deutschland möchte ja umstellen auf Elektromobilität, die Heizung auf Wärmepumpen. Wir gehen mal ins Jahr 2050, ein trüber Januartag. Es gibt kaum Photovoltaik. Der Wind beläst vielleicht auch nicht so kräftig. Es ist kalt. Der Strombedarf in Deutschland steigt gegenüber heute auf ungefähr das Doppelte. Meine Frage an Sie, wie kann unter solchen Bedingungen eine Industrienation wie Deutschland die Energieversorgung sicherstellen? Und vielleicht ganz konkret in diesem Jahr 2050 mit wie viel Gigawatt Atomstrom aus Frankreich können wir dann noch rechnen? Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Herr Minister Habeck, möchten Sie mit der Antwort beginnen? Ja, danke. Erstmal roter genannt. Grauer ist der Industriewasserstoff, den wir jetzt quasi schon als Nebenprodukt haben. Ansonsten plant Deutschland die Elektrolyse von 10 Gigawatt Wasserstoff bis 2030 aus erneuerbaren Energien auszubauen. Den delegierten Rechtsakt dafür gibt es schon. Das heißt, es kann erneuerbarer Strom genutzt werden. Und der Zubau wird ja hochlaufen. Zur Versorgungssicherheit und der Energiemenge in Frankreich wird Bruno Le Maire das Seine sagen. Ich kann Frankreich nur wünschen, dass es genug Strom hat, um Wasserstoff zu produzieren. Dann wäre ganz Europa sicherlich geholfen an der Stelle. Und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Der delegierte Rechtsakt steht. Es ist grüner Wasserstoff, der dann in die Industrieziele eingerechnet wird. Der Hochlauf beginnt in Deutschland. Herr Minister Le Maire, möchten Sie antworten? Ich möchte nicht eingehen auf den deutschen Energiebedarf. Ich habe schon genug zu tun mit dem Energiebedarf in Frankreich. Sagen kann ich aber Folgendes. Wir brauchen heute 430 Terawattstunden pro Jahr Strombedarf und mit der Neuindustrialisierung Frankreichs und der Elektrifizierung vieler Verwendungszwecke, zum Beispiel Elektrofahrzeuge. Da brauchen wir insgesamt 757 Terawatt. Das erfordert erhebliche Anstrengungen. In Frankreich setzen wir auf drei Punkte, beschlossen durch den französischen Staatspräsidenten, nämlich ein spaßamer Einsatz, zweitens erneuerbare, also Offshore-Windenergie und drittens mindestens sechs neue Atomreaktoren, um diesen Bedarf zu decken von 750 Terawattstunden. Ich danke Ihnen, Herr Minister. Das Wort hat nun Herr... Also meines Wissens war jetzt noch irgendwie knapp eine Minute 30, glaube ich, übrig. Sie können noch eine kurze Nachfrage und dann eine kurze Antwort. Ganz kurze Frage. Wenn ich eine Photovoltaikanlage in Rom oder in Madrid auf ein Dach schraube, bringt sie über das Jahr ungefähr 30 Prozent mehr Strom als in Hamburg oder in München. Sie sprechen so häufig von europäischen Lösungen. Warum wird hier, und die Frage geht an Minister Habeck, nicht eine europäische Lösung gesucht? Warum werden hier vor allen Dingen diese Photovoltaikanlagen zukünftig auf deutsche Dächer geschraubt? Herr Habeck, Sie haben das Wort. Jeden Tag frei, eine Solaranlage auf dem Dach zu bauen, vermute ich. Ich kann da den Telefonern Gott sei Dank keine Vorschriften machen, aber freies Land, jeder baut seine Solaranlagen, wie Sie wollen. Ich verstehe die Frage sonst nicht. Okay, vielen Dank für die Beantwortung. Jetzt können wir, glaube ich, weitergehen. Ich danke Ihnen. Das Wort hat jetzt Herr Patrick Etzel von den Republikanern. Danke, Frau Präsidentin. Meine Frage richtet sich an beide Minister. Ich möchte zu sprechen kommen auf die deutschen zwischen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere die Tatsache, dass in den letzten Jahren die Handelsbeziehungen immer asymmetrischer geworden sind zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist ein echtes Thema heute. Grund zur Sorge. Also aufgrund des chronischen Ungleichgewichts, das haben wir schon seit vier Jahrzehnten, aber es hat sich verstärkt. Es gibt ein stärkeres, strukturelles Ungleichgewicht. Und das spüren wir vor allem in der Industrie bei uns. Meine Frage bezieht sich auf zwei Aspekte. In der Vergangenheit gab es eine Reihe von gemeinsamen Projekten. Sie sind angesprochen worden hier im Raum von verschiedenen Kollegen. Also, meine Herren Minister, wie wollen Sie dafür sorgen, dass es stärkere industrielle Zusammenarbeit geben wird zwischen deutschen und französischen Firmen? Das ist die erste Frage. Zweitens, wie wollen Sie vorgehen, damit das Ergänzende, also die Wirtschaftsspezialisten zwischen deutscher und der französischen Volkswirtschaft erkannt haben, wie diese Komplementarität stärker als Potenzial gehoben werden kann, um stärkere deutsch-französischen Wert zu schöpfen im Bereich, im internationalen Wettbewerb. Dankeschön. Danke. Das Wort hat... Sie haben drei Minuten dreißig. Bruno Le Maire, bitteschön. Also, ich teile das, was Patrick Etzel gesagt hat, aber ich werde es mal noch brutaler sagen als er. Frankreich hatte gar keine Industriepolitik, und zwar schon seit 30, 40 Jahren, seit Ende der 60er. Und zwar einfach deshalb, weil Frankreich seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, um seine Industrie zu erhalten. Unsere Industrie ist verschwunden, hat sich zweigeteilt, hat in den letzten Jahrzehnten den nationalen Reichtum um 10 bis 20 Prozent gemindert. Und das ist auch ein Unrecht, dass zum Beispiel den Arbeitern und den Ingenieuren widerfahren ist. Und seit 2017 haben wir nun wieder eine echte Industriepolitik. Und die beginnt mit steuerpolitischen Entscheidungen, die meistens nicht sehr beliebt sind. Das heißt, dass Kapital weniger besteuert wird und auch die Produktion. Und zwar war die siebenmal höher als in Deutschland. Dann verstärkt sich natürlich die Diskrepanz, weil die Investoren dorthin gehen, wo die Produktionssteuern geringer sind. Und nämlich nach Deutschland und nicht nach Frankreich. Und wir haben diesen Trend umgekehrt. Dieses erste Ungleichgewicht. Wir haben eine Pauschalbesteuerung von 30 Prozent eingeführt für die Kapitaleinkommen. Da haben manche das schon angetastet und fragestellt, bevor Ergebnisse überhaupt gezeitigt wurden. Und wir lagen da sowieso über dem europäischen Durchschnitt. Und das ermöglicht ja erst einmal Investitionen in die Industrie. Zweitens, zweiter Eckpfeiler unserer Industriepolitik, nämlich Ausbildung, Lehre nach dem deutschen Modell, das wirklich hervorragend funktioniert hat. Also jetzt haben wir knapp eine Million Lehrlinge in Frankreich. Das ist ein Erfolg. Dritter Pfeiler, Herausbildung von Industrie, Sektoren, zum Beispiel Elektrobatterie, Wasserstoff, Windkraft, Photovoltaik. Das wollen wir also massiv in den nächsten Jahren entwickeln. Das sind für uns neue Industriezweige. In Frankreich starten wir zum ersten Mal seit langem mehr Firmen und können mehr Existenzen als Firmen geschlossen werden. Wir wollen also nachziehen gegenüber Deutschland und echte Kooperationen, komplementär zum Beispiel in der Raumfahrt oder bei den Halbleitern. Da sind wir noch nicht ganz phasengleich. Wir sind ja auch nicht bei den gleichen Produkten. Das kann sich wirklich ergänzen. Danke. Herr Minister Herbeck, bitte. Ich gehe mal kurz die Daten durch. Es wird ein bisschen zahlenlastig jetzt, aber es zeigt eine ganz gute und interessante Entwicklung. Und man darf nicht vergessen, dass die letzten Jahre wegen Corona und wegen des Krieges keine gewöhnlichen Jahre waren. Die Einfuhren von Frankreich nach Deutschland haben sich von 2019 zu 22 von 66 Milliarden auf 69 Milliarden erhöht. Also Deutschland importiert etwas mehr nach Frankreich. Die französischen, Entschuldigung, die Frankreich etwas mehr nach Deutschland. Deutschland nach Frankreich von 106 auf 116. Deutschland auch etwas mehr nach Frankreich will damit sagen, beide Bilanzen gehen nach oben. Und das ist doch eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Wir haben gesehen, dass unsere beiden Wirtschaften wachsen. Wir haben einen unterschiedlichen, nicht das exakt gleiche Niveau, aber insgesamt bewegen sich die Import und Exporte nicht so stark auseinander. Und das nach diesen fürchterlichen Krisenjahren, die wir ja zu verzeichnen haben. Ich glaube, dass das, was wir heute diskutieren, nämlich einen gemeinsamen Rahmen schaffen für eine Industriepolitik, ein Teil einer Antwort darauf sein kann, dass sich in Zukunft die Dynamiken noch gleicher bewegen. Ich bedanke mich, Herr Minister. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat jetzt Herr Frédéric Petit für die Fraktion Demokrat. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Minister. Wir erleben einen deutsch-französischen Augenblick, der sehr widersprüchlich ist. Unsere Positionen sind sehr nah, was die langfristigen Aussichten angeht, die Europäische Union. Und doch haben wir niemals, was unsere Gegner angeht, die durch Kalkül oder durch Unbewusstes, die unser europäisches Projekt schädigen möchten, so viel Einheit gezeigt in der Vielfalt. Wir haben nie so viele Gelegenheiten gehabt, diese Friktionen aufzuzeigen, diese Unterschiede und sie zu instrumentalisieren. In den Bereichen, die sie betreffen, gibt es große Friktionen, die sind klar, Reibungspunkte. Aber ich möchte zurückkommen auf eine gemeinsame Schwierigkeit, über die man wenig spricht. Es geht um die Umsetzung dieser öffentlichen Politik, dieses Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern. Herr Le Maire hat gesagt, alle, tout le monde, die Umsetzung dieser Politik in Energiefragen, Nuklearfragen, Kohle, Flüssiggas, aber auch was mit Energiesparsamkeit zu tun hat, mit der Elektrifizierung zu tun hat, das sind alles gesellschaftliche Debatten, die sich um konkrete tägliche Dinge drehen. Das sind Anforderungen, die aus dem Aachener Vertrag entstanden sind, Artikel 2 des ersten Kapitels, die gemeinsame Umsetzung der europäischen Richtlinien im Kapitel 5. Meine Frage wendet sich an Sie beide. Sie ist sehr direkt, sehr parlamentarisch und sehr deutsch-französisch. Welche konkreten Maßnahmen setzen Sie um, um zu reagieren auf diese Anforderungen, insbesondere aus dem Kapitel 5, was die koordinierte Umsetzung der europäischen Richtlinien angeht, damit unsere Politik im deutsch-französischen und europäischen Bereich sichtbarer und verständlicher wird? Wie bauen Sie darauf eine Zusammenarbeit der Verwaltungen auf, die diesen Anforderungen gerecht wird? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Le Maire. Ja, ich stimme Ihnen zu, was Sie gesagt haben. Es ist notwendig, sich zu koordinieren im Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinien. Das tun wir ja auch regelmäßig, sowohl mit Robert Habeck als auch mit Christian Lindner im finanziellen Bereich. Ich möchte jetzt nicht, dass die Diskussionen, die wir führen zu Energiefragen, die ja wirklich an erster Stelle jetzt stehen, weil das hat natürlich zu tun mit dem Krieg in der Ukraine und die Elektrifizierung, vermischt werden. Ich möchte nicht, dass die Diskussionen, die wir führen über Nuklearenergie, über Kernenergie, diese gesamte Kooperation, die wir zwischen Frankreich und Deutschland ins Leben gerufen haben, zur Industriepolitik, zu den Elektrobatterien, zu den Elektrofahrzeugen, hier mit einem entsprechenden Ansatz bezüglich des Weltbergs, zu der neuen Strategie der Investitionen und der Unterstützung durch entsprechende Steuererleichterungen. Das erscheint mir wesentlich. Und es ist wichtig zu zeigen, dass Deutschland und Frankreich, zumindest glaube ich, ich kann das, was Robert Habeck angeht, sagen, darin besteht, dass wir den Vorteil haben, dass wir uns austauschen und dass wir immer auch bei unterschiedlichsten Standpunkten gemeinsame Sichtweisen finden und Kompromisse. Herr Habeck, bitte, eine Minute 15. Bei unseren Häusern ist es so organisiert, dass es ein spezielles Referat gibt, das Binnenmarktsreferat in meinem Haus, das europäische Richtlinien, dann in die Koordinierung gibt. Es ist eben nicht möglich, zentral aus einem Referat die ganze Breite von Energie über Handels bis zur Industriepolitik umzusetzen. Wir können immer nur sagen, da ist eine Richtlinie. Wir helfen euch mit den französischen Freunden in einen Kontakt zu treten. Der läuft dann so, wie Bruno Le Maire gesagt hat und wird dann gemeinsam abgesprochen. Ich glaube, wenn man es weiter vertiefen will, muss man andersrum angehen. Also nicht sagen, es gibt Richtlinien, wir setzen sie ein, sondern wo sind gemeinsame Interessen da? Und auf diese Richtlinien konzentrieren wir uns und dann lernt man am Erfolg. Meiner Ansicht nach sollten wir den Weg gehen, den Bruno und ich bei dem Besuch nach Amerika beschritten haben. Die Beihilfeimplementation, die sollte möglichst gleich oder ähnlich sein. Da haben wir beide ein hohes Interesse, dass wir die gleiche Anwendung haben, nicht intern Konkurrenzen enden und Europa schneller wird. Vielen Dank, Herr Minister. Das Wort hat jetzt Frau Valérie Rabot für die Fraktion der Sozialisten. Vielen Dank, Herr Minister. Sind Sie einverstanden damit, dass Sie beide einen gemeinsamen Weg gehen im Hinblick auf die Finanzierung, das heißt gemeinsame Aufhebung der Schulden zur Finanzierung des Energiewandels? Wenn ja, wären das 50 Milliarden oder 100 Milliarden über fünf Jahre, können Sie uns präzise Zahlen nennen, denn wir brauchen hier ein konkretes Engagement. Drittes Thema. Microsoft hat letzte Woche angekündigt, dass es ein Fusionsprojekt, ein thermonukleares Fusionsprojekt geben wird, von einem privaten Unternehmen in den Vereinigten Staaten begonnen. Was sagen Sie beide zu diesem Vorhaben von Microsoft, was ziemlich revolutionär anmutet? Das ist ein Projekt von Microsoft, was letzte Woche angekündigt wurde für 2028. Vierte und letzte Frage. Sie betrifft den Energiepreis. Wir haben verstanden, dass wir einen Energiemix haben bei der Stromerzeugung. Das ist völlig unterschiedlich. Deswegen sind wir uns da nicht einig. Aber kann man sagen, dass zu dem Preisbildungsmechanismus endlich eine Vereinbarung zwischen unseren Ländern finden könnte? Ja, vielen Dank. Liebe Kollegin, ich gebe das Wort an Herrn Habeck. Vielen Dank. Das vielleicht interessanteste Projekt ist im Moment Age2Med, also die Wasserstoffpipeline aus der iberischen Halbinsel nach Europa. Neben Airbus würde ich Ariane oder die Raumfahrtaktivitäten nennen. Auch da müssen wir sehen, dass wir den Wettbewerb mit den USA bestehen und die Programme effektiv aufsetzen. Und die politische Arbeit ist natürlich nicht nur eine projektbezogene Arbeit, sondern sie geht ja über die Legislative. Und ich habe jetzt mehrfach, Bruno auch, über den Temporary Crisis Framework gesprochen. Es war die deutsch-französische Zusammenarbeit, die das Ding erst möglich gemacht hat. Was Kernfusion angeht, ich fände es großartig, wenn es zu einer kommerziellen Nutzung kommen könnte. Meine Kenntnisse und die sind aus Gesprächen mit der deutschen Forschungslandschaft sind so, dass man da zwar Fortschritte erzielt, aber eine kommerzielle Nutzung noch in sehr weiter Ferne steht, jedenfalls in so weiter Ferne, dass man jetzt nicht darauf setzen kann und den Ausbau der Erneuerbaren oder anderer Energieformen deswegen sein lässt, weil man glaubt, in 2030 oder 40 gibt es eine Nutzung von Kernfusionen, wenn es schneller geht. Dann freue ich mich sehr. Aber bisher haben sich immer die kommerzielle Nutzung, es geht ja nicht darum, Forschungsergebnisse zu realisieren, sondern eine kommerzielle Nutzung hinzubekommen, immer weiter als noch nicht schnell zu realisieren erwiesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr Le Maire, bitte. Ja, ich möchte Valérie Rabot doch sagen, dass es eine ganze Vielzahl von deutsch-französischen Projekten gibt und auch da müssen wir aufhören, systematisch die Unterschiede herauszuarbeiten. Es gibt zum Thema Kernenergie eine, aber wir dürfen sie nicht immer in den Vordergrund stellen. Zu dem Rest, Robert hat es ja auch genannt, die H2Med, ich könnte hier weitermachen. Wir müssen natürlich deutsch-französische Unternehmen für die Erstellung von Elektrobatterien auch haben. Es gibt deutsche und französische Unternehmen, die auf der Grundlage gemeinsamer Technologien hier Batterien erzeugen. Es ist genauso wichtig wie Airbus, genauso wichtig zur KI. Auch da haben wir gemeinsame Themen, gemeinsame Ansätze. Auch das ist genauso wichtig wie die Luftfahrt oder die Raumfahrt. In dem Bereich Gesundheit haben wir ein gemeinsames Projekt. Und was den Wasserstoff angeht, auch hier gibt es eine Kooperation bezüglich der Elektrolyse zwischen Air Liquide und Siemens, die sich mit den Technologien zur Herstellung beschäftigen. Also ich glaube, ich kann es dabei bewenden lassen, es gibt eine ganze Menge von Projekten, auch die Cloud, wo wir zusammen daran arbeiten. Es gibt eine ganze Reihe von Projekten, wo wir deutsch-französische Projekte haben. Und es sind natürlich die Züge, die pünktlich kommen, die am wenigsten Aufruhr erzeugen. Aber das wirklich muss man einmal so sagen. Was nun dieses Nuklearprojekt angeht, wenn man bis 2028 mit dem Unternehmen Elyon es schafft, hier aus thermonuklearer Fusion Energie bereitzustellen. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber ich bin natürlich kein Ingenieur. Ich möchte nur sagen, dass Frankreich hier massiv investiert in die entsprechenden disruptiven Technologien, in die Nuklearenergie, die wir gut kennen. Und wir haben hier auch die kleinen und mittleren Reaktoren. Und anlässlich unseres Besuches in Washington haben wir hier auch Kooperationen mit den Vereinigten Staaten angestoßen. Und wir arbeiten natürlich auch mit der Hypothese der Nuklearfusion. Und diese Technologien, die bereits bestehen, nutzen wir. Aber wir investieren auch massiv in die Innovation in zukünftige Technologien. Sehr geehrte Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr LeMäher, Sie haben von Wettbewerbsfähigkeit gesprochen in Europa. Das ist unbestritten ein sehr wichtiger Punkt. Und ich frage mich, wie wir diese Wettbewerbsfähigkeit aufgrund der unterschiedlichen Energiepreise, die wir zurzeit zwischen USA und Europa haben, künftig erhalten wollen. Wir haben zusätzlich zu diesen exorbitant unterschiedlichen Energiepreisen auch noch den Inflation Reduction Act mit einem dramatischen Vorteil für Unternehmen aus den Vereinigten Staaten. Und ich frage mich in diesem Zusammenhang, ob es dann reicht, Herr Habeck, das würde jetzt Sie betreffen, das Ganze über einen Industriepreis zu machen. Ja klar, das ist das Einzige, was uns bleibt. Wie lange können wir das durchhalten? Das ist ja letztendlich eine Belastung für den Staatshaushalt. Wir merken, dass wir das Geld auch für andere Dinge bräuchten. Aber jetzt schon nicht behaupten. Der Finanzminister steht ja auf der Bremse. Das hat ja schon Bremsspuren aus der Macht. Und da sage ich nur, das scheint mir ein ungelöstes Problem zu sein, wo Sie eine Antwort schuldig sind. Und das Zweite, wir haben erlebt, dass der französische Präsident Vorschläge gemacht hat im Anschluss an eine China-Reise und gesagt hat, wir brauchen mehr Unabhängigkeit, auch von den Vereinigten Staaten. Ich fand es einen sehr vernünftigen Vorschlag, dass er das gemacht hat. Gleichzeitig ist er aus der Bundesrepublik heftigst kritisiert worden, bis hin zu, ich würde schon sagen, nicht sehr angenehmen Äußerungen, die ich da gehört habe, auch aus Regierungskreisen. Jetzt ist gesprochen worden, wir sind nicht immer einer Meinung. Das ist auch nicht so schlimm. Aber wenn man in so grundsätzlichen strategischen Fragen, nämlich der Unabhängigkeit von Europa oder dem Hinterherlaufen hinter den USA, wie es Macron formuliert hat, wenn man da so unterschiedlicher Meinung ist, dann ist doch das, bitteschön, ein echtes Problem für Europa. Das ist doch nicht einfach so eine Bagatelle. Und ich stelle mir wirklich die Frage, wie Sie dieses grundsätzlich unterschiedliche Herangehen an diese Frage der Souveränität Europas eigentlich bewerkstelligen wollen, behandeln wollen, auch angesichts dessen, was ich zuerst gesagt habe, nämlich der Frage der Energiepreise. Und das Letzte, das richtet sich an Herrn Habeck. Ja, wirklich, ich vermisse eine Antwort bezüglich auf E-Fuels. Wie ist die 1,3 Milliarden Verbrenner, die wir noch zurzeit haben, die wir noch weiterbauen bis 2035, dann werden sie noch zehn Jahre fahren und dann werden sie, wenn sie in Europa nicht mehr fahren, vielleicht noch sonst wo auf dieser Welt fahren. Wie sieht da eigentlich einen Beitrag zur CO2-Reduzierung für die Flotten, die es weiter geben wird, hinkriegen wollen, wenn nicht mit E-Fuels? Vielen Dank für die Antwort der beiden Minister bleiben jetzt noch zwei Minuten 15 circa. Herr Minister Lemer, möchten Sie beginnen? Ja, ich antworte auf diese Frage des Energiepreises. Das ist für mich der Schlüsselpunkt für die Wettbewerbsfähigkeit in Europa in den kommenden Jahren. Sie haben einen Energiepreis, der zufriedenstellend ist, wenn der Preis, den der Verbraucher zahlt, sich an den mittleren Produktionspreis annähert. Jedes Land entscheidet sich für seine Energiepolitik und deswegen erscheint es mir notwendig, dass der Energiepreis sich an den mittleren Produktionskosten in jedem Land annähert. Und nicht an den Eröffnungspreis eines Gaskraftwerkes, wie das früher der Fall war. Wir müssen sicherstellen können, dass es einen stabilen Preis über mehrere Jahre gibt. Und ich glaube, Deutschland und Frankreich haben sich darauf abgestimmt, dass wir unserer Industrie hier einen stabilen Preis in den nächsten Jahren anbieten. Denn ohne dies gibt es tatsächlich das Risiko, dass die USA viel attraktiver werden. Vielleicht noch eine kleine Bemerkung zum Inflation Reduction Act. Ich glaube, es ist schwierig, dass die Situation, in der sich die USA befinden, denn bevor man gesetzt hat auf die Erhaltung massiver Subventionen und exorbitanten Budgets, muss man vielleicht erst mal die Haushaltslage in den USA betrachten, um sicher zu sein, ob diese Garantien auch wirklich alle eingehalten werden. Die Bestandsflotte soll nach den europäischen Regeln ja ausgetauscht werden. Deswegen ab 2035 nur noch klimaneutrale Fahrzeuge. Niemand hat etwas dagegen, wenn die Bestandsflotte beispielsweise mit E-Fuels den CO2-Ausstoß reduzieren kann oder soll. Das war aber überhaupt nicht die Debatte, lieber Herr Ernst. Wenn die Debatte war, sollen Verbrenner noch zugelassen werden. Und auf den Preis habe ich ja schon hingewiesen. Wenn man jetzt also sagt, ihr müsst E-Fuels beimischen, sagt man, das Benzin soll teurer werden. Was den Industriestohnpreis angeht, so habe ich ja schon gesagt, an verschiedenen Stellen, da soll meiner Ansicht nach nicht, wie Sie fälschlicherweise gesagt haben, aus dem Haushalt heraus finanziert werden, sondern bei dem geschaffenen Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds abgehängt werden. Noch einmal, das ist eine politische Debatte, die in der Bundesregierung noch nicht geeint ist. Aber meine Antwort haben Sie gehört, vor die Wahl gestellt, lassen wir die Deindustrialisierung der energieintensiven Industrien zu oder sind wir bereit, noch einmal Gelder zu mobilisieren, entscheide ich mich für die Mobilisierung von Geldern. Und was die USA und China angeht, so kann ich nicht erkennen, dass es grundsätzlich verschiedene Meinungen gibt zwischen Deutschland und Frankreich. China ist Handelspartner. Ich würde immer für ein De-Risking plädieren, aber kein De-Coupling habe ich schon ausgeführt. Die USA sind in der Unterstützung der Allianz gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ein wichtiger Partner. Das ist China nicht, ganz im Gegenteil an der Stelle. Deswegen ist es da auch keine Äquidistanz, so wie die Fragestellung vorhin schon ausgeführt hat. Ich würde mir umgekehrt, wenn ich das sagen darf, wir werden hier gefragt, aber wenn ich das einmal sagen darf, diese Unterscheidung auch von der Linkspartei wünschen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat jetzt Herr Vincent Thibault für die Fraktion Horizon. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Herren Minister. Viele Dinge sind hier vorgetragen worden. Ich werde mich kurz fassen. Ich freue mich jedenfalls, dass die Ziele dieselben sind, im Hinblick auf die Souveränität und im Hinblick auf die Herausforderungen für die kommenden Jahrzehnte, ob das im Bereich Klima oder Umwelt liegt. Ich freue mich jedenfalls, dass es eine Konvergenz zu diesen Themen gibt. Dennoch bleiben viele Fragezeichen, die von meinen Kolleginnen und Kollegen aufgeworfen wurden. Unsere Fähigkeit, uns selbst zu definieren, was europäische Souveränität darstellen soll. Die industrielle Souveränität, da gibt es eine gemeinsame Meinung. Und sie entsprechen damit ja auch der protektionistischen Politik, die manche Weltblöcke aufweisen, Vereinigten Staaten oder auch China, die hier natürlich Schwierigkeiten für unsere Unternehmen aufwerfen und wo wir heute keinen Protektionismus entgegenstellen und wo wir uns fragen müssen, wie es unseren Unternehmen hier geht bezüglich des Marktes. Es gibt ein weiteres Thema, auf das ich zurückkommen möchte. Die Fähigkeit, gemeinsame Fonds einzurichten, eine gemeinsame Verschuldung, wie es bei der Corona-Pandemie der Fall war. Und eine der Hauptproblematiken unserer Industrie und unserer Unternehmen in Europa, Frankreich und Deutschland ist es häufig, dass selbst im Herzen Europas es Unterschiede gibt bei der Anwendung der europäischen Richtlinien, zum Beispiel zum Thema Globalisierung. Es gibt auch Auslegungsunterschiede. Es gibt Unterschiede bei der steuerlichen Behandlung. Und das führt dazu, dass unsere Unternehmen vielleicht mehr Zeit damit verbringen, sich hier damit zu beschäftigen, anstatt sich den Herausforderungen zu widmen. Können Sie uns hier ganz konkret sagen, welche Pläne es gibt, welche Überlegungen oder Maßnahmen es dazu gibt, damit dieses Europa, diese industrielle Souveränität, die wir ja wollen und die wir brauchen, um die entsprechende Transformation zu stemmen, gestaltet ist? Vielen Dank, Herr Le Maire, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vinson. Was ist denn die industrielle Souveränität? Das ist eine gute Frage, denn sehr häufig ist es ein Konzept, was sehr weit entfernt ist von unseren Landsleuten. Es ist zunächst einmal ein Konzept, was sicherlich für Frankreich und Deutschland gleichermaßen verstanden wird und ebenso eine Mehrheit der europäischen Staaten. Dann gibt es drei Reihen von politischen Entscheidungen, die in drei Richtungen gehen. Die erste Entscheidungsreihe besteht darin, die Abhängigkeit der Industrie zu verringern. Wir haben ja gesehen, wie das in der Corona-Pandemie ausgeufert ist. Seit dem Krieg in der Ukraine haben wir festgestellt, dass wir zu abhängig von Russland sind in Energiefragen, dass wir zu abhängig waren von den Medikamentenherstellern, zum Beispiel Dolibran und anderes. Und es war eine Offenbarung festzustellen, dass es kritische Lieferketten gibt, wie zum Beispiel bei den Flugzeugen, also Flugzeugbau, dass wir da abhängen von den entsprechenden in Russland fabrizierten Dingen. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir das in der Politik sehen. Auch in der Industrie hat man entdeckt und festgestellt, dass kritische Bestandteile ihrer Lieferkette eine Abhängigkeit aufwiesen. Also die erste Stoßrichtung ist, diese Abhängigkeit zu verringern, die uns heute zu stark entsprechenden Nachteilen aussetzt. Dann zweitens die bestehenden Branchen stärken. Es geht nicht nur darum, die Industrie von morgen aufzubauen, sondern auch die bestehenden Branchen zu stärken. Landwirtschaft, die Lebensmittelherstellung, das sind Sektoren, die es in Deutschland und in Frankreich gibt und die unbedingt gestärkt werden müssen. Dann die dritte Entscheidungsreihe, das ist die Schaffung neuer Branchen. Das ist strategisch, Wasserstoff zum Beispiel, PV-Anlagen, Halbleiter. Wir wollen hier neue Unternehmen schaffen. Das heißt natürlich nicht, dass wir jede Kooperation einstellen mit anderen Staaten, ob das mit den Vereinigten Staaten ist, die natürlich unser engster Verbündeter sind, oder mit China, mit denen wir, das hat Robert Habeck ja gesagt, eine De-Risking-Politik verfolgen, aber nicht eine De-Coupling-Politik. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Habeck, ganz kurz vielleicht noch? Vielen Dank. C'était très bref. Merci beaucoup. In aller Kürze. Dankeschön. Dann hat Frau Sandra Rogolf, die Fraktion Ökologie-Dissot. Dankeschön. Drei Minuten. Dankeschön, verehrter Herr Minister, verehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe jetzt wenig hinzuzufügen, aber ein Fragezeichen bleibt bei mir. Wir haben gerade gesprochen über die Frage der industriellen Wiederbelebung, der wirtschaftlichen Wiederbelebung. Und unsere beiden Länder überlegen weiter. Also wir reden hier, als hätten wir gar keinen Klimawandel. Nur einmal hat Herr Alomir dieses Wort erwähnt und zweimal Herr Dr. Habeck. Das macht wenig aus. Also in diesem Bewusstsein, das wir ja erhöhen müssen. Also auch bei der Kernkraft braucht man viel Wasser. Und da haben wir heute kaum noch welches. Und wie koordiniert man sich da? Was ist geplant, um gemeinsam daran zu arbeiten? Deutschland und Frankreich zur Verhinderung der Erderwärmung. Denn wirtschaftlicher Fortschritt geht ja vielleicht auch nur darüber. Noch eine Randbemerkung. Meine französischen Kollegen, die wollen immer viel Respekt von Seiten Deutschlands. Fordern das ein, was die Energiepolitik betrifft. Aber die meckern die ganze Zeit rum. Also in der Nationalversammlung und auch in den Medien und Mecklen an den strategischen Entscheidungen Deutschlands. Und das ist doch pikant. Also da sollte man hier mal drauf verzichten. Meine Herren Minister, meine Frage ist relativ schlicht und einfach. Jetzt haben wir einen beschleunigten Temperaturansteck und das Wasser schwindet. Meinen Sie denn, dass wir hier eine Art Beitrag leisten können für die gemeinsame Überlegung zur Wirtschaft von morgen? Also unter Berücksichtigung auch des Klimawandels, ohne nur die technische Fortschriftsgläubigkeit an den Tag zu legen. Eine Minute 20 haben Sie Zeit insgesamt, die beiden Minister. Herr Habelt, bitte. Ich will einmal unterstreichen, dass wir am Ende als politische Generation, also alle, die wir hier sitzen, vor allem an der Frage gemessen werden, ob wir genug Anstrengungen unternommen haben, die globale Erderwärmung einzudämmen. Und das betrifft alle Bereiche von Landwirtschaft bis zu Heizen oder Mobilität. Das wird die geschichtliche Frage sein, mit der wir als politische Generation konfrontiert werden. Und natürlich ist die ehrliche Antwort im Moment, wir machen nicht genug. Wir strengen uns an, alle in unseren Ländern. Gerade Europa ist ein Motor der Dekarbonisierung. Die Beschlüsse, die im Rahmen von Fit for 55 gefallen sind im letzten Jahr, dem Jahr der Energiekrise, sind die weitreichendsten Beschlüsse, die gefällt wurden insgesamt. Und die Nationalstaaten wären nicht so weit ohne Europa. So viel zu der politischen Bedeutung von Europa. Aber wir müssen natürlich auch anerkennen, dass die Widerstände, die Sorgen, die sozialen Ausgleichsfragen groß sind, wenn man verschiedene Umstellungen vornimmt. In Deutschland gibt es gerade eine intensive Debatte über die Frage, wie wir in Zukunft heizen wollen. Dennoch will ich darauf hinweisen, dass wir schon die ganze Zeit immer wieder eigentlich auch über diese Frage gesprochen haben. Denn Wirtschaftspolitik oder Standortpolitik ist automatisch, wenn sie erfolgreich sein will, Dekarbonisierungsstrategie und Politik. Der Inflation Reduction Act wurde eben schon angesprochen. Das ist ein Rieseninvestitionsprogramm der Amerikaner in grüne Leittechnologien und nicht irgendwoher. Früher haben die manchmal so Hubschraubergeld verteilt. Diesmal ist es zielgerichtet in die grünen Leitmärkte. Die ökonomische Competition besteht, der Wettbewerb besteht darin, dass wir diese Leitmärkte auch in Europa halten. Ich bedanke mich, Herr Minister, Herr Minister Le Maire. Dankeschön, Herr Minister. Herr Minister Le Maire. Klima werde ich jetzt nochmal nennen. Wenn ich es nicht oft genug genannt habe, dann heißt das nicht, dass das nicht im Zentrum unserer Überlegung auch über die Volkswirtschaft in Frankreich stehen würde. Und da haben wir auch Kennziffern zu beachten. Zum Ersten müssen wir zum Beispiel den Fußabdruck hier berechnen bis 2030. Es wäre schon ganz gut, wenn das Europäische Parlament diese Initiative aufgreifen würde und auch den Fußabdruck der von ihm verabschiedeten Texte bemessen würde. Danke. Danke. Das Wort hat nun als letzter Redner Jean-Louis Bricot für die Fraktion Liberté, Indépendant, Outre-Mérite, Directoire. Danke. Ich freue mich, dass wir Sie hier kennenlernen dürfen über Video, Videobekanntschaft schließen, wenn man das so sagen kann. Also hier geht es um die Energiesouveränität, um die Wende in Richtung E-Fuel und so weiter. Hier ging es auch nochmal ums Klima. Unsere strategischen Divergenzen bei diesen Themen sind hier festgestellt worden, während unsere beiden Länder ja doch eine wesentliche Rolle zu spielen haben innerhalb Europas. Und man sieht hier ganz deutlich, dass diese Entscheidungen, diese Einzelentscheidungen in Bezug auf Energiemix, strategische Entscheidungen, politisch sind, manchmal ökologisch, manchmal geopolitisch, aber letztlich oft geleitet sind von, also historisch gewachsen sind praktisch durch unsere Industrie, industrielle Entwicklung. Die Konvergenz, wir haben hier von der Kooperation gesprochen, das ist wesentlich, um diese Konvergenz zu erreichen, im Dienst der Europas und im Dienst unserer beiden Länder. Und hier haben wir bereits eine Arbeitsgruppe, die sich darüber Gedanken macht, also über die Energiesouveränität. Und ich danke Herrn Petit dafür, dass er diese Gruppe leitet. An die Herrn Minister gerichtet, wollen Sie noch weitergehen, um diese industrielle Zusammenarbeit in der Industrieerzeugung, zum Beispiel beim Wasserstoff, weiter voranzubringen? Da kann man ja ganze Industrieketten aufbauen oder auch eben Nutzungswandel. Da kann man zum Beispiel neue Marken entwickeln. Welche gemeinsamen Mittel werden für die Forschung bereitgestellt? Industrie, Wettbewerbsfähigkeit und Preise sind ja das eine. Wie weit sind Sie gedient bei der Preisfestlegung der Strompreise für Europa? Was halten Sie vor in den Kommissionsvorschlägen? Danke. Wollen Sie antworten? Zunächst Herr Le Maire. Ich bin offen. Einzugehen auf die Initiative von Herrn Bricou, also auch in Richtung Deutschland. Das weiß Robert Habeck. Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit, die bereits geschlossen wurde, nun auszugestalten. Da ist Wesentliches vorgesehen und schon am Laufen, einschließlich im Bereich Wasserstoff und Elektrolyse, auch die Frage der Membranen, die in den Elektrolysern verwendet werden. Das muss weiterentwickelt werden, aber ich bin aufgeschlossen, für jede zusätzliche Zusammenarbeit im industriellen Bereich mit Deutschland. Zum Energiepreis. Das Ziel ist, dass ab Anfang 2025 wir einen europäischen Energiemarkt haben mit einem Preis, der basiert auf den mittleren Produktionskosten und nicht basierend auf den Produktionsrandkosten für das Gas. Und diesen Zeitplan müssen wir einhalten. Danke. Bitte, Herr Habeck. Ja, ich stimme dem zu. Ich kann nur noch hinzufügen, dass die wirtschaftspolitische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich gut ist, vertrauensvoll funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass Europa jetzt auch einen Rahmen gefunden hat, der uns weitere Investitionen in Europa und in Deutschland und Frankreich ermöglicht. Die Ideen, die wir gemeinsam bis hin zu gemeinsamen Fondsentwicklungen weiterverfolgen sollten, sind hier skizziert worden. Deswegen danke ich für diese Fragerunde. Merci beaucoup. Cette séance de questions-réponses ist à présent terminé. Merci beaucoup, Messieurs les Ministres, d'avoir répondu présent par visioconférence à cette demande d'audition conjointe. Vielen Dank. Diese Frage-und-Antwort-Runde ist inzwischen beendet. Ich danke den Ministern für diese vollständigen, ausführlichen Antworten. Wir werden nun den Vorsitz überlassen, den beiden Co-Präsidenten. Es geht nun um die Situation, die europäischen Perspektiven der Länder des westlichen Balkans. Liebe Bärbel, Sie können nun übernehmen. Ja, ich möchte mich auch nur bei den beiden Ministern, die sich jetzt schon rausgeschaltet haben, auch noch einmal ganz herzlich bedanken. Aber auch bei Ihnen allen, dass Sie hier nach Straßburg gekommen sind. Und auch für die Debatten und Entscheidungen möchte ich mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken. Und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen in diesem Jahr dann in Deutschland, dass wir dann unsere Diskussion fortsetzen können. Herzlichen Dank bis hierhin. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir hielten es für wichtig, dass wir dafür uns Zeit nehmen für einen freien Austausch. Und ich hoffe auch spontane Wortmeldungen zur Lage in diesem Teil Europas in Anbetracht der derzeitigen Ereignisse zwischen Russland und der Ukraine und der geopolitischen Lage insgesamt. Interessant wäre eben auch unseren gemeinsamen Standpunkt hier herauszuarbeiten zwischen Deutschen und Franzosen in Bezug auf diesen Teil Europas. Und vielleicht zu fragen, was können wir gemeinsam unternehmen? Vielen Dank. Vielen Dank. Liebe Vorstandsvorsitzende, das ging ja schneller als ich gedacht habe. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine führt uns allen vor Augen, dass Stabilisierung und Integration unserer östlichen und südöstlichen Nachbarn auch in unserem Interesse liegen. Im Juni jährt sich zum 20. Mal das europäische Gipfeltreffen in Thessaloniki, wo die westlichen Balkanstaaten ein Beitrittsversprechen erhielten. Mittlerweile stehen wir als EU vor einem Glaubwürdigkeitsproblem und sehen uns zu Recht einer Enttäuschung seitens Albanien, Bosnien-Herzegowina, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien und Serbien gegenüber. Es geht nicht um Altruismus, wie Bundeskanzler Olaf Scholz vor wenigen Wochen hier in Straßburg deutlich machte. Es geht um unsere Glaubwürdigkeit und um wirtschaftliche Vernunft. Und es geht darum, den Frieden in Europa nach der Zeitenwende, die Russlands Angriffskrieg bedeutet, dauerhaft abzusichern. Kurzum, wir haben ein eigenes Interesse an einem erfolgreichen Beitrittsprozess der Westbalkanstaaten. Natürlich ist ein Beitritt mit Konditionen verbunden. Dazu gehören rechtsstaatliche Strukturen, Medien- und Meinungsfreiheit, die Stärkung der Demokratie und Korruptionsbekämpfung. Auch gesellschaftliche Aussöhnung ist in der Region ein wichtiges Thema. Wir sehen große Fortschritte und Reformanstrengungen, zum Beispiel seitens Albaniens und Nordmazedoniens. Dies sollten wir anerkennen. Denn es ist auch an uns, die reformwilligen und demokratischen Kräfte in den Ländern zu unterstützen. Unser Ziel ist die Vollmitgliedschaft der Westbalkanstaaten. Wenn wir dies von europäischer Seite aus nicht konsequent weiterverfolgen, werden wir verlieren. Allem voran einen bedeutenden Teil Europas und die dort lebenden Menschen. Deutschland und Frankreich obliegt hier eine besondere Verantwortung. Sorgen wir dafür, dass wir nicht verlieren, sondern dass wir gemeinsam gewinnen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Erweiterungspolitik der EU war lange Zeit das erfolgreichste Instrument europäischer Außen- und Sicherheitspolitik. Allerdings hat die EU im westlichen Balkan in den letzten 15 Jahren an Glaubwürdigkeit verloren. Denn 2003 haben die Staaten des Westbalkans das Versprechen erhalten, dass sie Mitglied der Europäischen Union werden können. Lediglich Kroatien ist seit dem 2013 beigetreten. Also insgesamt ein schönes Versprechen, ob das nun endlich Taten folgen müssen. Dennoch sieht eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in der Region ihrer Zukunft in der EU trotz aller Enttäuschung und gebrochenen Versprechen. Die Menschen und ihre Regierung benötigen dringend konkrete Fortschritte und bereits jetzt spürbare Vorteile. Die EU muss ihren bislang verfolgten Ansatz überdenken, in der Erweiterungspolitik zuallererst Stabilität zu fördern und darauf zu hoffen, dass die etablierten Eliten in den Westbalkanstaaten aus eigenem Antrieb die für die EU-Perspektive notwendigen Reformen einleiten. Unser Engagement in der Region mit dem Ziel eines EU-Beitritts muss deshalb künftig konsequent auf die Stärkung der Staaten des Westbalkans als pluralistische Demokratien ausgerichtet sein. In der Auswahl der Kooperations- und Bündnispartner bedeutet dies, sich stärker und aktiver mit den demokratisch proeuropäisch ausgerichteten Kräften in Parlamenten, Parteien und Zivilgesellschaften auszutauschen und die Zusammenarbeit zu intensivieren. Die Schaffung einer vertrauensvollen Beziehung zwischen den Staaten ist ein Kernanliegen der Europäischen Union. Unsere beiden Staaten, Deutschland und Frankreich, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind hierfür ein gutes Beispiel. Deswegen braucht es mehr Zusammenarbeit, Völkerverständigung, Versöhnung und Vertrauensbildung zwischen den Menschen in den sechs Staaten, Kriegsverbrechen politisch und gesellschaftlich aufarbeiten. Empathie für die andere Seite muss erreicht werden, damit am Ende die Staaten des Westbalkans in die Europäische Union aufgenommen werden. Merci beaucoup. Merci, cher Kollege. La parole est à présent à Madame Liliana. Dankeschön. Der Surt hat nun Frau Liliana Tanguy für die Fraktion Renaissance. Vier Minuten Redezeit. Dankeschön, Frau Vorsitzende, verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. In seiner Rede letzten Dienstag auf dem vierten Gipfel von Reykjavik hat der Bundeskanzler Olaf Scholz daran erinnert, dass es unsere Pflicht ist, die Zeitenwende zur Kenntnis zu nehmen, die die Rückkehr des Krieges auf dem europäischen Kontinent bedeutet, um nun auch den Beitritt der Ukraine, Moldaus und des westlichen Balkans zur EU zu beschleunigen. Und der Kandidatenstatus ist ein starkes politisches Signal, das uns in die Pflicht nimmt, damit die Erwartungen und Hoffnungen in diesen Ländern auf Beitritt in dieses gemeinsame Chaos auch gerechtfertigt sind. Und die Zukunft dieser Länder ist für uns seit dem Ukraine-Krieg eine wesentliche Herausforderung in Sachen internationale gemeinsame Politik. Seit 2019 hat Emmanuel Macron eine bewusste Strategie gegenüber diesen Ländern vertreten. Und Frankreich hat sich aktiv in der Region engagiert und hat auch verschiedene Konflikte zwischen Nordmazedonien und Bulgarien zum Beispiel mit Schlichten geholfen. Die Gründung der politischen Europäischen Gemeinschaft auf Initiative von Präsident Emmanuel Macron zeigt ein weiteres Mal unser Engagement für den Frieden, die Sicherheit und den Wohlstand dieser Region. Mit Ministerin Florence Puhn bin ich im November nach Nordmazedonien und Albanien gereist. Ich habe gesehen, was für ein Willen diese Länder zeitigen und welche Anstrengungen sie unternehmen, um die europäischen Normen zu erreichen und sich anzugleichen in ihrer Außenpolitik und Sicherheitspolitik gegenüber der Union. Wir müssen diese Länder weiter mit Zuversicht ermutigen, auf ihrem Weg zu Reformen. Die europäische politische Gemeinschaft muss ebenfalls auch beitragen zur stärkeren Zusammenarbeit in bestimmten Bereichen wie Energiesicherheit und Ähnlichem. Sie muss eine Diskussionsplattform sein für alle europäischen Länder, die unsere Werte teilen und bereit sind, gemeinsam einzustehen gegen die Einmischung von äußeren Mächten, um unseren Kontinent zu polarisieren. Sie muss eine Triebkraft sein und die deutsch-französische Zusammenarbeit muss innerhalb dieser Gemeinschaft ein Motor sein. Wir müssen auch die parlamentarische Arbeit des westlichen Balkans unterstützen und den Dialog fördern, immer stärker auch mit den vertretenen Gremien der Europäischen Union und den Staaten, die ihre Mitglieder sind. Und die Abgeordneten von Renaissance bemühen sich in diese Richtung. Und der Vorsitzende der deutsch-französischen Freundschaftsgruppe, mein Kollege Herr Silbermayer, ist sehr engagiert in der parlamentarischen Diplomatie. Und wir müssen auch zugunsten dieser Region alle institutionellen Instrumente einsetzen, die wir zur Verfügung haben. Zum Beispiel der öffentliche Teilung von Erfahrung über TAIEX und zwar zur Unterstützung der Kandidaten. Und 2021 habe ich an einer solchen Veranstaltung teilgenommen mit dem mazedonischen Parlament. Unser Sachverstand war gefragt, auch der des österreichischen Parlaments bei der Umsetzung der überarbeiteten Methodik. Das serbische Parlament möchte seinerseits dieses Instrument nutzen zur Entwicklung einer parlamentarischen Zusammenarbeit mit Frankreich. Bei dieser Gelegenheit möchte ich meine deutschen Kolleginnen und Kollegen auffordern und einladen, an diesem Projekt mitzuwirken. In Anbetracht der jetzigen geopolitischen Lage ist der Balkan mehr denn je eine Region, die uns braucht. Wir müssen schrittweise vorgehen, um sie zu integrieren im politischen und geostrategischen Interesse der Union, zur Stabilisierung der Nachbarschaft und zur Wiederkehr des Friedens auf unserem Kontinent. Und ich danke Ihnen. Vielen Dank. Als nächstes erhält für die CDU-CSU Gunter Kriechbaum das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Noch mal vorsichtig. Mikro weg. Jetzt wieder da. Zunächst die offene Einladung von Liliana Tanguy akzeptieren wir gerne und nehmen sie gerne an. Sehr gerne auch mit den österreichischen Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte auf einen anderen Aspekt herausgehen, weil es einige Male heute schon anklang. Nämlich, dass die Länder vor allem des sogenannten westlichen Balkans eine klare Beitrittsperspektive bräuchten. Diese Beitrittsperspektive haben die Länder. Nach den Verträgen und vor allem die Thessaloniki-Agenda gilt uneingeschränkt. Das Problem sind auch nicht die Kriterien eines Beitrittes, nämlich die Kopenhagener Kriterien. Und auch an denen müssen wir festhalten. Das Problem ist die Dauer der Beitrittsverfahren. Und warum? Weil wir die Beitritte heute nach dem alten Strickmuster abwickeln wollen, wie sie jahrzehntelang geradezu galten. Und genau das passt nicht mehr zusammen. Jetzt kann ich diesen Zustand beklagen und sagen, naja gut, das dauert dann halt Jahre. Das wird auch noch Jahre dauern. Und so viel Ehrlichkeit muss hier herein. Das letzte Beitrittsverfahren, das wir hatten mit Kroatien, dauerte achteinhalb Jahre. Mit Serbien und Montenegro, auch aufgrund der Gleichgewichtsklausel, verhandeln wir bereits seit zehn Jahren. Und Albanien, seien wir ehrlich, zwölf bis 15 Jahre und die Ukraine wahrscheinlich noch länger. Oder wir ändern die Verträge, etablieren ein Fast-Track-Verfahren, was es bislang noch gibt, noch nicht gibt. Aber da sage ich an der Stelle dann gute Reise. Die letzte Vertragsänderung, die wir hatten, war der Vertrag von Lissabon und dauerte zehn Jahre. Jetzt den Zustand beklagen? Keine Lösung? Doch. Es gibt eine Lösung und die wurde nebenbei durchaus von Frankreich offeriert, nämlich die Europäische Politische Gemeinschaft. Aber bitte dieses Modell ausformen, dass es einen richtigen Mehrwert hat. Die Europäische Politische Gemeinschaft ist im Augenblick nicht mehr als ein Kaffeekranz. Und genau das liegt an unserer Hand, das zu ändern. Eine Heimat zu liefern für die Staaten, die nicht Mitglied werden wollen in der Europäischen Union. Da denke ich vor allem an die EWR-Staaten. Oder an die Staaten, die nicht Mitglied werden können. Die Betonung liegt auf noch. Und was sollte jetzt dieses Verfahren sein? Veritable Zwischenschritte, added values. Es muss uns gelingen, die betreffenden Länder des westlichen Balkans unterzuharken. Ein Beispiel. Geben wir Ihnen den Beobachterstatus. Hier im Europäischen Parlament. Kostet kein Euro, kostet keinen Cent. Gehen wir her, geben Ihnen einen Beobachterstatus im Rat. Kostet kein Euro, kostet keinen Cent. Aber wir müssen es nur tun. Und dann mit verschiedenen Zwischenschritten die europäische Integration in den jeweiligen Staaten vorantreiben. Lasst uns dieses Modell gerne assoziierte Mitgliedschaft nennen. Auch das wäre eine richtige Botschaft in den Ländern. Eine Botschaft des Dazugehörens. Damit andere Länder, Türkei, Russland etc. vielleicht gar nicht auf dumme Ideen kommen. Deswegen, diese Integration muss eine stufenweise werden. Denn noch einmal, alle Länder, mit denen wir jetzt sprechen, haben viel mehr aufzuholen, als die Länder, die in der Vergangenheit beigetreten sind. Deswegen, das muss uns an der Stelle gelingen. Und das ist deswegen auch mein Appell. Lasst uns das zu einem echten deutsch-französischen Projekt machen. Die europäische politische Gemeinschaft ist dafür der perfekte Rahmen. Und auch die richtige Botschaft dann in die Länder hinein. Und ich glaube, wenn wir genau daran arbeiten, sind wir auf einem richtigen Weg, ohne Frustrationen hier bei unseren Bürgerinnen und Bürgern zu sorgen, aber auch keine Frustrationen weiter zu verursachen, wie sie jetzt schon an der Tagesordnung sind. Und das ist ein Modell, für das es sich, glaube ich, einzusetzen lohnt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Dr. Anton Hofreiter für die Grünen. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man sich anschaut, wie die Erweiterungspolitik in der Vergangenheit gelaufen ist, dann hat die Europäische Union ein ganz erhebliches Glaubwürdigkeitsdefizit. Und dieses Glaubwürdigkeitsdefizit wird noch gefährlicher angesichts der Tatsache, dass wir große Versprechen, zu Recht große Versprechen, gegenüber der Ukraine, der Republik Moldau und perspektivisch auch Georgien abgegeben haben. Und deshalb ist es angezeigt, dass wir uns überlegen, wie wir von Seiten der Europäischen Union wieder Vertrauen in den Erweiterungsprozess bekommen. Und da halte ich es für zwar richtig, dass wir uns innerhalb der Europäischen Union stark um Reformen Europas bemühen. Denn es stimmt ja, dass jetzt die Europäische Union mit 27 Mitgliedstaaten sich schon nicht ganz leicht tut. Und auch wenn wir uns in der Auseinandersetzung mit dem russischen Angriff auf die Ukraine selber, glaube ich, überrascht haben, wie schnell wir vorangekommen sind, wie klug wir gehandelt haben, wie weitgehend geschlossen wir gehandelt haben, wie wir schon über zehn Sanktionspakete beschlossen haben. Aber trotzdem ist klar, dass, wenn wir irgendwann vielleicht 35 Mitglieder sind, das nochmal komplizierter ist, als wir mit 27 Mitgliedstaaten. Aber ich glaube, wir müssen streng darauf achten, dass nicht das eine das andere gegenseitig blockiert, dass man einfach sagt, naja, bei den Reformen sind wir jetzt nicht weit genug gekommen, jetzt brechen wir mal wieder die Versprechen der Erweiterung. Das heißt nicht, dass man sich nicht um Reformen bemühen muss, aber man muss das Ganze parallel machen und man darf es nicht so gestalten, dass das eine das andere erpressen kann. Und bei den Ländern des westlichen Balkans, es ist bereits erwähnt worden, glaube ich, überhaupt insgesamt beim Erweiterungsprozess brauchen wir ein stufenweises Vorgehen. Und zwar nicht als Ersatz für die Vollmitgliedschaft, sondern damit die Motivation in den Ländern, die zu uns kommen wollen, weiter hoch bleibt für Reformen, für den Kampf gegen Korruption. Das heißt, man kann sich zum Beispiel überlegen, mit dem Roaming kann man das ausweiten, kann man sich überlegen, bei der Ukraine trifft es zu. Sowas wie die transeuropäischen Netze, kann man da nicht stärker die Westbalkanregion einbeziehen, dass sie nicht das Gefühl haben, die Chinesen investieren die ganze Zeit in ihre Verkehrsinfrastruktur. Sowas wie Horizon, also der ganze Bereich Forschung, kann man das nicht stärker sozusagen auch noch ausweiten. Und kann man nicht, so wie Österreich und Finnland, auch der Europäischen Union beigetreten, sind als weiteren Zwischenschritt einführen, wenn die Vollmitgliedschaft noch nicht umsetzbar ist, dass die Länder in den gemeinsamen Binnenmarkt integriert werden, dass die Menschen einfach direkt vor Ort was davon sehen, dass die Bemühungen ihrer Regierung vorankommen. Ich glaube, das alles müssen wir uns gut überlegen, sonst kommen wir nämlich insgesamt in Schwierigkeiten, in unserem eigenen massiven geopolitischen Interesse, dass die Westbalkanregion schnell zu uns kommt, dass die Ukraine schnell zu uns kommt und auch bei der Republik Moldau und Georgien ist das der Fall. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Westbalkan, also der 6. Balkan, das sind also Bosnien, Herzegowina, Serbien, Albanien, Nordmazedonien, Bosnien und Kosovo. Wir stellen heute fest, dass das Integrationsproblem voll bestehen bleibt, denn diese Länder haben unterschiedliche Entwicklungsstaaten. Der Europäische Rat hat offiziell den Kandidatenstatus den fünf ersten Ländern gewährt. Kosovo hat erst am 15. Dezember letzten Jahres den Antrag gestellt. Das Paradox ist hier, dass das Land von fünf Staaten der EU weiterhin nicht anerkannt wird. Der Ukraine-Krieg hat verschiedene Länder der EU veranlasst, darauf zu drängen, dass wir uns erweitern in Richtung Balkan. Aber hier gibt es Stolpersteine. Ich bin nach Nordmazedonien, nach Bosnien, Herzegowina, Albanien gereist. Ich habe dies selbst feststellen können. Zunächst der Punkt Immigration. Also die Balkanroute ist ein Einfallstor für die Migration. 2022 hat das Europäische Frontex-Agentur 123.000 illegale Eingänge registriert. Das sind über 45 Prozent des Gesamtstroms. Und seit der Migrationskrise von 2016 sind das wieder große Ausmaße. Das stellt ein Sicherheitsproblem. Terrorrisiko, Radikalisierungsrisiko, insbesondere in Bosnien und in Albanien. Der Westbalkan, dort gibt es also Kämpfer, die sich dann Richtung Innerosten bewegen. Und das stellt große Probleme, bringt große Probleme mit sich. Außerdem gab es in diesen Ländern auch terroristische Aktivitäten in Richtung Europa. Es gibt ja Sporas, das zeigt auch das Attentat von Wien aus dem Jahr 2.11.2020. Der Täter stammt aus Nordmazedonien. Hinzu kommt eine Wirtschaftslage, die weit entfernt ist von den europäischen Kriterien. Das BIP zum Beispiel liegt bei 39 Prozent für Serien, 19 Prozent für Bosnien-Herzegowina und 17 Prozent für Albanien. Hinzu kommen Schmuggelprobleme, Waffenhandel, Prostitution, Krimianer, Netzwerke, Cannabis. Das macht praktisch die Hälfte des Bruttoinlandprodukts in Albanien aus. Dann ist es auch eine Route von lateinamerikanischen Drogen. Das stellt also 50 Prozent des europäischen Konsums. Hinzu kommt Geldwäsche und institutionelle Kriminalität. Das hat zum Beispiel die Wahl in Albanien auch verzerrt. Das Rassemblement National stellt sich der Integration dieser Länder in der EU entgegen. Diese sind zu weit entfernt von unseren Kriterien. Da gibt es schon große Spannungen in dieser Region. Und das wäre dann ein Import dieser Spannungen nach Europa. Und Europa braucht dies nicht. Also wir sollten hier nichts über das Knie brechen und das nicht mit Tempo verwechseln. Danke. Danke. Nun, also die Kollegen von der NUPES mussten schon abreisen. Und Herr Laporte der solistischen Fraktion muss auch früher weg. Ich würde ihm vorschlagen, jetzt das Wort zu ergreifen und zwar für drei Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der Krieg in der Ukraine bestürzt uns alle. Wir brauchen eine neue politische Konstruktion für den Frieden, eine geopolitische Positionierung angesichts des Ungleichgewichts in der Welt und im Hinblick auf Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Wir sind ja hier in Straßburg. François Mitterrand hat hier selbst 1993 gesagt, je mehr Europa es gibt, desto stärker muss Europa demokratisch und parlamentarisch sein. Wir sind also hier in einem Symbol. Die Demokratie in Europa, in Kontinentaleuropa, aufgeteilt zwischen Frankreich und Deutschland, zwei Länder, die eine große Verantwortung haben, müssen sich hier besonders einbringen in den Erweiterungsprozess hinsichtlich der Westbalkanstaaten. Aber seit dem Abkommen von Dayton und dem Abkommen von Thessaloniki ist nicht viel geschehen. Es hat zu Frustrationen geführt, zu Enttäuschungen in den Balkanstaaten, was eine mangelnde Perspektive aufzeigt. Und das schadet natürlich den Interessen auch der Europäischen Union. Unsere Verantwortung ist es, einen Weg hin zu einer Erweiterung und raschen Integration der Westbalkanstaaten aufzuzeigen. Und zwar sehe ich zwei Herausforderungen. Das ist einerseits die Entwicklung der Demokratie und zweitens die Bedrohung für unsere Grenzen. Wir müssen also hier sehen, dass es eine Schwächung der Demokratie in den Balkanstaaten gegeben hat. Und wir müssen alles dafür tun, dass wir das, was die Demokratie bedroht, wie Populismus und Reduzierung der Freiheiten, etwas entgegengesetzt wird. Die Erweiterung kann natürlich auch zu Wertefragen führen, zu einer Fragestellung der Grundrechte. Wir dürfen nicht wegschauen, denn sonst wird die EU abgelehnt und erscheint nicht mehr als vertrauensvoller Partner. Wir haben also unsere Verantwortung wahrzunehmen, und zwar ganz konkret im Hinblick auf den Weg und den Zeitplan. Denn ein Beitritt muss natürlich auch im Einklang stehen mit dem, was wir sehen als Bedrohung für unsere Grenzen mit China. Also es gibt riesige Herausforderungen. Die Initiative der europäischen politischen Gemeinschaft ist natürlich begrüßenswert, aber nicht ausreichend. Wir müssen graduell, aber beschleunigt vorgehen und eventuell mit einer abgestuften Integration, damit die Bürger der Balkanstaaten konkrete Vorteile sehen, in dem EU-Beitritt und Reformen anstoßen. Olaf Scholz hat ja in seinem wichtigen Beitrag in Prag gesagt, es sei notwendig, die Westbalkanstaaten einzugliedern. Aber das bedeutet natürlich auch institutionelle Reformen im Rahmen der EU. Also es ist dringend, aber das gelingt nur, wenn wir Parlamentarier aus Deutschland und Frankreich uns ernsthaft parallel mit der Frage der Entwicklung der Institutionen Europas befassen. Dankeschön. Das Wort hat für die FDP Nicole Westig. Vielen Dank, Herr Präsident. Scher Kollege, liebe Kolleginnen und Kollegen. Zunächst freue ich mich, dass wir anlässlich unserer heutigen Tagung ein so wesentliches, essentielles und progressives Thema wie die EU-Erweiterung im Westbalkan für die Aussprache vorgesehen haben. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges hat der Erweiterungsprozess für die Länder auf dem Westbalkan an Fahrt aufgenommen. Noch im Jahr 2021 hieß es, dass die EU Gefahr laufe, den Westbalkan zu verlieren. Da sehen die Absichtserklärungen zur Erweiterung heute doch wesentlich entschlossener aus. Und das ist richtig so. Denn für uns ist eines ganz klar. Der Westbalkan ist nicht ein weit entfernter Hinterhof der EU. Nein, er ist das exakte Gegenteil. Er ist der Innenhof unserer Gemeinschaft. Und noch viel weniger darf der Westbalkan zum geopolitischen Vorhof Russlands werden. Daher sind die kürzlich erlangten Fortschritte, besonders zwischen dem Kosovo und Serbien, ein wichtiges Zeichen. Sie sollten uns Anlass genug sein, unser Engagement dort weiter zu verstärken. Wenn sich die Europäische Union als Werteunion, ich meine damit klar unsere freiheitlich-demokratischen Werte, im globalen Systemwettbewerb behaupten will, ist die schnelle Aufnahme der Westbalkanstaaten das Gebot der Stunde. Die Beitrittskandidaten brauchen eine europäische Perspektive. Und diese beinhaltet zwischen dem Antrag auf Mitgliedschaft und der Erfüllung der Kopenhagener Kriterien eine lange, verwaltungsintensive Durststrecke. Es ist klar, einen Beitritt mit Rabatt gibt es nicht. Das heißt, die Kopenhagener Kriterien, so anspruchsvoll sie auch sein mögen, müssen erfüllt werden. Wir sollten hingegen dabei aber genau überlegen, wie wir den langen und komplexen Beitrittsprozess so reformieren können, dass bereits kleine Erfolge belohnt werden. Dies würde die Perspektive, die wir als EU den Beitrittskandidaten bieten, mit mehr Leben füllen und auf diesem Wege stärken. Ich danke daher Madame la Ministre Laurence Bohn für ihre kürzlich getätigte Äußerung hinsichtlich eines, ich zitiere, differenzierten Beitrittsprozesses, um Beitrittskandidaten schneller in der EU zu verankern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir über Erweiterungen sprechen und damit von 27 auf 35 Staaten wachsen können, dann müssen wir auch über institutionelle Reformen nachdenken. Eine Europäische Union, die von 35 Staaten getragen wird, kann das Einstimmigkeitsprinzip nicht weiterverfolgen, wenn sie handlungs- und vor allem konkurrenzfähig bleiben will. Schon im jetzigen Zustand würden wir als Freie Demokraten eine Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip zugunsten der qualifizierten Mehrheit bei wichtigen Entscheidungen ausdrücklich begrüßen. Ich freue mich, dass auch unsere Außenministerin Annalena Baerbock das heute bekräftigt hat. Uns selbst zu reformieren, bevor wir neue Mitgliedstaaten aufnehmen, muss von daher eine Bedingung bleiben. Ansonsten würde auch China, das seinen Einfluss über Laissez-faire-Kreditvergaben im Westbalkan ständig ausweitet, über finanzielle Abhängigkeiten mit am EU-Tisch sitzen. Das können und wollen wir erfolgreich verhindern. Denn die Mehrheit in diesem Saal glaubt fest an die Europäische Union, ihre Werte und die Freiheit, die sie uns ermöglicht und garantiert. Merci beaucoup. Danke. Jörg Schneider von der AfD hat das Wort. Werdes Präsidium, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben jetzt sehr viel gehört vom Nutzen und der Wichtigkeit der EU-Erweiterung. Ich möchte Ihnen einmal etwas aus meiner Heimatstadt Gelsenkirchen erzählen. Gelsenkirchen hat 250.000 Einwohner. Im Zuge der Arbeitnehmerfreizügigkeit sind dort zugewandert 10.000 Rumänen und Bulgaren. Und wenn Sie jetzt sagen, oh, das sind ja Facharbeiter, dann muss ich Sie enttäuschen. Gelsenkirchen hat eine Arbeitslosigkeit von 15 Prozent. Da kommt ohne Arbeitsvertrag keiner hin, der arbeiten will. Und wenn Sie jetzt sagen, nun ja, die ganzen Verträge, die schließen doch aus, dass diese Menschen ins Sozialsystem einwandern, muss ich Sie nochmals enttäuschen. Die Umgehungsstrategien sind so billig. Diese Menschen eröffnen ein Unternehmen, in der Regel sind es Schrottsammel- oder Dachenreinigungsunternehmen, verdienen damit ein paar Euro im Monat und sind dann zur Aufstockung berechtigt. Das heißt, für eine doch in der Regel Rechtszahl kopfstarke Familie kommen da einige Tausend Euro zusammen. Das Ganze wird mittlerweile kriminell organisiert. Das heißt, bei den Menschen kommt da von dem Geld gar nicht mal so viel an. Eine Integration findet auch nicht statt, denn Spracherwerb ist zum Bezug von Sozialleistungen in Deutschland nicht notwendig. Was will ich Ihnen damit sagen? Wir haben irgendwann mal Kriterien für die Aufnahme aufgestellt und die mögen hervorragend funktioniert haben, um Schweden aufzunehmen und Finnland und Österreich. Aber sie sind schon bei Rumänien und Bulgarien, und das sage ich als Gelsenkirchner, krass gescheitert. Wir können so nicht weitermachen und wir können auf dieser Basis doch nicht Länder wie bis hin Bosnien aufnehmen. Meine Damen und Herren, bevor wir tatsächlich über eine Erweiterung der Europäischen Union nachdenken, müssen wir uns Gedanken machen über die Kriterien. Das, was ich eben von der CDU beispielsweise gehört habe, eine politische Gemeinschaft sozusagen als vorgeschaltete Institution, die eben halt noch nicht die Arbeitnehmerfreizügigkeit einschließt. Das könnte meinetwegen ein Weg sein. Aber auf der Basis der jetzigen Verträge, auf der Basis der jetzigen Situation, diese Staaten in die Europäische Union aufzunehmen, meine Damen und Herren, dann werden wir noch viele Gelsenkirchens erleben. Und ich denke mir, das sollten wir den Menschen in Deutschland und auch den Menschen in Frankreich ersparen. Ich danke Ihnen. Ja, jetzt hat Herr Pierre-Henry Dumont das Wort von Les Républicains. Drei Minuten, bitte. Ja, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender, die Republikain erkennen die Perspektive Europas für die Westbalkanstaaten. Die europäische Perspektive steht aber nicht unbedingt für kurz- oder mittelfristigen Beitritt. Und zwar aus zwei Gründen. Erster Grund, es gibt interne Schwierigkeiten, die es bereits in unserer EU gibt. Einerseits müssen wir uns immer wieder anpassen mit unserer Funktionsweise, wie Anfang des Jahrhunderts. Dann müssen wir uns an die geopolitischen Basen anpassen. Und wir müssen uns fragen über den Modus Vivendi im Rahmen unserer Institutionen selbst. Die Schlussfolgerungen der Konferenz über die Zukunft Europas hat sich ja auch diese Fragen gestellt im Hinblick auf unsere Demokratie und die Akzeptanz der EU für unsere Bürgerinnen und Bürger wie das Vetorecht, die qualifizierte Mehrheit oder das Initiativrecht für europäische Gesetzesvorhaben. Auf der anderen Seite gibt es Überlegungen zur internen Funktionsweise der EU. Und auch hier haben wir immer wieder starke Schocks zu erleiden nach der Pandemie, nach der Schuldenkrise, Krieg in der Ukraine, Rückkehrt der Inflation, massive und unkontrollierte Immigration oder auch folgendes Brexit. Was wäre, wenn wir uns verpflichten würden, jetzt die Westbalkanstaaten aufzunehmen, ehe wir überhaupt unser eigenes Haus in Ordnung zu bringen? Wie können wir mit 35 etwas schaffen, was uns heute kaum gelingt mit 27 Mitgliedstaaten? Zweiter Grund für unsere Skeptik, was den Beitritt der Westbalkanstaaten angeht. In einer nahen Zukunft werden sie die Kopenhagen-Kriterien erfüllen. Man sieht ja schon, welche Schwierigkeiten es gibt für die Eröffnung und Schließung neuer Kapitel und Schließung von Kapiteln, die seit zehn Jahren offen sind. In Serbien gibt es Zweifel immer noch im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit. Die Anzahl der Asylbewerber steigt Jahr für Jahr in Frankreich. Das stellt natürlich auch die Frage nach unseren europäischen demokratischen Standards in diesen Ländern. Montenegro. Die chinesischen Unternehmen können immer noch ihre Aktivitäten weiterführen, die schädlich sind für die Finanzen des Landes. Sie können hier zum Beispiel Straßen bauen zu exorbitanten Preisen. Alle Länder der Westbalkan sind natürlich auch auf der Seitenstraße gelegen und gehören zu dem Expansionismus, den wir ja hier bekämpfen wollen. Aus all diesen Gründen ist es so, dass wir als Republikan uns widersetzen diesen kurz- oder mittelfristigen Beitrittsanträgen der Balkanstaaten. Aber wir möchten, dass unsere beiden Länder insbesondere die Begleitung dieser Länder bei den Assoziierungsabkommen oder im Rahmen von wirtschaftlichen Beziehungen oder sozioökonomischen Beziehungen ausbauen. Dankeschön. Vielen Dank. Das Wort hat Herr Frédéric Pötty für die Gruppe der Demokraten. Drei Minuten. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wissen, dass die Balkanregion mir am Herzen liegt. Ich bin nicht nur von den Franzosen, die dort wohnen, gewählt worden. Das ist Teil meines Wahlbezirks. Aber ich war dort auch Unternehmer, bevor ich Abgeordnete geworden bin. Das liegt nun über 30 Jahre zurück. Wir als Franzosen und Deutsche müssen verstehen, dass wir an einem historischen Scheideweg stehen, wo es um unsere Verantwortung geht, um unsere deutsch-französische Verantwortung für diese Region. Was wir versucht haben im letzten Jahrhundert, ist, dass wir eine Versöhnung unter Einhaltung und Respekt der Vielfalt, der Sprachen, der Geschichte und unserer Mythen im Rahmen einer Kooperation nach dem Krieg durchzuführen für die zukünftigen Generationen. Auch gemäß dem Aachener Vertrag eine Versöhnung zwischen den ehemaligen feindlich gesinnten Ländern. Genau das passiert heute in den Balkanländern, in allen Balkanländern. Nicht nur in den sechs Ländern, sondern in den elf Ländern. Diese Region können wir als Symbol für Europa sehen, für unsere Gebiete. So viele Sprachen, so viele Völker, so viele Religionen, die sich gekreuzt haben, sich bekämpft haben. Zwei Modelle stehen sich hier gegenüber seit Jahrhunderten. Das imperialistische Modell, was seine Sprache, seine Organisation bis zum folgenden Krieg aufzwingt und das kooperative Modell, dezentral, demokratisch, das versucht, geeint in der Vielfalt zu bleiben. Wir leben in dieser Region heute. Das, was wir sozusagen zwischen Deutschland und Frankreich erlebt haben, aber mit Potenzzenen. Unsere Versammlung muss sich diesem Thema annehmen. Diese Region betrifft uns nicht, weil wir ein großer Bruder seien, der einem kleinen Bruder hilft oder ein mächtiges Zentrum, das hier an der Peripherie noch ein paar Gebiete dazu nimmt. Nein, weil man dort vielleicht so viele Sprachen spricht. Über 20 Nationalitäten leben dort und ebenso absurde wie wilde Kriege erlebt haben. Und wir alle müssen an dieser Trauer teilhaben, so wie wir das auch getan haben bei uns. Ich bin überzeugt, dass unsere noch so junge Versammlung hier den Ort einnehmen muss für eine Integration, für eine Erweiterung und für die Weiterverfolgung und Konsolidierung des europäischen Projektes. Unsere parlamentarische Versammlung wird auch als Symbol für dieses Wiederaufbauprojekt ihrer Rolle gerecht werden müssen. Bei den Parlamenten, bei der Zivilgesellschaft, der gesamten Region, unsere Leitungsorgane in der EU müssen natürlich sich weiterentwickeln. Unsere deutsch-französische Versammlung muss sich hier einbringen und Vorschläge unterbreiten. Unsere Erfahrung ist hier wertvoll. Die Balkanstaaten sind die Zukunft der EU souverän und unsere deutsch-französische Erfahrung muss sie begleiten. Dankeschön. Für die Linke erhält Matthias Birkwald das Wort. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, werte Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke dem Vorstand, dass wir nun über die europäische Perspektive der Länder des Westbalkans sprechen. Denn die nachhaltige Friedens- und Integrationsperspektive für den ganzen Balkan ist für die Fraktion Die Linke von großer Bedeutung. Gerade im Westbalkan zeigt sich allerdings erneut, dass eine Überwindung des chauvinistischen Nationalismus eine große Herausforderung darstellt und dies gleichzeitig die Grundlage einer wirklichen gemeinsamen europäischen Integration darstellen muss. Bei dauerlicher Weise haben die EU und vor allem die Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten hier nicht die verantwortungsvolle Rolle gespielt, um zu einer Lösung der Probleme vor Ort zu kommen. Letztlich haben marktradikale Wirtschaftsstrategien die soziale Lage für viele Menschen verschlechtert und Korruption und wachsender Nationalismus wurden im Ergebnis dieser Politik stärker. Nach dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Serbien und der Abtrennung des Kosovo wurde leider keine wirkliche gemeinsame glaubwürdige europäische Integrationsperspektive geschaffen. Nach langem Zögern im Europarat soll nun das Kosovo, das aktuell immer noch von fünf Ländern der EU nicht als Staat anerkannt wurde, gegen den Protest Serbiens als Mitglied in den Europarat aufgenommen werden. Ich frage, warum muss das jetzt passieren? Und nutzt es wirklich dem langfristigen Ziel einer Integration des gesamten Balkans? Ist es klug, den Kosovo in einer Hauruck-Aktion aufzunehmen, wenn man dafür die institutionelle Bindung Serbiens langfristig verschlechtert? Gleichzeitig wird der Druck auf Serbien enorm erhöht, einem EU-Vorschlag für die Normalisierung des Verhältnisses zwischen Kosovo und Serbien zustimmen zu sollen. Ich will hier ausdrücklich nicht von einem Diktat sprechen, aber man sollte schon darauf hören, wie die weitgehenden Drohungen mit ökonomischer und politischer Isolation von Serbiens Präsidenten Vucic aufgenommen und in die Debatte in Serbien übersetzt werden. Ich denke, die EU wäre gut beraten, hier nicht mit maximalem Druck etwas durchzusetzen und eine Eskalation zu riskieren. Auch in anderen Ländern des Westbalkans ist die politische Lage nämlich alles andere als stabil. Das Problem des wachsenden Nationalismus ist nicht nur auf Seiten Serbiens zu finden. Und wie das Beispiel Bosnien-Herzegowinas zeigt, bietet die EU-Strategie auch hier keine Perspektive für dessen Überwindung. Jedenfalls aktuell nicht. Die Herrschaftsstruktur des Staates mit der institutionalisierten und reproduzierenden politisierten Ethnizität und das Konstrukt des hohen Repräsentanten erinnern vielmehr an koloniale Zeiten als an einen demokratischen Neuanfang. Wir Linken sind überzeugt, die Menschen im Westbalkan brauchen eine demokratische und europäische Perspektive, die sozial ist, damit nationalistische und klientistische Politikerinnen und Politiker keinen Erfolg mehr hätten. Eine solche Perspektive könnte dazu beitragen, dass die jungen und qualifizierten Menschen nicht mehr ihre Länder verließen. Merci beaucoup. Merci. La parole est à Madame Stefanie Kocher. Dankeschön. Das Wort hat Frau Stefanie Kocher für die Fraktion Horizon. Drei Minuten. Frau Vorsitzende, Herr Vorstandsvorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen. An den Grenzen Europas ist die politische Stabilität und die Interdependenz der Westbalkanstaaten für uns, für die Stabilität von äußeren Stabilität, zumal nach dem Aggression, dem Aggressionskrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Ich möchte jetzt noch etwas besonders etwas sagen zu Serbien. Serbien ist von vornherein nicht gefeit vom Aggressionskurs Russlands, siehe die Wagner-Gruppe, die als terroristisch eingestopft wird und dort heftig rekrutiert hat. Und Serbien bleibt weiter von der Energie, also energieabhängig, 95 Prozent des Gases werden aus Russland importiert und auch andere wirtschaftliche und ökologische Bedrohungen lauern. China betrachtet dieses Land als Eingangstor zum europäischen Markt, ohne dessen Regeln zu achten und verschiedener Abbau, also Rohstoffabbau durch chinesische Investoren. Also da gibt es keine Umweltnormen zum Beispiel. Und diese Balkanregion versuchte noch, sich unserem politischen Projekt zu nähern, dank von Stabilisierungs- und Assoziationsabkommen. Und es gab auch eine Justizreform. Die Medienfreiheit ist grundlegend, damit der russische und chinesische Einfluss, der dort einen Ablehnungskurs gegenüber der EU unter der Bevölkerung schürt, bekämpft werden kann. Beide Länder haben Unterstützung bekommen im Rahmen des Berlin-Prozesses, also Serbien, Bosnien, Herzogowina, auf deutsche Initiative. Und wir können auch die Schlussfolgerung von Josef Borrell im März 2023 begrüßen, nämlich ein Zwischenabkommen zwischen Serbien und Kosovo. Kosovo hat ja seine Beitrittsanfrage hinterlegt am 22. November 2022. Und seitdem ein, beide Länder, ein gemeinsames Ziel, nämlich die europäischen Werte zu erlangen. Es gibt einen Friedensprozess zwischen Serbien und Kosovo. Also das bleibt eine Voraussetzung dafür, dass Serbien unserer politischen Gemeinschaft beitreten kann. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Fraktion möchten dem serbischen Erfolg unsere Unterstützung zusagen, auch gegenüber der russischen Einmischung, der Mischung durch die Wagner-Gruppe und das Land unterstützen für die grundlegenden Reformen und im Friedensprozess mit Kosovo. Danke. Liebe Kollegin, Frau Sander-Regel ist hier nicht, ihr müsst da abreißen. Unser letzter Redner ist Jean-Louis Bricot für Liberti-Anne-Pammer-Utremehrt. Zwei Minuten. Danke. Die Integration des Westbalkans benötigt eine ambitionierte europäische Strategie. Da kann es verschiedene Hindernisse geben, auf beiden Seiten des Rheins auch Einwände. Der Prozess ist sicherlich langwierig, aber für Albanien und Nordmazedonien scheint dieser Prozess gut auf dem Weg. Und wir müssen aber darauf achten, dass jede Etappe unter bestmöglichen Bedingungen stattfindet. Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen die geopolitische Lage offen und ehrlich angehen. Sie ist fragil und voller Spannung. Die geopolitische Lage schadet dem Beitrittsprozess der anderen Länder, die auch Kandidaten sind. Und das führt zu Spannungen und Hindernissen für den Frieden und die Entwicklung der Region. Serbien möchte Kosovo nicht anerkennen, obwohl der Krieg seit 1999 beendet ist. Da gibt es immer noch UNO-Druppen in Pristina. Wir erkennen Kosovo seit der Unabhängigkeitserklärung an, aber das gilt nicht für alle Partner in Europa. Der Sondervertreter muss unserer Meinung nach die Anhörung zwischen Pristina und Belgrad fördern und muss auch die fünf verbleibenden EU-Länder überzeugen, dass Kosovo nun mehr unabhängig ist. Und der Konflikt zwischen Serbien und Bosnien-Herzegowina, also da muss der Sondervertreter der EU ebenfalls eine entscheidende Rolle spielen. Und darauf achten, dass letztlich diese Länder nicht in die Arme von Putin getrieben werden. Und Deutschland und Frankreich müssen hier gemeinsam wirken und einwirken auf den Balkan und Möglichkeiten ergreifen, Gelegenheiten ergreifen, um in der EU eine wirklich politische Vision zu erarbeiten. Die parlamentarische Diplomatie hat hier eine wichtige Rolle in der Annäherung gegenüber dem Westbalkan zu spielen, über die Freundschaftsgruppe und über internationale Abkommen zur Entwicklung von kulturellen und Handelsbeziehungen, zur Förderung von Reformen insbesondere bei der Herausforderung von Institutionen zu stärken. Dankeschön. Damit ist unsere Aussprache abgeschlossen zum Balkan und unserem Westbalkan. Und damit geht auch unsere heutige Sitzung zu Ende. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für unsere heutige Arbeit, die es uns ermöglicht hat, Schlüsselthemen der deutsch-französischen Zusammenarbeit anzusprechen. Wir haben hier wirklich gezeigt, dass wir effizient arbeiten können und das zeigt auch die Stärke unserer deutsch-französischen Zusammenarbeit beim Aufbau unserer gemeinsamen Zukunft. Diese gemeinsame Zukunft, die sich stützt auf gemeinsame Werte und die den Weg ebnet für eine deutsch-französische Freundschaft, die immer stärker wird und immer enger wird. Ich möchte Sie und uns ermutigen, fortzufahren im täglichen Leben mit persönlichen Kontakten, auch mit Ihrer Freundschaftsgruppe, auch über die Arbeitsgruppen, die wir eingerichtet haben und diejenigen, die noch gegründet werden in der Zukunft. All dies, um den Herausforderungen gerecht zu werden, mit denen unsere beiden Länder konfrontiert werden und insbesondere auch unsere Bürgerinnen und Bürger in ganz Europa. Vielen herzlichen Dank an unsere Verwaltungen für die gesamte Arbeit, die hier geleistet wurde. Ich glaube, das war eine sehr schöne Sitzung, eine sehr gelungene Sitzung. Vielen Dank an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch einen Dank an die Dolmetscherinnen, die unsere Debatte auf Französisch und Deutsch ermöglicht haben. Ich werde nun zum Schlusswort an Nils Schmidt übergeben, aber ich sage Ihnen schon jetzt, es lebe die Freundschaft zwischen unseren Ländern, zwischen Deutschland und Frankreich. Es lebe Europa. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank, liebe Brigitte. Wir haben ein ehrgeiziges Programm ganz gut durchgearbeitet, mit etwas Verspätung, aber wir kommen schon noch alle rechtzeitig wieder hier raus. Ich möchte mich auch ganz herzlich für die Diskussion bedanken. Ich glaube, wir haben den Arbeitsmodus dieser Versammlung nach den Wahlen jetzt hergestellt und in diesem Arbeitsmodus soll es auch weitergehen. Die nächste Versammlung soll dieses Jahr im Dezember stattfinden, vorbehaltlich der endgültigen Entscheidung durch die beiden Präsidentinnen. Es soll es der 4. oder 5. Dezember sein, in Bonn, einem für die Geschichte des deutschen Parlamentarismus besonders wichtigen Ort. Das Gute ist, da gibt es auch noch einen Plenarsaal, den wir einfach nutzen können. Also vielleicht mal bitte vormerken, 4. Dezember, wahrscheinlich mit Übernachtung dann bis zum 5. und am 5. dann die Abreise. So ist der vorläufige Plan. Es gibt noch eine Bestätigung noch vor der Sommerpause und es soll dann die Anhörung zum Thema Sprache mit Pappendai und Anke Rehninger stattfinden. Also es geht dann zu den Themen weiter, die uns heute auch wichtig waren. Herzlichen Dank für die Gastfreundschaft hier im Elsass, in der europäischen Hauptstadt Straßburg. Eine gute Heimreise. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, lieber Nils. Die Sitzung ist damit beendet. Gute Heimreise. Die Sitzung ist damit beendet.